Vorbemerkungen von Malerbriefe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfront im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Vorbemerkungen aus Malerbriefe Beiträge zur Theorie und Praxis der Malerei Von Wilhelm Ostwald Die nachfolgenden Briefe sind zum Teil bereits am Ende des vorigen und am Anfang dieses Jahres in der wissenschaftlichen Beilage der Münchner Allgemeinen Zeitung erschienen. Sie haben mir schon damals eine Anzahl brieflicher Anfragen, Einwendungen, Bestätigungen und anderer Mitteilungen eingebracht, die zum Teil Anlass zu den Erweiterungen gegeben haben, welche sich in dieser Buchausgabe vorfinden. Ich hoffe sehr lebhaft auf weitere derartige Mitarbeit, insbesondere aus den Kreisen der Berufskünstler, damit ich erfahre, nach welchen Richtungen meine Darlegungen gelegentlich einer etwaigen späteren Auflage zu verbessern oder zu ergänzen sind. Im Übrigen bin ich mir bewusst, dass mein Widerspruch gegen mancherlei durch das Alter geheiligte Ansichten nicht verfehlen wird, Widerspruch gegen dies Buch hervorzurufen. Doch bin ich wohl nicht der Einzige, der den bisherigen antiquarischen und philosophischen Betrieb der Kunstwissenschaften unbefriedigend findet und an seiner Stelle das wissenschaftliche Verfahren gesetzt zu sehen wünscht, durch welches allein dauerhafte Ergebnisse bisher haben erreicht werden können, das empirisch-experimentelle. Wenn dieses uns auch nur zunächst von der einseitigen Überschätzung der Leistungen gewisser Kunstepochen zu befreien helfen würde, so wäre allein dadurch unübersehbar viel für eine wirkliche, d.h. innerliche Entwicklung unserer Kunst gewonnen. Leipzig, März 1904 Wilhelm Ostwald Ende von Vorbemerkungen Erster Brief von Malerbriefe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Awai im August 2010 Erster Brief aus Malerbriefe von Wilhelm Ostwald Lieber Freund, Sie sprachen neulich im Anschluss an unsere Unterhaltungen in Ihrem Atelier den Wunsch aus, die privaten Vorträge über malerische Technik, zu denen Sie mich durch Ihr eifriges und verständnisvolles Fragen verführt hatten, Ihren Kunstgenossen allgemeiner zugänglich gemacht zu sehen. Damit haben Sie eine leicht ertönende Seite in meinem Gemüt berührt, denn ich selbst danke bei meinen dilettantischen Versuchen in Ihrer Kunst so vieles der unwillkürlich sich einstellenden Anwendung meiner Wissenschaft, dass ich mich leicht überreden lasse, diese Dinge könnten auch anderen von Nutzen sein. So lassen Sie denn das wiederholt Besprochene nochmals über sich ergehen und verzeihen Sie einem alten Lehrer, wenn er den durch Zufälligkeiten geführten Zickzackgang des freundschaftlichen Gesprächs durch einen systematischen Vortrag ersetzt. Zwar kann ich nicht daran denken, das Gesamtgebiet der malerischen Technik vollständig durchzunehmen, schon deshalb nicht, weil ich noch nicht Gelegenheit gehabt habe, alle bekannten Verfahren persönlich zu erproben. Dann aber ziehe ich auch in Betracht, dass in verschiedenen, zum Teil in jüngster Zeit erschienenen Werken, die chemische Seite der Malerei in vortrefflicher Weise behandelt wird, so dass ich vieles nur wiederholen könnte, was bereits von zuständiger Stelle dargelegt worden ist. Fußnote Besonders empfehlenswert ist Linke, die Malerfarben, Stuttgart, 1904 Ende Fußnote Neben der chemischen Seite der Sache gibt es aber noch eine physikalische und eine physikochemische. Sie werden es natürlich finden, dass ich diese mir wissenschaftlich näher stehenden Betrachtungsweisen auch in meiner Darstellung mehr zur Geltung kommen lasse, als die rein chemische, so bedeutungsvoll diese ist. In der Tat ist diese letztere bereits in den besten Händen. Die Gesellschaft zur Förderung rationeller Malverfahren in München hat schon Erhebliches geleistet und wird noch viel mehr leisten können, wenn sie von der zunächst beteiligten Seite, den Künstlern, nur sachgemäß in Anspruch genommen wird. Eine andere Sorge, die ich Ihnen aussprach, dass ich schließlich doch nur Altbekanntes erörtern würde, haben Sie mit dem Hinweis zu beruhigen gesucht, dass es unter allen Umständen für den ausübenden Künstler ein Vorteil sei, wenn er die Dinge, die er aus täglicher Erfahrung auszuführen gewohnt ist, einmal im Lichte der Wissenschaft erblicke, sei die Rolle der Wissenschaft auch noch so bescheiden. Das kann ich gelten lassen. Ist doch die Wissenschaft überall dazu da, die Praxis zu erleichtern, indem sie erkennen lässt, was wesentlich und was unwesentlich ist. Einen anderen Einwand, der mir gelegentlich aus Künstlerkreisen gemacht worden ist, möchte ich dagegen hier gleich bekämpfen. Es ist dies die Befürchtung, dass durch wissenschaftliche Erörterung die künstlerische Inspiration gehemmt und das Kunstwerk nüchtern gemacht würde. Hier handelt es sich ja doch zunächst nur um das rein Handwerksmäßige der Kunst und es scheint mir gar keinem Zweifel unterworfen, dass ein jeder Künstler umso freier schaffen wird, je sicherer er das Handwerk beherrscht. Auch die Erfahrung spricht dafür. Man braucht nur eine der vielen Veröffentlichungen durchzusehen, in denen wir Nachricht über die Arbeitsweise Böcklins erhalten. Überall tritt die unablässige Übung und Forschung hervor, welcher dieser große Meister der Fantasie an das Handwerk seiner Kunst gewendet hat. Mir ist es gerade umgekehrt unzweifelhaft geworden, dass durch die eingehende Beschäftigung mit dem Material die schaffende Farbenfantasie dieses Künstlers häufige Anregung erhalten hat. So lassen Sie sich denn die nachfolgenden Selbstverständlichkeiten freundlichst gefallen. Die verschiedenen Verfahren der Malerei unterscheiden sich nicht sowohl durch die Natur der angewendeten Farbstoffe als durch die Beschaffenheit der Bindemittel, mittels deren die Farbstoffe, im Allgemeinen pulverförmige feste Körper, auf der Unterlage festgehalten werden. Vom Bindemittel hängt also einerseits die besondere Technik des Auftrags und der weiteren Behandlung ab, andererseits aber auch die Wirkung der Farbe auf das Auge und endlich die Haltbarkeit des erzeugten Bildes. Daher werden wir in der Folge vorzugsweise uns mit den Bindemitteln zu beschäftigen haben. Ohne chemisches Bindemittel werden zunächst alle Zeichnungen im engeren Sinne hergestellt. Man erzeugt sie, indem man mit dem in Stangen oder Stifte geformten Farbstoffe die gewünschten Linien und Flächen ausführt, wobei durch schwächeres und stärkeres Aufdrücken des Stiftes beziehungsweise durch einmalige oder wiederholte Behandlung der Fläche alle Übergänge zwischen der Farbe der Unterlage und der des Farbstoffes hervorgebracht werden können. Damit ein solches Verfahren ausführbar ist, muss zunächst die Unterlage rau sein. Die raue Unterlage wirkt wie eine Pfeile auf den Stift und entnimmt ihm Substanz in Gestalt eines Pulvers, welches an den Stellen liegen bleibt, über welche der Stift geführt worden war. Ob auf solche Weise bereits eine einigermaßen dauerhafte Zeichnung hergestellt werden kann, hängt von der Feinheit des Farbpulvers ab, welches der Stift an die Unterlage abgibt. Ist es sehr fein, so findet jedes Körnchen in den Unebenheiten der Unterlage Unterkunft und Ruhe und wird durch Schütteln, Klopfen, auch Berührung nicht gestört. So verhält sich beispielsweise der Grafit, aus dem die gewöhnlichen Bleistifte bestehen. Da indessen die Körnchen nur frei in den Unebenheiten der Unterlage liegen, nicht aber durch irgendein Klebemittel festgehalten werden, so können sie durch starke oder wiederholte mechanische Beanspruchung verschoben, herausgeworfen, kurz, von ihrem Ort entfernt werden. Die Bleistiftzeichnung ist somit auch dem Verwischtwerden unterworfen. Hierauf beruht die Entfernung der Bleistiftstriche mit Radiergummi. Die weichen Sorten, von dunkler Farbe, wirken aufgrund ihrer etwas klebrigen Beschaffenheit, vermöge deren sie die Körnchen aus ihren Lagen herausholen. Die härteren Sorten enthalten außerdem Beimischungen scharfer Pulver, welche die Unterlage abschleifen, auf der sich die Zeichnung befindet, und so die Körnchen gleichzeitig mit ihren Trägern oder Umgebungen entfernen. Will man eine derartige Zeichnung unverwischbar machen, so muss man jedes Körnchen an der Stelle, an der er sich befindet, festkleben. Dies geschieht durch Übergießen oder Bespritzen mit irgendeinem Klebstoff. Dieser braucht nur in sehr geringer Menge, also in sehr verdünnter Lösung, von 1 bis 5% aufgetragen zu werden, da er nur sehr geringe Mengen des Farbstoffes zu binden hat. Es ist hiernach leicht zu verstehen, dass eine solche Stiftzeichnung umso leichter verwischbar sein wird und daher umso mehr der Fixierung bedarf, je gröber das Farbpulver, je weniger rau die Unterlage und je dicker der Auftrag ist. So ist bereits schwarze oder rote Kreide bedeutend weniger feinkörniger als Grafit und am gröbsten sind die Teilchen der Zeichenkohle, da diese, die aus den verkohlten Wänden der Zellen des Holzes besteht, überhaupt erst durch die feilenartige Wirkung der Unterlage in Pulver verwandelt wird. Die Rolle der Unterlage, als welche fast ausschließlich Papier dient, ist hiernach bei Stiftzeichnungen eine doppelte. Ein gewisser Grad von Rauigkeit ist zunächst notwendig. Je glätter die Oberfläche ist, umso weniger Pulver kann sie abfeilen und umso weniger bietet sie dem Pulver Gelegenheit, sich zu befestigen. Um hier kräftigere Züge zu erzielen, muss man entsprechend stärker aufdrücken, wodurch beide Wirkungen, das Feilen und das Befestigen, verstärkt werden. Somit wird man für die feinsten Pulver, Bleistift, auch noch die glattesten Papiere anwenden können, wenn andere Gründe dafür Anlass geben, und muss für Kreide und Kohle zunehmend rauere Papiere nehmen. Die andere Aufgabe der Unterlage ist, als Träger des fertigen Kunstwerkes zu dienen. Hierzu gehört ein möglichst großes Maß chemischer und mechanischer Widerstandsfähigkeit. Die chemische Widerstandsfähigkeit bezieht sich hauptsächlich auf die Unveränderlichkeit gegen die oxidierende Wirkung des in der Luft enthaltenen Sauerstoffes. Dies ist ein Einfluss, der ohne ungewöhnliche Mittel nicht ausgeschlossen werden kann und der daher stets in Rechnung gesetzt werden muss. Auch in der Folge wird eine immer wiederkehrende Berücksichtigung beanspruchen. Die reine Pflanzenfaser oder Zellulose, aus welcher gutes Zeichenpapier besteht, ist äußerst beständig, ebenso der Leim, mit welchem das Papier gehärtet zu werden pflegt. Dies beweisen uns die viele Jahrhunderte alten Papiere, die wir in Bibliotheken und Archiven vorfinden. Unbeständig ist dagegen der Holzschliff, welcher bei dem riesig gesteigerten Bedarf gegenwärtig den geringeren Papieren zugesetzt wird. Und zwar ist er umso unbeständiger, je weniger chemische Nachbehandlung er erfahren hat. Die chemischen Veränderungen zeigen sich einerseits in der gelben bis braunen Färbung, welche derartige Papiere im Lichte, am schnellsten natürlich in direktem Sonnenlicht, annehmen, andererseits in dem Verlust an Festigkeit. Beide Vorgänge, das Vergilben und das Bröcklichwerden, finden auch ohne die Mietwirkung des Lichtes statt, nur viel langsamer. Der Künstler, welcher möglichst dauerhafte Erzeugnisse herstellen will, wird derartige Papiere sorgfältig meiden. Man kann sie meist erkennen, wenn man einen Streifen des zu prüfenden Papieres wie ein Buchzeichen halb in ein Buch legt und die herausragende Seite den direkten Sonnenlichter aussetzt. Einige Stunden pflegen zu genügen, um die Veränderungen der belichteten Hälfte gegenüber der geschützten, bei verdächtigem Papier erkennbar zu machen. Über die mechanische Widerstandsfähigkeit unterrichtet man sich durch einen Reißversuch, der genügende Auskunft gibt. Blätter, welche bewegt werden, wie in Mappen usw. aufbewahrte, befestigt man auf einer größeren Unterlage von steifem Papier, welche die mechanischen Beanspruchungen zunächst auszuhalten hat. Damit diese Unterlage nötigenfalls gewechselt werden kann, heftet man das Blatt nur so weit an, dass es beim Bewegen keine Falten bekommt, im Notfalle aber ohne Verletzung leicht abgelöst werden kann. Was das Fixiermittel anlangt, so kann, wie erwähnt, so gut wie jeder Klebstoff dienen. Dieser muss in irgendeiner Flüssigkeit aufgelöst sein. Und hier gibt es die beiden größeren Gruppen der wässrigen und nicht-wässrigen Lösungen. Von der Wahl des Lösungsmittels hängt einigermaßen die des Bindemittels ab, da letztere sich nicht in allen Flüssigkeiten gleich gut auflösen. Am wohlfeilsten sind wässrige Fixiermittel. Das beste Bindemittel, was Dauerhaftigkeit und Unveränderlichkeit anlangt, ist Lime, farblose Gelatine, der in ein- bis zweiprozentiger Lösung angewendet werden kann und wegen des Erstarrens der Lösung in der Kälte warm angewendet werden muss. Ebenso gut ist arabisches Gummi. Nur sind hier folgende Umstände zu beachten. Alles Papier wird durch Anfeuchten mit Wasser stark ausgedehnt und bleibt wellig und uneben zurück, wenn man es ohne Sorgfalt trocknet. Ist es an seinen Rändern festgeklebt, aufgespannt, so wird es beim Trocknen wieder eben. Nicht aufgespanntes Papier trocknet gleichfalls eben, wenn man es im feuchten Zustande an einer Ecke aufhängt und frei trocknen lässt. Es erscheint dann allerdings tütenförmig aufgerollt, lässt sich aber vollkommen eben ausbreiten. Eine weitere Eigentümlichkeit des Wassers ist seine große Neigung zur Tropfenbildung, die von seiner großen Oberflächenspannung herrührt. In dieser Eigenschaft übertrifft es alle anderen Flüssigkeiten. Infolgedessen haben wässrige Fixiermittel Neigung auf dem Bilde Tropfen zu bilden, welche sich mit Farbstaub bekleiden, ablaufen und den Farbstoff an falsche Stellen bringen können. Das Mittel, diese Erscheinung zu vermeiden, besteht darin, dass man die Oberflächenspannung möglichst vermindert. Dies geschieht leicht durch Zusätze von Weingeist, 10 bis 30 Prozent. Äther, Seife, Galle und viele andere Stoffe wirken ähnlich, sind aber nicht so gut. Ein mit diesen Stoffen versetztes wässriges Fixiermittel zerfließt auf dem Bilde und zieht sich gleichzeitig mehr oder weniger in das Papier ein, womit der angestrebte Zweck erreicht wird. Aus ähnlichen Ursachen erweisen sich gewisse traditionell gebräuchliche Fixiermittel wie Milchkaffee, abgestandenes Bier usw. als anwendbar. Doch soll man solche Gemenge nie anwenden, da sie überflüssige Stoffe enthalten, welche leicht zu unerwünschten Nebenerscheinungen gelb werden, klebrig bleiben usw. Anlass geben. Nichtwässrige Fixiermittel haben den Vorteil, das Papier nicht auszudehnen. Es kann also hernach ohne besondere Vorsicht getrocknet werden. Man wendet sie daher an, falls man das Blatt nicht aufhängen kann, wie bei Zeichnungen in Skizzenbüchern und dergleichen. Von nichtwässrigen Lösungsmitteln ist als wohlfeilstes und bequemstes der Weingeist zu nennen. Wegen seiner geringen Oberflächenspannung benetzt er leicht die Fläche und dringt in das Innere des Papiers ein. Das Klebemittel, welches hier in erster Linie genannt zu werden verdient, ist der Schellack. Man wendet ihn nach Bedarf in gebleichtem oder auch ungebleichtem Zustand an. Im letzteren Falle wählt man hellfarbige, blonde Sorten. Eine einprozentige Lösung genügt fast immer. Andere Lösungsmittel kommen neben dem Weingeist kaum in Frage, da sie keine Vorzüge und wegen Feuergefährlichkeit, Geruch, Kostspieligkeit und dergleichen häufig große Nachteile haben. Es kann auf ihre Nennung und Beschreibung daher hier verzichtet werden. Das Auftragen des Fixiermittels kann durch Übergießen nur bei solchen Bildern geschehen, die von vornherein ziemlich fest sitzen, so dass die Stäubchen durch die Bewegung der Flüssigkeit nicht fortgeschwemmt werden. In allen anderen Fällen muss das Fixiermittel in Gestalt zahlloser kleiner Tröpfchen aufgestäubt werden. Hierzu dienen die Zerstäuber, die man aus Glas oder Metall in den Handlungen bekommt. Am brauchbarsten sind metallene Zerstäuber in Pumpenform, die man fest auf die Flasche mit dem Fixiermittel aufsetzt. Die kleine Öffnung muss sauber gehalten werden, da sie sich leicht verstopft. Man zerstäubt zu diesem Zwecke nach dem Gebrauche etwas reines Wasser bzw. Weingeist durch den Apparat. Ein Einfluss des Fixiermittels auf die Dauerhaftigkeit des Bildes findet wegen seiner sehr geringen Menge im Allgemeinen nicht statt. Selbst wenn das Bindemittel mit der Zeit durch Zersetzung seine bindenden Eigenschaften verliert, kann schlimmstenfalls nur der Zustand hergestellt werden, in dem sich das Bild vor dem Fixieren befunden hatte. Die einzige Gefahr, welche vermieden werden muss, ist die Färbung des Papiers durch etwaige Zersetzungsprodukte des Bindemittels. Bei Anwendung von reinem Leim, Gummi oder Schellack liegt eine solche Gefahr nicht vor. Unter allen Umständen wird man nie mehr von dem Bindemittel anwenden, als zum Festhalten des Pulvers erforderlich ist. Die notwendige Menge hängt von den Materialien ab und kann leicht durch einige Versuche festgestellt werden. Ende von Erster Brief Zweiter Brief aus Malerbriefe von Wilhelm Ostwald Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Lieber Freund, Sie schreiben mir, ich habe mit großem Vergnügen die Verhältnisse wieder allgemein zusammengefasst gesehen, die wir vorher nach verschiedenen Seiten einzeln besprochen hatten. Dabei ist mir aber eine Frage eingefallen, die ich Ihnen, glaube ich, bereits einmal gestellt hatte, deren Beantwortung ich mich aber nicht mehr erinnern kann. Warum sind die Bleistiftlinien glänzend, während Zeichnungen mit Kreide oder Kohle es nicht sind? Ich beantworte Ihnen diese Frage umso lieber, als Sie einen Punkt berührt, den wir später immer wieder in Betracht zu ziehen haben werden. Er betrifft die Unterscheidung der beiden Arten Licht, welche wir von der Bildfläche bei der Betrachtung empfangen. Um genau zu sehen, um was es sich handelt, bitte ich Sie, ein Stück farbigen Glases zur Hand zu nehmen und das anschaulich zu beobachten, was ich Ihnen beschreiben werde. Wenn Sie sich zum Fenster wenden und die Glasscheibe horizontal unterhalb Augenhöhe etwas vor sich halten, so haben Sie eine Art Spiegel. Sie sehen ein umgekehrtes Bild des Fensters und der daran befindlichen Gegenstände in den natürlichen Farben und von der Farbe des Glases ist nichts zu sehen. Hier wirkt also die ebene Oberfläche des Glases nur spiegelnd, indem Sie das Licht zurückwirft, welches die Oberfläche trifft. Von der eigenen Farbe des Glases kommt nichts zur Wirkung. Nun erheben Sie die Hand mit dem Glase und halten die Scheibe senkrecht zwischen das Auge und das Fenster. Sie sehen nunmehr das ganze Licht, das vom Fenster kommt, in der Farbe des Glases und je nachdem die äußeren Gegenstände heller und dunkler, die im Glase ähnlich oder weniger ähnlich gefärbt sind, beobachten Sie Verschiedenheiten der Lichtstärke. Ist Ihr Glas sehr tief und rein gefärbt, so sind andere Unterschiede nicht sichtbar. Ist es schwach gefärbt, so bleibt noch ein entsprechender Rest von der eigenen Farbe der Gegenstände sichtbar. Diese einfachen und wohlbekannten Erscheinungen sind zwar kein Urphänomen im goetischen Sinne, aber für unsere künftigen Betrachtungen sind sie doch von grundlegender Bedeutung. Sie lehren uns den Unterschied zwischen dem Oberflächenlicht und dem Tiefenlicht kennen. Von allen Flächen, also auch von denen des Bildes, erhalten wir stets beide Arten Licht. Und die Wirkung unserer Bilder beruht auf der Abmessung dieser beiden Lichtarten. Hierbei besteht der Umstand, dass das Oberflächenlicht farblos ist, das heißt, die Farbe des allgemeinen Lichtes im Raume hat. Farbiges Licht können wir nur als Tiefenlicht herstellen und das vom Bilde ins Auge gelangende Licht ist umso tiefer und reiner gefärbt, je mehr das Tiefenlicht das Oberflächenlicht überwiegt. Als sie die farbige Glasscheibe zwischen das Auge und das Fenster hielten, konnte gar kein Oberflächenlicht in ihr Auge gelangen, weil ja die vom Fensterlicht getroffene Oberfläche vom Auge abgewendet war. Daher haben sie so die tiefste und reinste Färbung erzielt, welche ihre Glasplatte herzugeben vermag. Man kann auch Mischungen von Oberflächenlicht und Tiefenlicht herstellen, doch darauf wollen wir erst etwas später eingehen, wenn wir diese Tatsachen zum Verständnis anderer maltechnischer Erscheinungen brauchen. Zunächst wenden wir unsere Betrachtungen auf das Bleistiftproblem an. Der Grafit desselben erweist sich bei mikroskopischer Betrachtung als aus lauter dünnen Blättchen mit ebener und somit spiegelnder Oberfläche bestehend. Beim Zeichnen legen sich die abgeriebenen Teile alle parallel der Oberfläche des Papiers, etwa wie die Schuppen eines Fisches, und bilden so insgesamt eine spiegelnde Fläche, welche bei entsprechender Lage eine Menge Oberflächenlicht zurückwirft und daher glänzt. Die Körnchen der schwarzen Kreide und der Zeichenkohle sind dagegen unregelmäßig gestaltete Bruchstücke, die keinerlei ebene Oberfläche bilden können und daher nicht glänzen. Auch bemerkten Sie in Ihrem Briefe, dass Bleistiftzeichnungen nach dem Fixieren viel weniger glänzen. Dies ergibt sich daraus, dass beim Fixieren das Papier aufquillt. Die einzelnen Fasern heben sich, nehmen eine andere Stellung ein und bringen somit auch die Graphitblättchen aus ihrer parallelen Lage. Die Folge ist eine entsprechende Verminderung des Oberflächenlichtes. Deshalb verändert das Fixieren auch nicht das Aussehen der Kreide- und Kohlezeichnungen, denn hier ist von vornherein keine parallele Stellung vorhanden, die gestört werden könnte. Nun können wir auch mit besserer Rüstung unsere Betrachtung auf die Arten der Maltechnik ausdehnen, die sich an die einfarbige Zeichnung unmittelbar anschließen, die farbige Stiftzeichnung und das Pastell. Die Zeichnung mit farbigen Stiften kann in vielfältiger Gestalt angewendet werden. Unmittelbar an das eben geschilderte Verfahren schließt sich eines, das nach seinem berühmtesten Vertreter die Lennbach-Technik heißen mag. Es kommt darauf hinaus, dass die mit dunklem Stift hergestellte Zeichnung durch Einsetzen einzelner Farben belebt wird. Man kann diese Farben mittels farbiger Stifte, Pastellstifte, auftragen. Doch ist es auch möglich, die Farbe einfach als feines Pulver mit einem Pinsel oder Wischer aufzunehmen und auf das Papier zu übertragen, in dessen Unebenheiten sie mit dem Finger oder anderen Hilfsmitteln eingerieben wird. Das letzte Verfahren ist besser geeignet, große Flächen ohne scharfe Ränder zu behandeln. Ersteres ermöglicht schärfere Zeichnungen. Über das Technische dieses Verfahrens braucht weiteres nicht gesagt zu werden, da es auf ganz denselben Grundlagen beruht wie die einfache Zeichnung. Auch von der Dauerhaftigkeit gilt das Gleiche. Ist das Bild gegen mechanische Unbilden, Reiben, Kratzen, Wischen geschützt, so hängt seine Lebensdauer nur von der Dauerhaftigkeit des angewendeten Farbstoffes und der Unterlage ab. Bei Grafit, Röte, Kreide, Kohle ist diese keinem Zweifel unterworfen. Über die Dauerhaftigkeit anderer Farbstoffe wird später Auskunft gegeben werden. Das Pastell im engeren Sinne unterscheidet sich von der Zeichnung dadurch, dass die farbige Gestaltung des Bildes sich nicht nur zwischen der Farbe des Bildgrundes und der des Zeichenstiftes bewegt, sondern allseitige Freiheit hat. Dies bedingt, dass der Bildgrund mehr oder weniger vollständig mit Farbe bedeckt wird. Man findet hier wie überall Übergänge. Einerseits wird noch die Farbe des Grundes mit benutzt und nur die wichtigsten Teile des Bildes werden vollständig farbig ausgestaltet. Eine Technik, die namentlich beim Bildnis vielfältig angewendet wird. Andererseits wird die ganze Bildfläche farbig gedeckt und man stellt sich wie beim Ölgemälde die Aufgabe, die optische Erscheinung des Dargestellten möglichst vollständig wiederzugeben. Dann kommt die Farbe des Bildgrundes nur sekundär zur Wirkung und darf als solche nirgends erscheinen. Wohl aber kann man sie zweckgemäß hier und da durchschimmern lassen, um besondere Wirkungen zu erzielen. Das Material für die Herstellung der farbigen Pastellstifte ist Kreide, die mit den verschiedenen Farbstoffen vermischt und unter Benützung eines wässrigen Bindemittels Tragantgummi in Stäbchen oder Stifte geformt wird. Das Bindemittel dient nur dazu, dem Farbpulverzusammenhang und die gewünschte Härte für die Handhabung zu geben und hat mit der Bindung der Farbe auf der Bildfläche nichts zu tun. Diese erfolgt zunächst ausschließlich mechanisch in der oben geschilderten Weise, das durch die feilende Wirkung des rauen Bildgrundes der Stift die Farbe in Gestalt von Pulver abgibt, welches an den Unebenheiten des Papiers hängen bleibt. Mit der Aufgabe vollständiger Deckung des Untergrundes tritt nun beim Pastell eine Schwierigkeit auf, die bei der Zeichnung kaum vorhanden ist. Damit die Deckung ausreicht, muss die Schicht des Farbpulvers eine merkliche Dicke haben. Es müssen nicht nur die Vertiefungen in den Unebenheiten des Untergrundes ausgefüllt werden, sondern auch dessen Erhöhungen müssen noch eine Schicht des Farbpulvers tragen. Ferner ist es oft notwendig, dass eine bereits vorhandene Farbe durch eine darüber getragene gedeckt wird. Man erreicht diese Zwecke zunächst durch die Anwendung sehr weicher Farbstifte, indem man dem Farbteig bei der Herstellung nicht mehr Bindemittel zusetzt, als für die Handhabung und die Vermeidung des Zerbrückelns notwendig ist. Ferner aber muss eine Unterlage gewählt werden, welche einen möglichst reichlichen Farbauftrag ermöglicht und ihn auch festhält. Hierzu dienen einerseits filzigweiche Flächen, welche viel Farbe aufnehmen, andererseits rauchharte Flächen, die eine besonders starke Schleifwirkung auf den Stift ausüben. Die Wahl und Herstellung geeigneter Pastellgründe ist von diesen beiden Eigenschaften abhängig. Je nachdem die eine oder andere in den Vordergrund tritt, ergeben sich auch merkliche Verschiedenheiten der Technik. Ein mit solchen Stiften hergestelltes Bild ist zwar sehr empfindlich gegen mechanische Verletzungen, schon der Spaziergang einer Fliege kann den Farbauftrag in Unordnung bringen, es kann aber, wenn solche Störungen durch sorgfältiges Einrahmen unter Glas ausgeschlossen sind, eine sehr große Lebensdauer erreichen. Es wird dies unter anderem durch die Pastelle der Dresdner Gemäldegalerie belegt, welche mehrere Jahrhunderte alt sind. Insbesondere fehlt auch den Altesten Pastellen, ganz und gar der braune Galerieton, der sich an fast allen Oelbildern entwickelt, und ihre Farbenfrische scheint Gänzlich Unberührt von der Zeit zu sein. Dies Rührt daher, dass derartige Bilder aus reinem Farbstoff ohne Bindemittel bestehen. Die Beständigkeit, welche den Farbstoffen für sich oder im gegenseitigen Gemisch eigen ist, kommt auch dem Pastellbilde zu, und die vielfachen Veränderungen, welche die Bindemittel der Tempera und insbesondere der Ölbilder im Laufe der Zeit erfahren und in denen die Ursache des langsamen Untergangs solcher Werke liegt, sind hier ganz ausgeschlossen. Ebenso sind chemische Wechselwirkungen zwischen Farbstoff und Bindemittel sowie mechanische Störungen durch Schollenbildung, Reißen, Abblättern nicht möglich. Da ferner der Farbauftrag im Pastell eine gewisse Dicke hat, so beruht jede einzelne Farbwirkung an den verschiedenen Bildstellen auf der Anwesenheit einer verhältnismäßig großen Menge Farbstoff. Selbst wenn dieser einer langsamen Zerstörung etwa durch den Sauerstoff der Luft unterliegt, so wird es beim Pastell sehr viel länger dauern, bis das Verschwinden des Farbstoffes merklich wird, als beispielsweise bei einem Aquarellbilde, dessen Farbwirkung auf der überaus dünnen Farbschicht beruht, welche als durchsichtiger Hauch über den weißen Untergrund gelegt ist. Dagegen ist allerdings von der anderen Seite hervorzuheben, dass der Farbstoff des Pastells Vermöge seiner pulvrigen Beschaffenheit dem Angriffe des Luftsauerstoffs von allen Seiten ausgesetzt ist. Ist er daher durch diesen angreifbar, so erfolgt der Angriff auch verhältnismäßig schnell. Dies zeigt sich sehr deutlich an den mit lichtempfindlichen Farbstoffen wie Kamin und vielen künstlichen Anilinfarben hergestellten Pastellstiften, welche leider im Handel nicht selten vorkommen. Da es eine genügende Auswahl von Farbstoffen gibt, welche jede Gewerdebeständigkeit bieten, so muss man derartige Stifte von der Anwendung ausser zu Eintagszwecken völlig ausschliessen und im Zweifelsfalle sie einer strengen Prüfung unterwerfen. Hierüber findet sich weiter unten eine Anleitung. Der Grundstoff, welcher dem Pastellstiften zur Erzeugung der helleren Töne in steigender Menge zugesetzt wird, die Schlemmkreide, bietet vom chemischen Standpunkt aus keine Bedenken. Als natürlich vorkommender Stoff steht er in Bezug auf seine Beständigkeit außer Zweifel und seine Zusammensetzung Calciumcarbonat lässt besondere chemische Einwirkung auf die Farbstoffe kaum befürchten. Insbesondere ist Kreide ganz unwirksam gegenüber den anorganischen Farbstoffen, den Oxiden des Eisens, Mangans, Kupfers und so weiter, dem Ultramarin, dem Kobalt, den Chromaten und so weiter. Am ehesten ist noch eine Einwirkung der Kreide auf Preußisch-Blau, das Ferrozyaneisen, zu befürchten, da dieses durch basische Stoffe unter Gelbfärbung, Abscheidung von Eisenoxid, unter Bildung eines anderen Ferrozyansalzes zersetzt wird und der kohlensauere Kalk leicht unter Verlust von Kohlensauere basisch wird. Indessen scheinen die zur Reaktion erforderlichen Bedingungen weder bei der Herstellung der Farbstifte noch bei der Aufbewahrung der Bilder einzutreten, sodass Preußisch-Blau auch für Pastell als ein beständiger Farbstoff angesehen werden kann. Zieht man all diese Umstände in Betracht, so gelangt man zu dem etwas überraschend erscheinenden Resultate, dass in Pastell hergestellte Bilder, wenn sie gegen grobe mechanische Verletzungen durch Glas geschützt sind, so ziemlich die dauerhaftesten Produkte der malerischen Technik sind. Ende von Zweiter Brief Dritter Brief von Malerbriefe von Wilhelm Ostwald Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Abayi im August 2010. Lieber Freund, die Äußerung in Ihrem letzten Schreiben, dass die Pastellmalerei doch nur für wenig ernsthafte Sachen, für halbe Spielereien geeignet sei, hat mich sehr verdrossen. Ich meinerseits halte die Pastelltechnik für die schönste und ausgiebigste von allen, die ich kenne. Es gibt in der Tat nur wenige Aufgaben, die man mit Pastell nicht lösen könnte und dabei gewährt es dem Künstler eine Freiheit wie keine einzige andere Technik. Ich meine, dass aber keiner anderen Technik weniger vom Material abhängig ist, dass es keine gibt, die so weitgehende Änderungen eines halbfertigen Bildes gestattet, dass keine so wenig Rücksicht bei willkürlicher Unterbrechung der Arbeit beansprucht. Dabei gehört sie, wie ich Ihnen schon entwickelt habe, zu den dauerhaftesten, die es gibt. Kurz, wenn ich die Unmöglichkeit vorlege, eine durchsichtige Lasur in Pastell zu machen, würde ich nicht anstehen, es für das vollkommenste aller Verfahren zu erklären. Und selbst dieser Mangel ist nicht sehr empfindlich, seitdem die Maler auf die fast überall vorhandene Wirkung der Lufttrübung und des entsprechenden Luftlichtes aufmerksam geworden sind, der zufolge die mittels durchsichtiger Lasur allein zu erzielenden Wirkungen kaum jemals erforderlich sind. Trübe Lasur ist in Pastell sehr leicht zu erzielen. Da sie außerdem hinzufügen, dass die Auswahl der vorhandenen Farben in den käuflichen Pastellstiften die Ausführung von Landschaften fast unmöglich mache, was ich zuzugeben bereit bin, so werden sie sich schon eine ausführliche Darlegung meiner Pastellerfahrungen gefallen lassen müssen. Was zunächst die käuflichen Stifte betrifft, so leiden sie vor allen Dingen an der Unzuverlässigkeit der benützten Farbstoffe. Hier scheinen die unbeständigen Anilinfarben in besonders umfangreichem Maße eingedrungen zu sein und der Künstler, dem es auf die Dauer seiner Produkte ankommt, wird daher gut tun, sich seine Pastellstifte selbst zu machen und zwar aus den rohen Farben, wie sie jeder Tüncher braucht. Dies ist eine leichte und vergnügliche Arbeit. Ich habe sie anfangs nur getan, um die blaugrauen und grüngrauen Mischtöne zu haben, die ich für meine Landschaften brauchte. Später aber habe ich mir meinen ganzen Bedarf selbst gemacht. Das Verfahren ist sehr einfach. Man braucht zunächst eine Reibschale von 12 bis 15 Zentimetern Durchmesser und einen Vorrat von gewöhnlicher weißer Schlemmkreide. Dann werden 10 Gramm Tragantgummi mit einem halben Liter Wasser in die Wärme gestellt. Über Nacht ist das Ganze zu einer galärtartigen Masse geworden, die als Bindemittel dient. Wir nennen diese Lösung A. Für die an Kreide reichen Stifte, das heißt die meisten, die man macht, ist dies Bindemittel A meist zu stark. Man verdünnt je einen Teil davon mit einem und mit drei Teilen Wasser. Die erste dieser Verdünnungen heiße B, die andere mit drei Teilen Wasser C. Die unverdünnte Masse A ist für Metallfarben Chromgelb, Roten und Grünen Zinnober und dergleichen gerade recht. Ockerfarben brauchen die Lösung C oder noch eine verdünntere. Frankfurter Schwarz desgleichen. Da aber die unter gleichem Namen verkauften Farben oft recht verschieden sind, so wird man einige Vorversuche mit den verschiedenen Lösungen machen müssen, ehe man sein Material von erwünschter Härte oder Weichheit erhält. Um die Sache kennenzulernen, macht man sich zunächst einige weiße Stifte. Man bringt etwa 50 Gramm Kreide in die Reibschale, gießt von der verdünnten Tragantlösung C etwa 13-15 Kubikzentimeter dazu und verarbeitet beides mit dem Pistil zu einem Teig von der Weichheit des Glaser Kits. Ist die Masse zu dünn, sodass sie fließt, so setzt man Kreide zu. Im anderen Falle Wasser. Nach einigen Minuten hat man eine gleichförmige Masse, die man hernach nur zu formen braucht. Dies kann durchaus rollen mit der Hand auf einer Unterlage von Zeitungs- oder Löschpapier geschehen. Schönere Stangen aber erhält man, wenn man den Teig aus einer Art Spritze mit etwa Bleistift weiter Öffnung presst. Ich habe mir meine Spritze aus einer dienstfreien Radfahrluftpumpe gemacht und damit tausende von Stiften gepresst. Die erhaltenen Würste lässt man trocknen und zwar ist es gut, wenn dies unter mäßiger Erwärmung abgestufter Farbstifte zum Beispiel Ultramarin machen. Hierzu wird zunächst in der beschriebenen Weise eine größere Menge des weißen Kreideteiges auf Vorrat gemacht. Dann nehmen wir 50 Gramm Ultramarin und machen unter Zusatz des mittleren Bindemittels B die Masse für die dunkelsten Stifte. Sind diese geformt, so stellen wir die gleiche Menge der Masse nochmals her, nehmen sie aus der Reibschale Die eine Hälfte kommt in die Reibschale zurück. Hierzu fügt man eine gleiche Menge der weißen Masse und verarbeitet nun beides so lange, bis alle Streifen und Flecken verschwunden sind, was auch nur wenige Minuten beansprucht. Die Masse wird in Stifte geformt und bildet den zweiten, helleren Ton. Von dem Rest der reinen Ultramarin Masse nimmt man wieder die Hälfte und fügt so viel weiße Masse dazu, dass wieder die gleiche Gesamtmenge entsteht. Das heißt, Ultramarin bildet ein Viertel, die Kreide drei Viertel der Menge. Dies gibt nach dem Vermischen den dritten Ton. So fährt man fort, indem man immer die Hälfte des noch übrigen Ultramarins nimmt und sie mit Weiß auf 50 Gramm ergänzt. Zwischen dem siebenten und zehnten Ton wird man die Färbung der Masse so gering finden, dass eine weitere Verdünnung den Farbstoff nicht mehr erkennen lässt. Dann ist die Arbeit beendet. Man kann natürlich auch die Farbe und die Kreide in den angegebenen Verhältnissen trocken abwägen und dann das Bindemittel zusetzen. Dann muss man aber dieses gleichfalls nach dem Verhältnis zwischen Kreide und Farbe mischen, also für die erste Abstufung Ultramarin 1,5B und 1,5C für die zweite 1,4B und 3,4C Die übrigen Mischungen, die vorwiegend aus Kreide bestehen, kann man dann mit C allein ansetzen, da der kleine Fehler nicht viel ausmacht. Doch habe ich das erste Verfahren zweckmäßiger gefunden. Es ist wesentlich, dass man die Mengen des Farbstoffes wie angegeben abstuft, dass für jede folgende Mischung immer derselbe Bruchteil von dem in der vorigen enthaltenen Farbmenge genommen wird. Es ist dies ein Ausdruck des allgemeinen Gesetzes, dass unser Auge wie die anderen Sinnesapparate nicht gleiche Differenzen, sondern gleiche Verhältnisse als übereinstimmende Abstufungen empfindet. Auch wird man finden, dass in den so enthaltenen Reihen wirklich die Stufen der Helligkeit oder Sättigung gleich weit voneinander entfernt erscheinen. In gleicher Weise verfährt man mit allen Farben, die man anwenden will. So erhält man in kurzer Zeit eine große Reihe von Farbstiften. Auch wird man bei der Leichtigkeit der Herstellung es bald bequem finden, allerlei Mischungen, vor allen Dingen solche von Ultramarin mit Schwarz, in gleicher Weise wie die reinen Farbstoffe zu behandeln. Hier gibt das persönliche Bedürfnis des Künstlers sehr bald die Richtung an, in welcher neue Versuche zu machen sind. Man merke sich die Regel, dass die Farbe auf dem fertigen Bild so aussieht wie das trockene Gemisch der Farbpulver. Beim Befeuchten mit dem Bildemittel tritt eine Verdunkelung der Farbe ein, die beim Trocknen wieder verschwindet und daher nicht in Betracht kommt. Was nun das Malen mit diesen Stiften anlangt, so kommt sehr viel auf die Wahl des Papiers an. Während die bisherige Anwendung des Pastells zu leichten skizzenartigen Bildern in dieser Beziehung keine besonderen Anforderungen stellt, muss man, wenn man Gemälde mit voller Bildwirkung herstellen will, ein Papier wählen, welches eine recht dicke Schicht des Farbpulvers festhält. Für diesen Zweck habe ich bisher nichts besseres käuflich gefunden als das Pyramiden Kornpapier und zwar nur Korn Nummer 3 von Schäufelen in Heilbronn. Man kann sich auch selbst ebenso geeignete Gründe herstellen, doch will ich hierauf noch nicht eingehen. Man trägt auf dieses Papier die Farben in breiten Flächen ohne jede Rücksicht auf Aussparen, reibend und zeichnend auf und zwar nimmt man für große Flächen die Breitseite des Stiftes. Übergänge entstehen sehr leicht durch grobes übereinander zeichnender Farben und nachmaliges Verreiben mit dem Finger, den man allenfalls durch eine Gummikappe schützen kann. Hat man die großen Flächen angelegt, so kann man die Einzelheiten nach Bedarf derart hineinsetzen, dass man an den erforderlichen Stellen zunächst die vorhandene Farbe mit einem trockenen Borstpinsel von entsprechender Größe fortkehrt, was gar keine Schwierigkeit macht. Auf dem Grunde stehen dann die hineingezeichneten Farben wie auf reinem Papier. Auf gleiche Weise kann man ganze missfällige Partien beseitigen. Um eine Anschauung von der Freiheit der Arbeit zu geben, will ich erwähnen, dass ich neulich auf einem Papier, das einigen besuchenden Damen als Grundlage für Grundlage gedient hatte und auf dem hernach noch mein kleiner Sohn sein Urteil über die erzielten Leistungen schriftlich niedergelegt hatte, ein Bild ausgeführt habe, das, wie es auch sonst geraten sein mag, von der vorangegangenen Misshandlung jedenfalls nichts mehr erkennen lässt. Der Haupteinwand, den man gegen diese schöne Technik erhebt, ist der des Fixierens. Man muss zugestehen, dass jedes Fixiermittel das Bild etwas verändert, indem dies ein wenig dunkler und wohl auch derber wird. Überlegt man aber, dass es keine Technik gibt, bei welcher Nicht-Verschiedenheiten zwischen dem Aussehen der Farbe unmittelbar beim Auftragen und nach dem Fertigstellen beständen, so liegt hierin zunächst kein ausschliesslicher Fehler der Pastelltechnik. Da ferner bei der Leichtigkeit, mit welcher sich Übergänge herstellen lassen, das Pastell ohne dies die Gefahr weichlicher Arbeit mit sich bringt, so wird man in diesem natürlichen Härterwerden gleichfalls keinen Nachteil erblicken. Ich habe mancherlei Versuche mit Fixiermitteln angestellt und gedenke sie noch fortzusetzen. Vorläufig will ich das Verfahren mitteilen, das ich bisher als das Beste bezeichnen muss. Man übergießt 15 Gramm käufliches Casein mit 3 Viertel Liter Wasser, in dem 10 Gramm kohlensaures Ammoniak aufgelöst worden sind und stellt die Masse nach ordentlichem Umschütteln in mäßige Wärme. Das Casein zergeht bald zu einer trüben Flüssigkeit. Ist dies geschehen, so setzt man ein Viertel Liter gewöhnlichen Weingeist dazu. Wenn man den Geruch nicht scheut, kann man denaturierten Brennspiritus nehmen, andernfalls nimmt man reinen Weingeist. Man setzt den Spiritus einzelnen kleinen Mengen zu und schüttelt jedes Mal ordentlich um, damit sich das Casein nicht in Klümpchen wieder ausscheidet. Damit ist das Fixiermittel fertig. Beim Aufbewahren entsteht meist ein weißer Niederschlag. Man gießt die darüber stehende Flüssigkeit für den Gebrauch ab, ohne den Absatz aufzurühren. Für die Anwendung wird sie auf das fertige Bild mit dem Zerstäuber aufgetragen. Man hat gut Acht zu geben, dass sich nirgends Tropfen bilden, welche die Oberfläche entlang fließen. Wo dazu Gefahr vorhanden ist, nimmt man die Flüssigkeit durch Aufdrücken von Löschpapier fort. Ein gewöhnlicher Löschdrücker leistet hierfür gute Dienste. Ist alles gleichförmig befeuchtet, was man an der dunklen Farbe und beim seitlichen Daraufsehen an dem beginnenden Glanz erkennen kann, so lässt man das Bild an einer Ecke aufgehängt trocknen. Noch besser ist, sich das Papier von vornherein auf starke Pappe zu kleben, weil dadurch sowohl das Malen wie das spätere Einrahmen bedeutend erleichtert wird. Nach dem Trocknen wird man das Bild nur wenig verändert finden, umso weniger, je verdünnter das Fixierwasser war. Wo der Farbauftrag nachlässig und unvollständig gewesen ist, tritt dies deutlicher hervor. Außerdem wird der Kundige einiges von dem weichen Summit Glanz des unberührten Pastells vermissen. Nun besteht aber nicht die geringste Schwierigkeit auf dem getrockneten Bilde ohne Vorbereitung mit Pastell weiterzuarbeiten und man kann mit kurzer Mühe wieder den Charakter des unberührten Pastells herstellen, indem man die gemalten Flächen mit den vorher angewendeten Stiften nochmals übergeht und die zu Tage getretenen Lücken ausfüllt. Ein zweites, nötigenfalls ein drittes Fixieren gibt den später aufgetragenen Farben Halt und das fertige Bild ist nach wiederholtem Fixieren so fest, dass man es abwischen und sogar mit Brot abreiben kann, ohne dass es leidet. Es hat in diesem Zustand eine größere Haltbarkeit als Wasserfest Ist das Bild zur Einrahmung bestimmt, so wird man vielleicht besser tun, das letzte Fixieren zu unterlassen, zumal wenn es sich um ein Kunstwerk von mehr zartem und weichem Charakter handelt. Hinter Glas ist ein derartiges Bild von einer Dauerhaftigkeit und Unveränderlichkeit, welche weit über die von Ölgemälden hinausgeht. Die Schönheit und Reinheit der Farben ist in der Öltechnik gleichfalls unerreichbar. Ein Bedenken ist noch zu erwähnen. Das erforderliche Papier ist bisher höchstens in Bogen von 62 x 96 cm zu erhalten. Dies wäre also das größte Format, das man für seine Bilder zur Verfügung hätte. Nun ist es aber nur eine Frage des Bedarfs, dass auch entsprechend größere Formate hergestellt werden. Auch gedenke ich später Mittel anzugeben, durch welche man sich Gründe von beliebiger die Summe, so hat das Pastell folgende Vorzüge. Man kann sich die Farben selbst herstellen, hat also die größtmögliche Sicherheit dafür, dass man wirklich geeignetes und dauerhaftes Material verwendet. Das fertige Bild ist weder dem Nachdunkeln noch der Schollen Bildung, dem Reißen, dem Blindwerden und wie die unzähligen Krankheiten der Ölbilder sonst heißen mögen unterworfen. Vielmehr sichert die Technik bei nachmaligem Fixieren dem fertigen Bilde die größte Dauerhaftigkeit, die mit den zur Zeit bekannten Verfahren überhaupt erreichbar ist. In ihrer Ausführung ist die Pastelltechnik freier als jede andere. Sie gestattet die weitestgehenden Umänderungen am ausgeführten Bilde, ohne dass irgendwelche Gefahren des Reißens, Durchschlagens und so weiter wie bei Ölbildern entstehen. Auch am fertigen Bilde lassen sich nachträglich noch beliebige Umänderungen vornehmen, ohne dass sich Unterschiede zwischen dem früheren und dem späteren Auftrage ausbilden. Man kann mit einem Wort jederzeit aufhören und jederzeit wieder anfangen. Andererseits macht das Eindecken beliebig großer Flächen mit einem gleichförmigen Tone gar keine Schwierigkeiten, da man eben nur einen und denselben Stift zu benutzen hat. Ebenso wenig technische Schwierigkeiten entstehen bei der Herstellung von verlaufenden Übergängen wie beim Himmel in Landschaften. Da jede Farbe rein vom Stift auf das Bild gelangt, so ist ein Verschmutzen, wie es durch Farbreiste im Pinsel, durch Aufrühren des Grundes usw. bei anderen Verfahren entsteht, gar nicht möglich. Da keine Bindemittel mit größerer oder kleinerer Trockendauer vorhanden sind, so macht es keinen Unterschied, ob man irgendeine Stelle in einem Zuge oder in verschiedenen Unterbrechungen herstellt. Merkt man sich den benützten Stift, so kann man nach beliebiger Zeit den gleichen Farbton an den vorhandenen ansetzen, ohne dass die kleinste Spur einer Fuge erscheint. Endlich kommt kein stark riechendes oder die Kleider befleckendes Malmittel zur Anwendung. Der Staub, der beim Arbeiten mit Pastell gebildet wird, kann in seiner Wirkung dadurch unschädlich gemacht werden, dass man während der Arbeit unter dem Bilde eine Rinne aus Blech oder Pappe von einigen Zentimetern Breite anbringt, in welcher er sich sammelt. Damit er nicht bei der Arbeit auf der Bildfläche haften bleibt, muss man das Malbretter ein wenig nach vorn überneigen. Die Finger werden freilich schmutzig, da man bald auf alle Schutzvorrichtungen dagegen wegen der Behinderung der flotten Arbeit verzichten wird, doch sind die Farben von der Beschaffenheit dass sie sich sehr leicht abwaschen lassen. Damit die Hände vom häufigen Waschen und dem Kreidestaub nicht rau werden, reibt man sie von Zeit zu Zeit mit Bohrlanolin ein. Aber ich muss aufhören, denn wenn ich anfange das Lob des Pastells zu singen, so finde ich so bald kein Ende. Haben Sie sich nun überzeugt, dass man das Pastell auch ernst nehmen kann? Ende von Dritter Brief ohne Schwierigkeit gelungen sei, dass sie aber nicht wüssten, welche Farbstoffe sie anwenden müssen, um damit recht dauerhafte Bilder zu erzielen. Die Antwort will ich so kurz und bestimmt als ich kann zu geben mich bemühen. Allerdings ist damit noch nicht alles getan, denn die leidige Farbenschmiererei, das heißt die Verfälschung der reinen Farbstoffe durch Zusätze, welche sie billiger oder machen sollen, ist außerordentlich verbreitet und gegen unzuverlässige Farben schützt es natürlich nicht, wenn man Farbstoffe, die lichtecht sind, als reine kauft und dafür verfälschte erhält. Indessen gibt es glücklicherweise ein ziemlich einfaches Mittel, um viele Verfälschungen, insbesondere Schönungen mit Tearfarbstoffen zu erkennen. Diese sind nämlich in Wasser- oder Weingeist meist löslich, während die für uns in Betracht kommenden Farbstoffe es nicht sind. Sie legen daher die auf Tearfarbstoffe zu untersuchende Farbprobe Ich Ich nehme Hammer, die Farbstoffe in Pulverform vorliegen auf einige Lagen von weißem Lösch- oder Filtrierpapier in Gestalt eines oben eingedrückten Häufchens und tropfen nun in die obere vertiefung so viel wasser daß es durch das häufchen sich in das unterliegende papier zieht dann untersuchen sie das naßgewordene papier und sie werden leicht erkennen ob ein gelöster farbstoff durchgedrungen ist denn sie sehen ihn nicht nur auf der rückseite des obersten papiers sondern auch auf den darunterliegenden papieren den gleichen versuch machen sie mit weingeist einen dritten mit einem gemisch von weingeist und etwas ammoniak wenn in allen fällen die flüssigkeit umgefärbt sich in das papier zieht dürfen sie mit einiger wahrscheinlichkeit auf die abwesenheit von terfarbstoffen schließen allerdings ist der schluss nicht vollkommen sicher denn manche terfarbstoffe den gestalt unlöslicher lacke zugesetzt waren verraten sich auf solche weise nicht da muss die versuchsanstalt der gesellschaft zur förderung rationeller malverfahren in münchen oder ein ähnliches fachlaboratorium heran als völlig lichtechte farbstoffe sind zunächst die verschiedenen ocker arten zu bezeichnen deren färbender bestandteil eisenoxid oder dessen hydrat ist ersteres hat eine rote letzteres eine gelbe farbe und geht durch erhitzen oder brennen in das rote oxyd über je nachdem die erhitzung schwächer oder stärker ist erhält man lebhaft gelbrote bis violettrote farben erstere heißen englisch rot letztere kaput mortum die beide aus eisenoxid bestehen auch terra di siena ist ein eisenhaltiger ocker für pastel sind die ocker sowie terra di siena insofern unbequem als sie meist durch ihren tongehalt bereits ohne jedes bindemittel so feste stifte geben dass man mit ihnen nicht mehr gut arbeiten kann es empfiehlt sich daher an ihrer stelle das reine künstlich hergestellte eisenoxid hydrat und eisenoxid zu benutzen die gleichfalls sehr wohlfeil sind ersteres bindet gleichfalls bereits ohne bindemittel meist genügend oder kann mit sehr wenig tragant gebunden werden und auch das rote eisenoxid wird man mit der schwächsten tragant lösung c genügend festmachen können die dunkleren sorten kaput mortum brauchen mehr tragant englisch rot enthält oft lösliche stoffe durch die es stark zusammenwackt man muss es dann durch wiederholtes ausziehen mit heißem wasser reinigen die in den verschiedenen ockern vorhandenen nuancen erzielt man leicht durch mischen von gelbem und rotem eisenoxid und sie werden es bald bequem finden sich einige reihen davon herzustellen als schwarzer farbstoff dient frankfurter schwarz das gleichfalls vollkommen zuverlässig ist die feineren in hütchen brauchen sehr wenig tragant die gröberen mehr bis zur lösung b aus diesem und den eisenoxiden mischen sie sich ferner eine anzahl brauner farben gelbes eisenoxid und frankfurter schwarz geben ein für landschaften sehr brauchbares grün grau vollkommen zuverlässig ist ferner ultramarin das sie mit der tragant lösung b binden aus ultramarin und frankfurter schwarz machen sie drei oder vier reihen blau grau nach wechselnden verhältnissen die sie sowohl in der landschaft wie im bildnis sehr brauchbar finden werden mit kaputt murrtum erhalten sie violettgraue farben die ihnen gleichfalls willkommen sein werden gleichfalls vollkommen zuverlässig sind die verschiedenen chromoxide welche lebhaft bis mattgrüne farbstoffe sind hier müssen sie sich aber vor täuschung in acht nehmen denn als chromgrün erhält man gegenwärtig oft den sogenannten grünen zinnober dessen dauerhaftigkeit auf einer etwas niedrigeren stufe steht weiter ist ganz zuverlässig das kobaltblau und die anderen kobalthaltigen farbstoffe wie tenazblau und rinnmannsgrün die indessen seltener vorkommen wie sie sich bei der herstellung von pastellstiften verhalten müssen sie selbst erproben denn ich habe noch keine erfahrung mit ihnen gemacht ich wende sie nicht an weil ihr aussehen sich bei künstlichem lichte sehr stark ändert was von dem großen anteil rot herrührt das in ihrer farbe enthalten ist auch der sogenannte gelbe ultramarin barium chromat ein schwefelgelber farbstoff von großer reinheit der färbung ist als ganz zuverlässig zu bezeichnen er empfiehlt sich namentlich zur herstellung lebhaft grüner farben durch mischung mit preußisch blau worüber ich unten mehr sagen will wir kommen zu einer reihe von farbstoffen die man noch als brauchbar bezeichnen kann deren dauerhaftigkeit aber aus allgemeinen gründen niedriger eingeschätzt werden muss ich wende sie ohne bedenken an denn die ungünstigen umstände unter denen sie sich als unhaltbar erweisen würden treten so selten ein dass ich es daraufhin wage abgesehen davon dass mir die ewigkeit meiner werke nicht allzu sehr am herzen liegt hier ist zunächst als fast unentbehrlicher farbstoff preußisch oder pariser blau zu nennen nach meinen bisherigen erfahrungen hält er sich in pastell gut der reine farbstoff ist viel zu dunkel und auch wegen seiner mechanischen eigenschaften nicht geeignet um in stifte geformt zu werden man versetzt ihn schon für den dunkelsten ton mit seinem mehrfachen gewicht kreide die geringeren sorten berliner blau pflegen bereits große mengen derartiger zusätze zu enthalten diese benutzt man nicht sondern kauft die dunkelste und daher teuerste sorte die pariser blau genannt wird und die umso mehr kreide verträgt bindemittel ist sehr wenig erforderlich lösung c zu mischungen wird preußisch blau sehr viel gebraucht mit gelbem eisenoxid erhält man grüne farben die für die landschaft ausgezeichnet sind und die eine sehr große dauerhaftigkeit besitzen mit schwarz entsteht ein etwas grünliches blau grau ebenso kann man mit den weiter unten zu erwähnenden gelben farben verschiedene grüne erhalten ein anderer wertvoller blauer farbstoff ist indigo und zwar benutze ich am liebsten den in teigform erhältlichen künstlichen indigo der badischen anilin und soda fabrik der mit dem dreifachen gewicht kreide und sehr wenig bindemittel den dunkelsten ton liefert dessen hellere abstufungen für fernen sehr gut zu verwenden sind mit gelben farbstoffen erhält man stumpfe grüne mit roten gute violette mischungen lebhafte rote farbstoffe von vollkommener dauerhaftigkeit besitzen wir nicht wohl aber eine anzahl in der zweiten garnitur kamin ist ganz unecht dauerhaft ist dagegen krabblack oder stattdessen der ebenso zuverlässige alizarinlack der badischen fabrik dieser gibt mit ultramarin ein prachtvolles mit indigo gutes violett im reinen zustande gibt er durch die beimischung des weiß ein bläuliches rosa gleichfalls zur zweiten garnitur gehören die metallfarben zinnober menninge und chromrot von ersterem sind die dunkleren sorten am zuverlässigsten doch läuft man immer die gefahr dass er im starkem lichte grau wird menninge ist im starkem lichte nicht dauerhaft dunkelt auch an schwefel wasserstoffhaltiger luft beide farbstoffe brauchen sehr viel bindemittel ein dunkleres lebhaftes rot ist das chromrot basisches bleichromat das nach meinen erfahrungen im pastell sehr haltbar ist wahrscheinlich ist es das dauerhafteste von den dreien doch würde ich im allgemeinen keine bedenken tragen sie alle anzuwenden nur wird man gut tun sie in mischungen so weit als möglich durch andere farbstoffe von zweifelloser dauerhaftigkeit zu ersetzen endlich ist hier das chromgelb bleichromat zu nennen das wenn es nicht mit schwefel wasserstoffhaltiger luft in berührung kommt sich mir im pastell als dauerhaft erwiesen hat auch ist jene gefahr offenbar nicht allzu groß meine bilder befinden sich in dem neben dem laboratorium stehenden wohnhause und ich habe zuweilen die anwesenheit jenes gases zu beklagen eine einwirkung auf das chromgelb aber habe ich noch nicht wahrgenommen chromgelb wird in verschiedenen tönen als helles und dunkles sowie als chromorange hergestellt alle diese farben sind lebhaft und schön doch ist es gut ihre anwendung auf das unentbehrliche zu beschränken da sie bleihaltig sind und der entsprechende staub als gesundheitsschädlich bezeichnet werden muss ich glaube dass sie in pastell vollständig durch barium oder strontium chromat ersetzt werden können doch sind die letzteren farben im handel noch kaum zu haben zinkgelb das gegenwärtig viel anstelle des chromgelbs gebraucht wird hat die für pastell nicht willkommene eigenschaft dass es an wasserlösliche salze abgibt und muss daher vermieden werden aus preußisch blau mit blei und zinkgelb sind die verschiedenen grünen farben hergestellt die unter zahllosen namen wie grüner zinnober chromgrün zinkgrün ölgrün und so weiter in den handel kommen und die außerdem farblose zusätze aller art enthalten es ist für den maler wohl am zweckmäßigsten sich diese gemische selbst herzustellen und zwar womöglich nicht mit dem bleihaltigen chromgelb sondern mit baritgelb gelbem ultramarin oder mit strontiumgelb solche grüne farben sind in hohem maße beständig hiermit ist die reihe der anzuwenden farben so ziemlich erschöpft nicht dass nicht noch einige dauerhafte farbstoffe vorhanden wären sie sind aber mehr oder weniger entbehrlich das heißt sie lassen sich in ihrer farbigen wirkung durch mischung der genannten stoffe nachbilden oder ersetzen alle die genannten farben lassen sich beliebig miteinander vermischen und beeinflussen sich gegenseitig nicht denn da im pastell die einzelnen farbkörnchen ohne innige berührung nebeneinander liegen und kein bindemittel den möglichen verkehr zwischen ihnen vermittelt so sind gegenseitige chemische beeinflussungen viel mehr ausgeschlossen als beispielsweise in der ölmalerei endlich will ich noch erwähnen dass es bequem ist außer den hellen abtönungen der farben mit kreide noch einige dunkle mit frankfurter schwarz herzustellen man verfährt hierbei nach dem gleichen schema wie mit kreide wird aber mit drei mischungen meist sein auskommen finden so damit habe ich ihnen das nötigste mitgeteilt wollen sie eingehendere kenntnisse der farbstoffe gewinnen so können sie dazu das sehr empfehlenswerte werk von linke die maler farben stuttgart 1904 benutzen schließlich gebe ich ihnen noch das allgemeine verfahren an farbstoffe für pastell auf ihre lichtechtheit zu prüfen sie überziehen einfach ein pastell papier gleichförmig mit der betreffenden farbe wozu sie am besten einen mittleren ton wählen fixieren den auftrag und setzen ihn so dem lichte aus dass die eine hälfte geschützt bleibt wenn sie einen fotografischen kopierrahmen haben so legen sie die gefärbten schnitzel darunter nachdem sie die hälfte mit schwarzem papier bedeckt haben zur not tut es auch ein zusammengelegter pappdeckel aus dem die papiere halb hervorragen stellen sie die versuche im sommer bei kräftigem sonnenlichte an so gewährt ihnen bereits eine versuchsdauer von einigen tagen eine genügende auskunft indem sie etwaige durch die lichtwirkung entstandene veränderungen gegenüber dem geschützten teil leicht erkennen werden bei der ausführung der versuche müssen sie nur darauf achten dass sie sich nicht etwa durch das vergilben des papiers täuschen lassen das bei schlechtem material gleichfalls sehr schnell im sonnenlichte eintritt Ende von brief 4 fünfter brief von maler briefe von wilhelm ostwald diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von abai im september 2010 lieber freund ihr herr kollege hat zu früh triumphiert es ist allerdings vollkommen richtig dass meine letzten briefe ausschließlich praktische anweisungen und rezepte geben ich habe aber theoretische erläuterungen nicht deshalb vermieden weil ich sie nicht zu geben wüsste sondern weil mir daran lag leser wie ihr herr kollege einer ist davon zu überzeugen dass theoretische kenntnisse kein hindernis für die ausarbeitung praktischer vorschriften sind ich muss im gegenteil betonen dass alle meine anweisungen auf theoretischen grundlagen beruhen ja dass ich die einzelnen seiten des verfahrens nach theoretischen überlegungen aufgesucht und verbessert habe und zum nachweise hiervon will ich die einzelheiten unter allgemeinen gesichtspunkten nochmals erörtern wir beginnen mit der tatsache dass die pastellfarbe deckende eigenschaften hat das heißt dass ein auftrag von pastellfarbe die darunterliegende farbe sei es des grundes sei es eines früheren auftrages von farbstoff mehr oder weniger vollständig zudeckt so dass nur oder fast nur die oberhalb liegende farbschicht das aussehen der stelle bestimmt die theorie des deckens ist von größter wichtigkeit für die beurteilung der meisten verhältnisse in der malerei auch bei anderen techniken und ich erbitte mir daher für sie alle ihre aufmerksamkeit zunächst seien die erscheinungen bei weißen farbstoffen erklärt alle weißen farbstoffe also auch die schlemmkreide bestehen aus sehr kleinen körnchen eines stoffes welcher an sich farblos und durchsichtig ist dass farblos durchsichtige stoffe durch feine zerteilung undurchsichtig weiß werden ist eine sehr leicht zu beobachtende tatsache schnee besteht aus kristellchen des durchsichtigen eises der weiße schaum der meereswogen besteht aus plättchen durchsichtigen wassers doch ist die feine zerteilung nicht allein die ursache der weißen farbe sondern daneben ist notwendig die gleichzeitig vorhandene häufige abwechslung zwischen zwei farblosen stoffen von sehr verschiedener lichtbrechung wie eis beziehungsweise wasser und luft mischt man zum beispiel glas pulver welches aus gleichem grunde weiß und deckend ist mit einem stoffe von annähernd gleicher lichtbrechung wie terpentin öl so erhält man ein fast durchsichtiges gemenge welches nicht mehr deckt die ursache dieser verschiedenheiten liegt in der spiegelung oder zurückwerfung des lichtes um selbst zu sehen um was es sich hierbei handelt nehmen sie eine gewöhnliche farblose glastafel zur hand und beobachten sie die nachfolgenden erscheinungen wenn sie dem fenster den rücken wenden und die glasplatte aufrecht und etwas seitlich halten so werden sie bald ein spiegelbild des fensters erblicken das von der vorderen oberfläche des glases zurückgeworfen wird dieses bild ist nicht so hell wie eines in einem wirklichen spiegel und sie erkennen daraus dass nicht alles licht von der oberfläche des glases zurückgeworfen wird ein teil dringt auch in das innere des glases denn bei einiger aufmerksamkeit werden sie auch ein zweites gegen das erste ein wenig verschobenes spiegelbild des fensters erblicken welches noch schwächer ist dies entsteht durch das licht welches in das glas eingedrungen und an der hinteren fläche des glases zurückgeworfen ist indessen ist auch dort wo die beiden spiegelbilder übereinander liegen das bild lange nicht so hell wie in einem wirklichen spiegel und daraus folgt dass außerdem noch ein teil des lichtes durch das glas gegangen ist dass dieser teil sogar der größte ist erkennen sie wenn sie sich dem fenster zu wenden und die glasscheibe zwischen das auge und das fenster bringen der von der glasscheibe optisch bedeckte teil des fensters ist nur wenig dunkler als der freie nehmen sie nun statt der einen glasscheibe einen ganzen stoß aufeinander liegender scheiben so werden sie leicht erkennen dass das gespiegelte licht stärker das durchgelassene demgemäß schwächer wird die spiegelung in einem solchen stoß namentlich wenn die einzelnen scheiben recht dünn und klar sind gewinnt einen metallischen charakter das heißt das licht wird bedeutend vollständiger zurückgeworfen dies ist leicht zu verstehen denn von dem lichte das durch die erste scheibe gegangen ist wird ein teil von der zweiten zurückgeworfen und die dritte tut das gleiche mit dem noch weitergegangenen je mehr scheiben übereinander liegen umso mehr licht wird also zurückgeworfen und umso weniger kann durchgehen schließlich kann man sich vorstellen dass wenn das vorhandene glas in unbegrenzt viele unbegrenzt dünne platten gespalten würde gar kein licht mehr durch könnte weil alles zurückgeworfen wird man kann dies nahezu erreichen wenn man ein klares stückchen glimmer stark erhitzt hierbei springt das mineral in zahllose dünne blättchen die locker aneinander haften und man erhält eine silberartige aussehende platte die sehr stark das licht zurückwirft aber keines mehr durchlässt nun machen sie aber einen hauptversuch teilen sie ihren stoß glasplatten in zwei gleiche hälften und legen sie die platten der einen hälfte aufeinander nachdem sie jede von ihnen mit wasser benetzt haben in diesem stoße werden also die einzelnen platten voneinander nicht durch luft sondern durch wasser getrennt sein sie sehen auf den ersten blick dass der nasse stoß viel mehr licht durchlässt und viel weniger spielt als der trockene damit ist vergleichbar dass nasse kreide viel dunkler aussieht und viel schlechter deckt als trockene die theorie dieser erscheinung ist die folgende damit an der grenzfläche zweier durchsichtiger schichten eine spiegelung stattfindet müssen diese beiden schichten von verschiedener beschaffenheit sein wie etwa glas und luft oder luft und wasser wo beispielsweise wasser an wasser also gleich an gleich grenzt tritt nie eine spiegelung ein die größe nun von welcher der betrag des zurückgeworfenen lichtes abhängt heißt die lichtbrechung und es besteht das gesetz dass unter sonst gleichen verhältnissen umso mehr licht zurückgeworfen wird je größer der unterschied der lichtbrechung in den aneinander grenzenden schichten ist betrachtet man nun folgende zahlen für die lichtbrechung luft 1,0 wasser 1,33 öl 1,48 glas 1,53 kreide 1,57 baritweiß 1,64 zinkweiß 1,90 bleiweiß 2,0 so ist der unterschied zwischen luft und glas 0,53 während der zwischen wasser und glas nur 0,20 ist dies gibt also rechenschaft von der sehr viel kleineren spiegelung im inneren des nassen stoßes gleichzeitig sieht man dass alle anderen stoffe nächstem glas eine größere lichtbrechung haben sie würden also bei einer entsprechenden anordnung weniger licht durchlassen und mehr spiegeln ganz ähnliche verhältnisse finden nun statt wenn anstelle des stoßes ebener platten eine ansammlung von unregelmäßigen stückchen tritt zwar verschwindet mit der ebenen grenzfläche auch die regelmäßige spiegelung aber die zurückwerfung des lichtes bleibt bestehen und weil diese nun von und nach allen richtungen stattfindet erscheint die oberfläche gleichförmig weiß das ist also die ursache warum schnee wasserschaum gepulvertes glas und so weiter weiß aussehen gleichzeitig erkennen wir wovon es abhängt wie gut ein derartiges pulver deckt denken wir uns die verschiedenen weißen pulver auf einen schwarzen grund zu solcher höhe aufgetragen dass eben die schwarze farbe des grundes zugedeckt wird so ist dazu erforderlich dass das auffallende licht praktisch vollständig zurückgeworfen wird da dies in unserem plattenversuch umso vollständiger geschah je zahlreicher die platten und je größer der brechungsunterschied der aneinander grenzenden schichten war so werden wir schließen ein weißer farbstoff deckt umso besser je feiner er zerteilt ist und je größer seine lichtbrechung ist daneben sehen wir aber auch dass die deckung vermindert und die farbe grauer werden muss wenn statt der luft zwischen den teilchen des farbstoffes sich irgendein anderer stoff wie wasser oder öl befindet und zwar wirkt öl stärker die deckung vermindernd als wasser weil es eine höhere lichtbrechung hat als wasser bleibeiß hat die größte lichtbrechung deckt also am besten und wird darin auch von öl am wenigsten beeinträchtigt kreide deckt am wenigsten und wird am stärksten durch bindemittel wie wasser oder öl nach grau geführt hieraus ergibt sich nun auch die erklärung aller erscheinungen die beim fixieren der pastellbilder auftreten wenn das fixierwasser aufgebracht wird erscheint das bild viel dunkler weil das licht von der nassen kreide viel weniger zurückgeworfen wird als von der trockenen nach dem verdunsten des wassers und weingeistes bleibt aber das bild nicht unverändert zurück denn zwischen den körnchen der farbe ist das casein nachgeblieben welches an vielen stellen optische brücken zwischen den körnchen schafft durch welche licht geht so dass der auftrag weniger deckt als vorher ein fixiermittel wird also das bild umso weniger ändern je kleiner seine lichtbrechung ist und je geringer die mengen sind die man zur ausreichenden befestigung der körnchen aneinander braucht beide bedingungen werden recht gut vom casein erfüllt und daher rühren also die befriedigenden eigenschaften des angegebenen mittels doch ist es ganz denkbar dass noch vorteilhaftere kombinationen der beiden erforderlichen eigenschaften vorhanden sind niemals wird man aber ein fixiermittel herstellen können welches das bild völlig unverändert lässt denn ein verkleben der körnchen ohne die herstellung optischer brücken ist physisch unausführbar mit diesem praktischen ergebnis schließe ich für heute den theoretischen brief sechster brief aus malerbriefe lieber freund das psychologische experiment das ich mir erlaubte mit ihnen anzustellen ist richtig gelungen sie haben mit dem wort von der grauen theorie gegenüber den darlegungen meines letzten briefes in erwarteter weise reagiert in welchem zusammenhange derartiges mit allgemeineren fragen der ästhetik steht wollen wir vielleicht später einmal erörtern das ich letztlich nur schwarz und weiß und das aus beiden sich ergebende grau zum gegenstande der untersuchung machte hatte seinen guten grund darin dass die dort angestellten betrachtungen sich mit geringer änderung auch auf die farben im engeren sinne anwenden lassen nehmen sie wieder ein farbiges glas zur hand am besten ist es ziemlich hell gefärbt etwa grün oder orange und betrachten sie das bild des fensters das sich darin spiegelt wenn sie mit dem rücken zum fenster das glas vor einem dunklen hintergrund halten das spiegelbild von der vorderen fläche kennen sie bereits es zeigt natürliche farben da es aus dem unverändert von der vorderfläche gespiegelten licht besteht nun suchen sie das nebenbild auf das von der hinterfläche der glastafel gespiegelt wird es ist gegen das erste ein wenig verschoben und daher nur an den überragenden rändern leicht erkennbar auch wird es deutlicher wenn sie eine kleine wendung zum fenster hin machen das bild erscheint in der farbe des glases daß es so sein muß läßt sich leicht absehen wenn das farblose tageslicht durch das glas tritt so wird es eben gefärbt das ist die eigenschaft des farbigen glases hier ist das licht aber nicht nur durch die einfache glasdicke gegangen und an der anderen seite herausgetreten wie wenn sie etwa das fenster durch das glas betrachtet hätten sondern da es an der hinterfläche der glastafel gespiegelt worden ist so hat es um vorn wieder herauszutreten die glasdicke noch einmal durchmessen müssen dadurch ist es ebenso stark gefärbt als wäre es durch zwei glasscheiben von der gleichen beschaffenheit durchgegangen auf dieser erscheinung beruht nun alle wirkung der farbstoffe oder pigmente denn diese haben eine ähnliche beschaffenheit wie das gefärbte glas sie sind stoffe die das licht zwar durchlassen aber nur indem sie es gleichzeitig färben ebenso wie ein farblos durchsichtiger stoff in feiner verteilung unverändertes also im allgemeinen weißes licht zurückwirft so wirft ein farbstoff gefärbtes licht zurück und er wird auch umso besser decken je größer seine lichtbrechung und je feiner seine verteilung ist zunächst werden sie fragen wie macht es der farbstoff damit das licht farbig wird die antwort ist indem er gewisse anteile des weißen lichtes vernichtet die optik lehrt bekanntlich dass man das weiße licht in einer unzahl verschiedenfarbiger lichtarten zerlegen kann etwa indem man es durch ein gläsernes prisma bricht bringt man diese verschiedenfarbigen lichter wieder alle zusammen so erhält man wieder weißes licht nimmt man aber von den farbigen lichtern einen teil heraus so gibt der rest bei der vereinigung gleichfalls ein farbiges licht diese eigenschaft haben nun die farbigen körper sie vernichten einen teil des lichtes das durch sie geht das heißt sie verwandeln es in wärme so dass es aufhört als licht zu existieren und daher erscheint der durchgehende rest in einer entsprechenden farbe es gehört also je ein paar farben zusammen die herausgenommene und die des restes nimmt man beispielsweise rot heraus so erscheint der rest nach der zusammenfügung grün und umgekehrt solche farbenpaare nennt man ergänzungsfarben die paare rot und blaugrün goldgelb und blau grüngelb und violett sind solche ergänzungsfarben doch gibt es natürlich unendlich viele da man beliebige gebiete der farben aus der gesamtheit des weißen lichtes herausnehmen kann und daher auch entsprechend viele ergänzungsfarben erhält jedes paar ist reziprok das heißt wenn ich blau grün heraus nehme erhalte ich rot nehme ich rot heraus so halte ich blau grün einstweilen genügt dies um die einfachen erscheinungen in der uns vorliegenden technik des pastells zu verstehen mein ultramarin hat die eigenschaft einen solchen anteil des weißen lichtes zu verschlucken dass der rest hauptsächlich aus blau neben etwas violett und rot besteht und indem das weiße licht in die übereinander liegenden teilchen des farbstoffes eindringt und von deren hinterflächen wieder zurückgeworfen wird gelangt es als blaues licht in mein auge all dieses licht ist freilich nicht blau denn von der oberflache der oben liegenden teilchen erhalte ich auch weisses oberflachenlicht neben dem blauen tiefen licht aber dieser anteil ist aus leicht ersichtlichen gründen um so kleiner je feiner das pulver meines farbstoffes ist und daher bei feingeriebenen farbstoffen meist recht gering nun werden sie bemerkt haben dass das ultramarin als sie es zum zweck der formung der pastellstifte mit wasser und trangant angerieben hatten sehr viel dunkler blau aussah als vorher in gestalt des pulvers und nachher in gestalt der trockenen stifte und sie wissen allgemein dass trockene farbstoffe immer viel heller aussehen als nasse seien sie nun mit wasser öl firnis oder irgendeiner anderen flüssigkeit getränkt die erklärung hierfür ist in der darlegung des fünften briefes gegeben wenn die zwischenräume zwischen den einzelnen farbkörnchen mit einer flüssigkeit von größerer lichtbrechung als luft angefüllt sind und es haben alle flüssigkeiten eine bedeutend größere brechung als luft so erfolgt die zurückwerfung des lichtes von den hinterflächen der farbstoffkörnchen viel schwächer das licht muss also viel mehr hintereinander liegende körnchen durchdringen eh es wieder zurückgeworfen wird und es wird dabei um so tiefer gefärbt hierbei wird natürlich viel mehr von der gesamtmenge des lichtes verschluckt und daher ist die farbe sowohl reiner wie dunkler das auffällen der stifte durch kreidezusatz ist demnach eine einfache sache es liegen in dem gemisch neben blau machenden ultramarinteilchen kreideteilchen welche weißes licht unverändert zurückschicken und das gesamtlicht besteht daher aus blau und weiß nebeneinander wegen der kleinheit der einzelnen körnchen unterscheiden wir beide nicht sondern sehen nur ein helles das heißt viel weiß enthalten des blau auch solche gemische sehen im nassen zustande tiefer blau aus als trocken denn auch hier dringt das licht tiefer in das nasse gemisch ein und wird daher von mehr ultramarinkörnchen beeinflusst als beim trockenen gemisch wenn sie sich nun noch vergegenwärtigen dass die anwendung eines fixiermittels in abgeschwächtem maße ganz dieselbe optische wirkung tut wie das befeuchten so wissen sie warum das pastellbild nach dem fixieren ein wenig tiefer in der farbe zurück bleibt als es vorher war und damit haben sie die wesentlichen kenntnisse über die optik der pastelltechnik zusammen soweit es sich nicht um mischungen handelt was letztere anlangt so ist ihre theorie von helmholz brücke und andere wiederholt so ausführlich und genügend dargelegt worden dass ich mich hier auf die angabe des allernötigsten beschränken kann ich bitte sie die nachfolgenden zeilen zu überschlagen außer wenn sie ihre erinnerung wieder auffrischen wollen denken sie sich aus einem mittleren weiß in der eben geschilderten weise verschiedene gebiete farbigen lichts herausgenommen und den rest zu der ergänzungsfarbe vereinigt so haben sie zunächst eine unendliche reihe paarweise zueinander gehöriger farben jede dieser farben können sie nun in zweierlei art verändern erstens können sie die farbe einerseits immer heller andererseits immer dunkler denken ohne dass sie aufhört die fragliche farbe zu sein so koennen sie etwa ein gegebenes grun einerseits bis zum hellsten andererseits bis zum dunkelsten grun vom gleichen farbcharakter etwa blau grun verfolgen diesen unterschied nennen wir die helligkeit der farben andererseits aber können sie das grun ohne seine helligkeit zu ändern immer weniger grun werden lassen sodass es zuletzt in grau ausläuft diesen unterschied nennen wir die sättigung der farbe während also die helligkeit von der gesamtmenge des lichtes abhängt die in unser auge gelangt hängt die sättigung davon ab wie viel von dem gesamtlicht farbig und wie viel farblos ist so wird beispielsweise ein farbstoff auftrag durch die mitwirkung des oberflächen lichts umso heller aber gleichzeitig umso weniger gesättigt je mehr oberflächen licht sich dem tiefen licht beigesellt zerlegen wir ein beliebiges farbiges licht in seine bestandteile so wird ein licht von gesättigter farbe sich dadurch kennzeichnen dass nur ein verhältnismäßig kleines gebiet von strahlen vorhanden ist während alle anderen fehlen ein gesättigtes blaugrün wird also wenn man es mittels des prismas zu zerlegen versucht nur blaugrünes licht und kein anderes ergeben je weniger gesättigt eine farbe ist umso mehr andere strahlen werden sich darin finden und im neutralen grau sind alle strahlen in demselben verhältnis vorhanden wie im weiß nur weniger hell was geschieht nun wenn man zwei farben mischt um hier auf die richtige antwort zu finden muss man sich vor allen dingen gegenwärtig halten dass es zwei wesentlich verschiedene arten gibt zwei und mehr farben zu mischen nämlich durch addition oder durch subtraktion lässt man beispielsweise grünes und gelbes licht etwa aus zwei scheinwerfern auf dieselbe weiße fläche fallen so erhält das auge von dieser die summe der beiden lichtarten es findet addition statt setzt man aber umgekehrt das gelbe glas vor den scheinwerfer der bereits das grüne trägt so entnimmt es dem bereits grün gefärbten lichte dem nun vorwiegend die roten strahlen fehlen noch diejenigen vorwiegend blau violetten strahlen durch deren verlust das weiße licht gelb gefärbt wird und es fehlen im durchgegangenen lichte die beiden gebiete dass beide arten der farbmischung wesentlich verschiedene resultate liefern hat helmholtz an verschiedenen auffallenden beispielen gezeigt während man durch subtraktion aus blau und gelb grün erhellt geben diese beiden farben durch addition weiss ferner ist das additive licht natürlich heller als unter gleichem umstande das subtraktive bei der gewohnlichen mischung der farben treten nun ganz vorwiegend die erscheinungen der subtraktion auf wir sind in der tat gewohnt aus blau und gelb grün zu mischen doch kann man auch additive wirkung auf bildern hervorbringen dieses gelingt wenn man die zu additierenden farben in möglichst kleinen punkten oder flecken nebeneinander setzt ohne sie übereinander zu lagern wird dann das auge des beschaues so weit von bildern entfernt dass es die einzelnen flecken nicht unterscheiden kann so findet auf der netzhaut eine wirkung statt die der übereinander lagerung oder addition der beiden farben entspricht von diesem vorgange machen die pointillisten oder neoimpressionisten gebrauch nachdem was vorher erotert worden ist wird sich jede derartig erzielte farbwirkung ebenso in das system der nach helligkeit und sättigung geordneten farben einreihen lassen wie irgendeine durch subtraktion erzielte farbe nur müssen in beiden fällen andere verhältnisse der farbstoffe nebst weiß gewählt werden um die gleiche wirkung zu erzielen man muss daher in abrede stellen dass in bezug auf helligkeit tiefe feuer oder wie man sonst die farbwirkung kennzeichnen will durch das verfahren der additiven mischung grundsätzlich andere oder weitergehende resultate erhältlich sind als durch die gewohnliche subtraktive mischung auf beiderlei weise hat man die gleiche reihe vom weisesten weiß bis zum schwärzesten schwarz zur verfügung welches die pigmente hergeben können nur hat man zur erreichung der gleichen farbwirkung jedes mal andere mittel anzuwenden nur darin besteht ein unterschied dass beim nebeneinander setzen der farben also der additiven mischung durch die nicht unerhebliche größe die man aus technischen gründen den einzelnen flecken geben muss eine feinere zeichnung sehr erschwert ist während dadurch dass die farbflecken sich hart an der grenze der unterscheidbarkeit befinden ein psychophysisch begründeter nebeneindruck entsteht ein flimmern das mit einem glatten farbauftrag nicht zu erzielen ist hierin liegt die erweiterung der mittel welche durch diese technik erreicht wird man wird von vornherein sagen können dass für gewisse erscheinungen ein solches mittel von großem ja unersetzlichen werte ist während andererseits zahllose andere erscheinungen vorliegen und dargestellt werden denen diese besondere optische wirkung nicht angemessen ist in ihrer anwendung auf die pastelltechnik ergeben diese betrachtungen dass auch hier beim mischen meist subtraktionsfarben erzielt werden und zwar umso mehr je durchsichtiger die einzelnen farbstoffkörnchen sind farbstoffpulver die mit geringer durchsichtigkeit eine etwas gröbere kornbeschaffenheit verbinden zeigen indessen mischungserscheinungen die sich zuweilen denen der addition annähern hierüber sammelt der künstler unter der arbeit sehr bald die erforderlichen erfahrungen für die durchführung einer rein additiven technik gewährt das pastell gute möglichkeiten indem man erst die eine farbe in kurzen strichen oder punkten hinsetzt darauf fixiert und dann mit der anderen farbe in die zwischenräume geht durch das nach jedem auftrag vorgenommene fixieren ist ein mittel gegeben die vermischung der nacheinander gebrauchten farbstoffe zu verhindern ende von brief 6 siebenter brief von malerbriefe von wilhelm ostwald diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von abahi im september 2010 lieber freund sie haben nach der anweisung meines vorigen briefes mit dem farbigen glase experimentiert und fragen mich warum dessen farbe so viel kräftiger und gesättigter aussieht wenn man es auf ein weißes papier legt als wenn man bloß das weiße papier dadurch ansieht zunächst nehmen sie meine anerkennung für die richtigkeit ihrer beobachtung dass es ihnen aufgefallen ist bedeutet bereits einen gut entwickelten sinn für das bemerken von erscheinungen auf die man nicht vorbereitet war diese fähigkeit ist seltener als man glauben sollte denn die meisten menschen sehen nur das was sie zu sehen erwartet hatten die ursache liegt darin dass beim betrachten des weißen papiers durch das farbige glas das weiße licht des papiers nur einmal durch das glas gegangen ist legen sie aber das glas auf das papier so muss das tages licht um zum papier zu gelangen bereits einmal durch das glas gehen und wird dann vom papier nochmals durch das glas bis zu ihrem auge zurückgeworfen es entsteht also in diesem falle eine wirkung als wäre das tages licht durch die doppelte dicke des glases gegangen und demgemäß ist die färbung entsprechend stärker hiermit sind wir nun auch gleichzeitig in die theorie der technik eingetreten zu der ich mich im systematischen gange nun zu wenden habe zu dem aquarell im engeren sinne ursprünglich bedeutet ja der name ersichtlicherweise nur eine mal technik die auf der anwendung des wassers zum verdünnen und auftragen der farbstoffe beruht nun wissen sie aber dass wasserfarben in zwei verschiedenen weisen angewendet werden als aquarell und als gouache während früher alle welt und jetzt noch wie ich glaube die engländer mit einer art religiöser scheu vermeiden die beiden arten nebeneinander in demselben bilde zu gebrauchen ist heute im internationalen kreise der künstler dieser zopf gefallen und es herrscht hier wie sonst das motto erlaubt ist was gefällt wie bei allen derartigen regeln handelt es sich um gewisse tatsächliche verhältnisse welche zu dem dogma geführt haben nur der umstand dass man sich über die ursache der beobachteten erscheinungen nicht klar ist bewirkt dann ein solches sumarisches verbot wobei denn immer das kind mit dem bade ausgeschüttet wird das heißt neben den unschönen verbindungen auch die schönen und brauchbaren verboten werden es handelt sich hier nämlich um einen sehr wichtigen unterschied der bereits den ältesten schriftstellern über malerei geläufig ist den der durchsichtigen und der undurchsichtigen farben oder wie wir heute sagen der lasur und deckfarben beim aquarell im engen sinn werden möglichst nur lasurfarben verwendet während die gouache umgekehrt fast ausschließlich deckfarben gebraucht worauf das decken beruht haben wir bereits im dritten briefe erörtert eine deckfarbe gibt nur solches licht aus welches durch absorption und reflexion durch verschlucken und zurückwerfen in den körnchen des farbstoffes selbst seinen charakter erhalten hat eine lasurfarbe wirkt dagegen wie ein auf papier gelegtes farbiges glas sie lässt die farbe des untergrundes durchwirken und entzieht diesem lichte nur noch diejenigen strahlen die sie selbst verschluckt beim aquarell dient nun als untergrund im allgemeinen weißes oder nur sehr wenig gefärbtes papier die wirkung des aquarells auf das auge entsteht also durch das zusammenwirken des weißen papiers mit den aufliegenden durchsichtigen farbstoffschichten demgemäß setzt sich die palette des aquarellisten vorwiegend aus solchen farbstoffen zusammen welche nicht deckenden oder durchsichtigen charakter haben erinnern sie sich der theorie des deckens aus den früheren briefen so werden sie alsbald die eigenschaften erkennen welche bei derartigen farbstoffen vorhanden sein müssen da die deckung umso stärker ist je größer die lichtbrechung des farbkörpers ist so werden solche farbstoffe am durchsichtigsten sein deren lichtbrechung am geringsten ist dies findet sich allgemein bestätigt die bleifarben welche allgemein die größte lichtbrechung haben sind keine lasurfarben wohl aber die lacke aller art deren träger die tonerde ein stoff mit kleiner brechung ist ferner aber wird das einzelne farbkörnchen umso durchsichtiger sein je kleiner es ist hieraus ergibt sich die notwendigkeit für das aquarell möglichst fein geriebene farbstoffe zu verwenden in der tat beruhen die unterschiede in der güte der verschiedenen arten von käuflichen aquarellfarben so gut wie ausschließlich auf dem durch das reiben erzielten feinheitsgrade des farbstoffes denn mit gesteigerter feinheit nimmt nicht nur die durchsichtigkeit des einzelnen kornes zu sondern auch sein festhaften nach erfolg dem auftrage es ist ja ohne weiteres ersichtlich dass ein körnchen durch späteres darüber führen des pinsels umso weniger von seinem platze bewegt werden wird je kleiner es ist je enger also die schlupfwinkel sind in denen es unterkunft und schutz gegen spätere belästigung durch die pinselhaare finden kann hieraus rührt die eigenschaft sehr fein geriebener aquarellfarbe nach einmal erfolgt dem trocknen mehr oder weniger unverwaschbar zu sein die frage nach dem bindemittel der aquarellfarbe die ihnen vermutlich längst auf der zunge geschwebt hat beantwortet sich sehr einfach es wird meist arabisches gummi dazu genommen dieses ist wie sie wissen in wasser löslich und darauf beruht die eigenschaft der farbstofftäfelchen beim reiben mit wasser zu zergehen ferner beruht hierauf die andere eigenschaft dass stark aufgetragene aquarellfarbe dem nassen pinsel nicht standhält während nämlich bei dünnem auftrag die farbstoffkörnchen in den unebenheiten des papiers genügend platz finden können werden die meisten von ihnen bei starkem auftrag nur durch das gummi festgehalten und müssen diesen halt verlieren wenn das bindemittel aufgelöst wird daher kann man bei geschwinder und geschickter arbeit allerdings auch über starke farbe einen neuen auftrag machen wenn man nämlich fertig ist bevor sich das gummi gelöst hat so wie man aber zum zweiten mal mit dem pinsel auf die nasse stelle kommt wird die ihres haltes beraubte unter malung mitgenommen aus dieser unbequemlichkeit ergibt sich die frage ob man nicht bindemittel verwenden kann die nach dem trocknen gegenüber einem weiteren auftrage fest bleiben solche bindemittel gibt es allerdings wir werden sie später bei der tempera kennen lernen sie haben neben dem erwähnten vorzug offenbar den nachteil dass man auch die farben beim aufbewahren nicht trocken werden lassen darf da als dann auch die unlöslichkeit eintreten müsste doch sollen diese erörterungen der späteren abhandlung über die tempera vorbehalten bleiben beim aquarell rechnet man eben mit der löslichkeit des bindemittels und handelt danach während die mit sehr dünner farbe behandelten stellen eines aquarellbildes nach dem trocknen ebenso aussehen wie in nassen zustande werden die stark gedeckten stellen deutlich stumpfer beim trocknen dieser ausdruck besagt nichts als das nach dem trocknen mehr zerstreutes oberflächen licht von den betreffenden stellen zurückgeworfen wird die hier obwaltenden optischen verhältnisse lassen sich aufgrund unserer früheren betrachtungen leicht verstehen sie erinnern sich dass die zurückwerfung des lichtes umso geringer ist je geringer der unterschied zwischen der lichtbrechung der körnchen und die ihrer umgebung ist im nassen bilde besteht die umgebung aus wasser im trockenen teils aus gummi teils aus luft ersteres hat ungefähr die gleiche brechung wie die farbstoffe ein gemenge von beiden wirkt also fast wie ein gefärbtes glas die luft hat dagegen eine sehr viel kleinere brechung und die von luft umgebenden körnchen wirken also vorwiegend als deckfarbe bei sehr dünnem auftrage reicht das gummi aus um jedem körnchen die zur lasur wirkung erforderliche umgebung zu gewähren bei dickem auftrage dagegen nicht wenn man nicht noch besonders gummi oder ähnliche stoffe hinzunimmt während also im nassen bilde die eben beschriebene rolle des gummis vom wasser überall übernommen wird gelangt beim trockenen an die stelle des wassers umso mehr luft je stärker der farbauftrag ist ebenso einfach wie die erklärung des stumpfwerdens beim trocknen ist die der wirkung von firnissen und dergleichen auf das stumpf gewordene bild das sie wieder herausholen der firnis bewirkt dass jedes farbkörnchen dauernd in eine optisch ähnliche umgebung wie beim nassen bilde kommt und dass ihm somit ermöglicht wird wie ein durchsichtiges farbiges glas zu wirken als firnis kann daher jede lösung dienen die einen glas ähnlichen rückstand lässt also zum beispiel wieder arabisches gummi um aber nicht gefahr zu laufen den farbauftrag durch lösen des bindemittels zu zerstören nimmt man meist alkoholische firnisse denn alkohol löst das gummi nicht auf eine lösung von gebleichtem shellack ist brauchbar noch besser scheint mir der unter dem namen zapponlack jetzt in den handel gebrachte firnis der vollkommen farblos ist und auch keine gefahr des vergilbens mit sich bringt er besteht aus einer lösung von celluloid in amylacetat und hat den besonderen vorzug dass er keine neigung hat in das papier einzudringen wie es die alkoholischen lacke tun für die erzielten farbwirkungen spielt der bildgrund das papier eine wesentliche rolle denn ihm fällt die aufgabe zu das licht zu reflektieren der dünne farbüberzug wirkt als durchsichtiges mittel und zwar zweifach indem das auffallende licht zuerst beim durchgehen bis zum papier wie durch ein farbiges glas gefärbt wird sodann aber zum zweiten mal beim zurückgehen den gleichen einfluss erfährt damit diese wirkung zustande kommt müssen namentlich für hellere farben ganz außerordentlich dünne farbstoff schichten aufgetragen werden ist dieser farbstoff dann nicht vollständig unveränderlich und erfährt er eine langsame chemische umwandlung so genügt ein quantitativ verschwindend kleiner umsatz um eine für das auge sichtbare wirkung hervorzurufen somit zeigen aquarelle in ganz besonders hohem maße die eigenschaft des verbleichens im lichte falls sie nicht mit unveränderlichen farben hergestellt sind die beschriebene art der lichtwirkung bedingt auch die bekannte schwierigkeit des aquarells bei der herstellung größerer flächen von gleichförmiger oder regelmäßig abgetönter färbung denn da die ganze wirkung auf der dicke oder dichte der aufliegenden durchsichtigen farbschicht beruht so muss diese dicke ganz gleichförmig sein oder regelmäßig abnehmen wenn die angedeuteten wirkungen erzielt werden sollen beim pastell ist eine solche schwierigkeit ebenso wenig vorhanden wie bei der gouache technik denn da hier die farbschicht so dick aufgetragen wird bis die wirkung des untergrundes aufgehoben ist so ist es gleichgültig ob an einzelnen stellen der auftrag noch etwas dicker ist da sie durch die wirkung nicht weiter geändert wird andererseits bewirkt die beschriebene lichtbewegung eine sehr reine und klare färbung des zurückgeworfenen lichtes dies beruht darauf dass hier das gesamte licht die färbende durchsichtige schicht zweimal durchdringen muss während bei der reflexion von deckenden farben ein gemenge von farbigem tiefen licht und von weißem oberflächenlicht an das auge gelangt dem der charakter der durchsichtigkeit fehlt soll ich daher mein urteil über die eigentümlichkeiten der aquarell technik zusammenfassen so kann ich hier keine sehr großen vorzüge zuschreiben ihre wichtigste tugend besteht in dem mittels der durchsichtigen farben erzielten optischen charakter ferner bedingen die geringen mengen des bindemittels keine gefahr für die dauer des bildes infolge ihrer veränderung da auch die unterlage dem papier ein sehr großes maß von dauerhaftigkeit zugesprochen werden kann so liegen nach dieser richtung keine ursachen schnellen verderbens vor dagegen ist ein sehr erheblicher nachteil der umstand dass die gesamte wirkung des bildes auf der stärke und beschaffenheit einer außerordentlich dünnen farbstoff schichte beruht woraus sich einerseits die schwierigkeiten in der herstellung der bilder andererseits ihre große empfindlichkeit gegen chemische veränderungen der farbstoffe ergeben diese umstände schränken die freiheit des künstlers nicht unerheblich ein und so sehen wir dass gegenwärtig die künstler die wasserfarben zur herstellung großer gemälde verwenden die reine aquarell technik gegen einige gemischte vertauschen die von jenem hauptfehler weniger betroffen ist die große verbreitung des aquarells in liebhaberkreisen hat ihren grund wohl ausschließlich in der leichtigkeit und einfachheit des erforderlichen apparates infolge ihrer technischen schwierigkeiten ist sie sonst für den anfänger die ungeeignetste von allen ende von siebenter brief achter brief aus malerbriefe lieber freund aus den fragen die sie mir stellen ersehe ich mit genugthum dass ihnen meine erörterungen wirklich zum nachdenken anlass geben damit ist der hauptzweck erreicht die fragen will ich der reihe nach beantworten zunächst wollen sie wissen wozu die galle eigentlich beim aquarellieren dient das heißt wie sie wirkt sie wissen dass dieser stoff den gleichförmigen auftrag der farbe erleichtert und die neigung der wässerigen farbe in tropfen zusammen zu gehen aufhebt die ursache liegt in der oberflächenspannung des wassers die sehr groß ist vermöge dieser eigenschaft hat das wasser mehr als jede andere flüssigkeit das bestreben eine möglichst kleine oberfläche zu bilden dann nun offenbar ein runder tropfen eine kleinere oberfläche hat als eine ausgebreitete schicht so hat das wasser immer das bestreben aus dem zustande der schicht in den des tropfens überzugehen wo nun die unterlage nicht benetzt wird und dadurch den bestand der schicht sichert bilden sich demgemäß tropfen sie sehen dies am besten an den tautropfen auf solchen blättern die durch einen überzug von haaren oder wachs die benetzung verhindern die galle wirkt nun in doppeltem sinne einmal vermindert sie sehr stark die oberflächenspannung des wassers indem sie aufgelost ist andererseits erleichtert sie die benetzung indem sie etwa vorhandenes fett auf der papierfläche welches in den meisten fällen die ursache der schlechten benetzung ist in lauter kleine tröpfchen verwandelt und so unschädlich macht diese letzte eigenschaft des emulgierens ist von maßgebender bedeutung für die temperatechnik und wir wollen sie dort eingehender erörtern ferner fragen sie woher das gerinnen oder grisselig werden mancher aquarellfarben rührt hierüber kann ich ihnen allerdings nur vermutungen sagen durch die äußerst feine verteilung nähert sich der zustand vieler aquarellfarben dem der in der wissenschaft der kolloidale zustand genannt wird es ist dies ein mittelding zwischen einer mechanischen aufschlemmung und einer wirklichen lösung solche in kolloidaler lösung befindlichen stoffe werden nun leicht aus diesem zustande herausgebracht und in flocken gefällt wenn andere salzartige stoffe in die lösung gebracht werden ich halte es daher für ganz wohl möglich dass das gewöhnliche quellwasser das der wasserleitung entnommen wird durch seine nie fehlenden salzgehalt eine solche fehlung hervorbringt da die verschiedenen kolloidalen lösungen sehr verschiedene empfindlichkeiten gegen salze haben so ist es ganz erklärlich dass gewisse farben die erscheinung leichter zeigen als andere wenn diese theorie richtig ist so muss sie auch mittel an die hand geben den fehler zu vermeiden fragen wir wodurch die ausfällung verhindert werden kann so sehe ich zwei mittel eines ist die anwendung salzfreien wassers destilliertes oder regenwasser enthält kein salz und wird also ein besseres verhalten der farben erwarten lassen unwirksam wird dieses mittel sein wenn das papier selbst salz enthält dies ist nicht ganz selten der fall alaun oder natrium thiosulfat kommen am meisten vor hier könnte man ein zweites mittel anwenden es ist eine allgemeine erfahrung dass eine kolloide lösung viel schwerer gefällt wird wenn gleichzeitig gewisse andere kolloide stoffe zugegen sind wenn man also dem wasser während der arbeit stets ein wenig eiweiß leim oder gummi zusetzt welche alle kolloide stoffe sind so wird auch bei salzhaltigem wasser oder papier eine fällung weniger leicht eintreten versuchen sie es wenn sie nächstens mit diesem umstande zu kämpfen haben und versäumen sie nicht mir ihre beobachtungen mitzuteilen endlich fragen sie weshalb ein mit deckweiß gemischter farbstoff einen ganz anderen farbton zeigt als wenn man ihn entsprechend dünn als aquarellfarbe auf dem weissen papier ausbreitet mit weiss gemischt erschienen die farben alle bedeutend kälter nun nennen wir einen farbton kälter wenn er mehr blau enthält und die frage heißt daher warum macht die zumischung von weiß die farben bläulicher aussehen die ursache liegt in der erscheinung welche goethe seinerzeit für das urphänomen der farbenlehre erklärt hat dass nämlich ein durchscheinend weißes oder trübes mittel gegen einen dunklen grund gesehen blau aussieht am einfachsten überzeugen sie sich von der tatsache wenn sie dünne milch in ein gefäß mit dunklen wänden gießen am rande erkennen sie leicht einen ausgesprochen blauen streifen wo das dunkle gefäß noch durch die weiße milch erkennbar durch scheint die physikalische ursache dieser erscheinung ist ein wenig umständlich zu erklären sie finden das nähere darüber in brückes physiologie der farben es kommt wesentlich darauf heraus dass sehr kleine teilchen am vollkommensten solches licht zurückwerfen welches die kürzesten wellen hat und dies ist das violette blaue und grüne licht dieses überwiegt daher in dem von der milch zurückgeworfenen lichte während das durchgegangene licht diese strahlen verloren hat und daher gelb bis rotgelb aussieht dies ist die ursache warum die schatten in den fernen blau aussehen denn dort lagern die kleinen trübungen der luft vor einem dunklen hintergrunde umgekehrt geht bei niedrigstehender sonne deren licht durch diese trübungen hindurch und ihr licht wird daher gelb bis rot indessen hängt hierbei sehr viel davon ab wie fein die trübenden teilchen sind das blau beziehungsweise rot ist umso reiner je feiner sie sind größere teilchen zum beispiel an nebel üben nicht mehr diese auswählende zurückwerfung aus und erscheinen daher in beiden ansichten auf dunklem wie hellem grund ungefärbt das heißt grau wenn sie nun einem farbstoff etwa gebrannter terra di siena weiß zu mischen so wirken die weißen teilchen als ein trübes mittel vor dem dunklen grunde des farbstoffes und es mischt sich daher dem zurückgeworfenen lichte blau bei dies wird vermieden wenn sie zuerst die stelle mit weiß eindecken und dann die siena darüber lasieren das heißt unvermischt mit weiß darüber bringen in diesen verhältnissen liegt ein ausgezeichnetes mittel um leichte und vollkommener gewisse natürliche erscheinungen nachzubilden das blau der fernen lässt sich zum beispiel natürlicher durch auflasieren von weiß auf die schatten hervorbringen als durch eine verdünnte einfache farbe gleichen tones und so wird man sich einer jeden naturerscheinung gegenüber fragen auf welche weise sie in der wirklichkeit optisch zustande kommt um ein entsprechendes verfahren für die wiedergabe zu wählen insbesondere bringt der durchscheinende charakter der menschlichen haut eine menge derartiger farben trüber mittel zuwege die auf gleiche weise wiedergegeben werden können da indessen erst in der ölmalerei diese verfahren die leichteste und mannigfaltigste ausführung gestatten so wollen wir dort näher auf diese dinge eingehen beim aquarell machen sich nämlich die änderungen beim trocknen gerade am meisten an den schwachen lasuren von deckfarben geltend sodass es äußerst schwer ist den schließlichen effekt eines solchen auftrages genau voraus zu bestimmen hierdurch sind wir denn auch naturgemäß auf die wasserfarbentechnik mit deckfarben oder die gouache technik gekommen für die kennzeichnung der optischen eigentümlichkeiten der gouache ist fast dasselbe zu sagen was über pastell gesagt worden ist da die auffällung der farbstoffe hier wie dort durch beimischung von weiß hervorgebracht wird nur dient in diesem fall nicht kreide sondern ein stoff mit viel größeren brechungs koeffizienten das permanent weiß barium sulfat oder das zink weiß zinkoxid es ist dies erforderlich da beim auftrag die farbe nass das heißt mit überschüssigem wasser vermischt ist und deshalb dunkler und weniger deckend aussieht als sie nach dem trocknen das heißt dem fortgehen des wassers erscheint da es für den ausführenden künstler sehr unbequem ist wenn die farbe wesentlich anders auftrocknet als sie aufgetragen wurde so sorgt man durch anwendung des stärker brechenden weiß und durch zusatz genügender mengen bindemittel dafür dass der daher rührende unterschied möglichst gering wird doch gelangt man hierin keineswegs sehr weit hierdurch entsteht allerdings gleichzeitig ein problem welches uns von jetzt ab durch die weiteren verfahren begleiten wird das bindemittel bildet mit dem reichlich aufgetragenen farbstoff nach dem trocknen einen festen körper der in gestalt einer verschieden dicken und unregelmäßig begrenzten platte auf dem bildgrunde liegt hat nun diese platte in ihrem verhalten gegen wechsel der temperatur und der feuchtigkeit wesentlich andere eigenschaften als der bildträger so beginnt die gefahr aufzutreten dass sich der bildstoff vom träger ablöst und in kleinen oder größeren stücken abfällt dies geschieht dadurch dass die ausdehnung durch die genannten einflüsse verschieden stark wirkt so dass bildstoff und unterlage die bei gegebenen verhältnissen gleich groß waren bei anderen verhältnissen verschiedene größe annehmen ist eines von beiden der bildstoff oder die unterlage nachgiebig so wird eine derartige verschiedenheit nicht viel schaden denn das eine zwingt dem anderen seine bewegungen auf erst wenn beide hart und widerstandsfähig sind treten die schiebungen und zerrungen ein die zunächst zu sprüngen schließlich zum abblättern führen beim pastell auch dem fixierten ist jedenfalls der bildstoff so weich und nachgiebig dass von einem reißen oder abblättern überhaupt nicht die rede sein kann dagegen kann die gouache farbe bei starkem auftrage ganz wohl eine hornige oder steinige masse von erheblicher härte bilden hier sichert man sich gegen eine mögliche trennung durch benutzung eines papiers mit rauer oberfläche zwischen dessen fasern die farbstoffmasse eindringt und von denen sie auf die dauer festgehalten wird auf glattem hartem stoffe wie pergament hergestellte gouachebilder bieten keine gewähr für eine unveränderte dauer um so weniger je dicker der farbauftrag ist auch dieser umstand wird uns später immer wieder begegnen es gibt keine manier die mehr selbstmörderisch wäre als die pastose malerei ende von brief 8 gelesen von der eber rheinberg neunter brief von malerbriefe von wilhelm ostwald diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von avai im september 2010 lieber freund das fresco die edelste technik wie sie sie nennen habe ich nicht vergessen sie gehört in der systematischen reihe an diese stelle denn es handelt sich um eine wasserfarbe mit einem besonderen bindemittel warum sie dies verfahren mit dem auszeichnenden beiwort versehen habe ich umso weniger verstehen können als sie hinzufügen dass sie wie die meisten heutigen maler keine gelegenheit gehabt haben das verfahren kennen zu lernen und anzuwenden wenn sie den zustand der fresken am berliner museum oder an der neuen pinakothek in münchen betrachten so werden die fast überall unerkennbar gewordenen ruinen der nur einige jahrzehnte alten werke schwerlich eine überzeugende sprache zugunsten des fresco reden wie sich das auch unter günstigeren witterungsverhältnissen als im mittleren europa verhalten mag bei uns hat sich diese technik als ganz unzuverlässig erwiesen was die dauer der erzielten werke anlangt und welchen sachlichen beschränkungen dies verfahren unterworfen ist wird sich bei der betrachtung der einzelheiten ergeben im fresco wird eine besondere art von wasserfarbe angewendet hier wird die malerei auf einer frisch hergestellten nassen kalkwand ausgeführt wobei die farbe selbst mit kalk gemischt wird in dem angewendeten wasser löst sich etwas kalk ein drittel prozent auf welcher beim trocknen zurück bleibt indem er gleichzeitig durch die kohlensäure der luft in kalziumkarbonat übergeht da das festwerden des mörtels auf dem gleichen vorgange beruht so ist ein guter zusammenhang des bildes mit seiner unterlage gesichert denn da das bindemittel aus demselben stoffe besteht wie die unterlage erfahren beide durch die änderung der äußeren umstände gleiche beeinflussungen und eine hauptursache des abblätterns fällt fort allerdings ist das bild noch allen störungen ausgesetzt welche seine unterlage das mauerwerk erfahren kann das bedenklichste ist das auskristallisieren gelöster stoffe an der oberfläche wenn nämlich irgendwelche löslichen stoffe entweder in der mauer von vornherein vorhanden sind oder im laufe der zeit hinein gelangen so scheiden sie sich schließlich unvermeidlich an der oberfläche aus denn wenn durch den einfluss der wechselnden witterung ganz abgesehen von direktem nass werden durch regen oder dergleichen die mauer abwechselnd nass und trocken wird so geht folgendes vor sich die feuchtigkeit der nassen mauer löst den vorhandenen löslichen stoff bis zur sättigung auf beim trocknen verdunstet notwendig das an der oberfläche am bilde befindliche wasser und hinterlässt zunächst die entsprechende menge des gelösten stoffes an dieser oberfläche dann aber zieht sich die im inneren vorhandene feuchtigkeit vermöge der oberflächenspannung kapillarität ebenfalls nach der oberfläche um dort das gleiche schicksal zu erfahren so wird zunächst der gelöst gewesene stoff in die oberfläche transportiert wiederholt sich der vorgang so geht schließlich alle überhaupt in wasserlösliche substanz in die oberfläche und das bild wird mit ihren ausscheidungen bedeckt in die mauer kann der lösliche stoff auf zweierlei art kommen einmal mit dem material der mauer hauptsächlich mit den steinen weniger mit dem mörtel das mittel dagegen ist nur solches material zu verwenden welches auf natürlichem oder künstlichem wege durch lange anwendung vielfach gewechselten möglichst reinen wassers seine löslichen bestandteile vollständig verloren hat ebenso muss man sich hüten mit dem verwendeten wasser dem mörtel den farben lösliche stoffe in das bild einzuführen ein anderer weg auf dem lösliche stoffe in die mauer gelangen können ist die diffusion aus der bodenfeuchtigkeit diese enthält immer gelöste stoffe aus dem material des bodens und wenn sie sich in die mauer verbreiten kann und oben die geschilderte verdunstung erfährt so sind wieder die voraussetzungen für die entstehung zerstörender ausscheidungen gegeben das mittel dagegen ist wohl bekannt es ist die anbringung einer wasserdichten isolierschicht zwischen dem unteren und dem oberen teil der mauer welche das kapillare ansteigen der bodenfeuchtigkeit verhindert neben diesen gefahren welche die lebensdauer eines freskobildes bedrohen ist noch die energische chemische wirkung zu erwähnen welche dem als bindemittel angewendeten kalk eigen ist kalk ist ein stark basischer stoff welcher auf viele namentlich organische stoffe zerstörend einwirkt insbesondere wird die oxidationsfähigkeit organischer farbstoffe mittels des luftsauerstoffs durch den kalk oft gesteigert ferner übt er vielfach eine zerlegende wirkung auf salzartige verbindungen aus preußisch blau wird durch kalk augenblicklich unter abscheidung von eisnoxid und bildung von kalzium ferrocyanat eingefärbt so sind fast nur die ocker und erdfarben neben ultramarinen und einigen wenigen anderen stoffen für diese technik verwendbar die freskofarben werden nass aufgetragen und sollen hernach im trockenen zustande ihre wirkung üben da wegen der geringen löslichkeit des kalkes nur wenig bindemittel zwischen den körnern des farbstoffes verbleibt befindet sich in dem trockenen bilde vorwiegend luft zwischen diesen und es wird das maximum an deckung und zurückgeworfenem licht gemäß den früheren darlegungen erreicht in diesem zustande ist die farbe aber nicht während des auftrages da befindet sich wasser zwischen den körnern die reflexion ist gering und die neben dem weißen aufhellungsmittel kohlensaurer kalk und kalk vorhandenen farben wirken viel dunkler und farbiger als nach dem trocknen daher entsteht eine große schwierigkeit da man nicht entsprechend dem augenblicklichen aussehen malen darf sondern die spätere wirkung des trockenen bildes voraus nehmen muss diese schwierigkeit ist umso erheblicher als eine änderung oder korrektur des einmal getrockneten bildes nahezu völlig ausgeschlossen ist denn die auf das trockene bild gebrachte kalkfarbe verbindet sich nicht mehr fest genug mit dem untergrunde dessen oberfläche bereits ganz in kalziumkarbonat übergegangen ist man ist daher auf die benützung anderer arten der technik für nachträgliche änderungen und ausführung an dem in aller eile hingestrichenen bilder angewiesen und dass die zeitlichen veränderungen in ton und farbe an diesen zusätzen andere sein müssen als an den freskofarben bedarf keiner besonderen darlegung infolgedessen ist eine noch so vorsichtige ausgleichung der retuschen doch eine vergebliche arbeit binnen kurz oder lang treten sie unweigerlich zu tage und erfordern neue retuschen und sofort in infinitum ich bin somit der meinung dass die vernachlässigung der freskotechnik nicht etwa das zeichen eines kläglichen niederganges der heutigen kunst ist sondern man hat das fresko aufgegeben aus demselben grunde aus dem man die postkutsche aufgegeben hat weil zweckmäßigere verfahren es verdrängt haben dies bezieht sich sowohl auf die künstlerische frage wie auf die der dauerhaftigkeit was insbesondere die künstlerischen nachteile anlangt so liegen sie in der notwendigkeit des stückweisen arbeitens in der beschränkung der palette und endlich in der starken veränderung der aufgetragenen farben beim auftrocknen das stückweise arbeiten mochte am platze sein zu einer zeit wo die probleme der lichtführung und der farbenstimmung noch gar nicht gestellt waren und der künstler sich nach dieser richtung darauf beschränken konnte schönfarbige einzelheiten nach den regeln der wohlgefälligen gesamtwirkung zusammenzustellen von einem hinarbeiten auf große und geschlossene lichtwirkungen kann aber bei einer solchen arbeitsweise nicht die rede sein und so sehen wir denn auch wie zu der zeit wo solche aufgaben die künstler zu beschäftigen beginnen alles sich vom fresko ab und der in dieser beziehung unverhältnismäßig ausgiebigeren ölfarbe zuwendet das gleiche gilt für die anderen seiten der frage die beschränkung der palette und das helle auftrocknen man braucht nur die schilderungen von schick über seine gemeinsamen erlebnisse mit böcklin bei gelegenheit von dessen fresko arbeiten in basel nachzulesen fußnote er schick tagebuchaufzeichnungen über a böcklin zweite auflage berlin f fontane 1902 ende fußnote um zu erfahren was es mit der freskotechnik auf sich hat zitat das auftrocknen des ersten bildes ist ganz unberechenbar vor sich gegangen die luft die zypressen und anderen bäume kamen so wie böcklin sie erwartet hatte die schattenseite des hauses aber viel zu hell weil er in den schatten viel mit kalk gemischte töne gebraucht hatte die wiese ist viel zu hell und weißlich die grünen mittelton des grases aufgesetzten hellgrünen striche sind jetzt gar nicht mehr zu sehen und bilden mit dem mittelton eine unmodellierte farbenfläche die tiefgrauen mittelton wir werden vielleicht einwenden dass dies nur von den ungenügenden erfahrungen böcklins in der freskotechnik herrührt und dass ein künstler der viel darin gemalt hat derartige versehen nicht mehr machen wird dies ist richtig aber ebenso richtig ist dass auch der erfahrene künstler seine beabsichtigten wirkungen nur ungefähr voraus berechnen kann und daher in seinem schlussergebnis vom zufall abhängig bleibt er wird sich daher notwendig auf einen bestimmten umfang von ausdrucksmitteln beschränken müssen und wird diesen kreis auch kaum erweitern können denn neue versuche verbieten sich durch die unmöglichkeit der nachträglichen änderung ich fasse daher mein urteil über die fresco technik kurz dahin zusammen dass sie in keiner weise pflege oder erneuerung verdient sondern wegen ihrer weitgehenden unvollkommenheiten aufzugeben ist ende von neunter brief 10. brief aus maler briefe von wilhelm ostwald diese librivox aufnahme ist in der public domain lieber freund auf ihre bemühungen der fresco technik ihr traditionelles ansehen zu wahren wäre vielerlei zu erwidern doch werden wir dies wohl besser auf unsere nächste zusammenkunft verschieben wo rede und gegenrede schneller aufeinander folgen denn um eine fruchtbare verhandlung zu führen müssen wir uns zuerst über irgendwelche gemeinsame ausgangspunkte klar geworden sein von denen aus wir die weitere verständigung suchen können nur auf eine ihrer bemerkungen lassen sie mich eingehen sie sagen keine andere technik hätte einen so großen stil wie das fresco und daher sei es das geeignetste verfahren für monumentale malerei wir hatten ähnliche fragen bei einem früheren anlass berührt und ich hatte ihn bereits damals nicht verhehlt dass ich mir bei diesen worten nichts bestimmtes denken konnte worauf sie wieder replizierten jeder maler wisse was damit gemeint sei ich muss also versuchen den jedenfalls vorhandenen sinn des wortes selbst heraus zu bekommen am besten denke ich ihre meinung zu treffen wenn ich den ton auf die tatsache lege dass die ausübung der technik nicht jede beliebige ausdrucksweise ermöglicht sondern nur begrenzte arten so wird man zweifellos sonnenuntergänge und ähnliche farben und lichtreiche naturerscheinungen nicht in fresco darstellen wollen sind durch die aufgabe selbst derartige probleme gegeben so wird man sich bei ihrer ausführung auf andeutungen beschränken und eine naturalistische ausführung vermeiden weil sie unzulänglich bleiben müsste hierdurch behält das produkt etwas abstraktes denn da es sich nicht um eine große annäherung an die naturerscheinung handeln kann so muss der künstler seine wirkung in der zeichnung und in dem gedanklichen inhalt des dargestellten suchen ich hoffe mit dieser schilderung das wesentliche getroffen zu haben wenn sie auch vermutlich ein wenig den gehobenen ton vermisst haben in welchem sonst derartige fragen abgehandelt zu werden pflegen nun werden sie mir aber auch zugeben dass man sich ähnliche beschränkungen in jeder anderen technik auferlegen kann indem man die palette das heißt die zahl und den umfang der anzuwendenden farben entsprechend einschränkt man kann also in jeder anderen technik in ähnlichem stil malen wie er durch die natur des fresco gegeben ist nur kann man in den anderen techniken außerdem aufgaben bewältigen denen gegenüber fresco versagt es liegt bei diesem also nur eine beschränkung vor die dem künstler zwangsweise auferlegt wird während er sie sich nötigenfalls freiwillig auferlegen könnte in einer solchen eigenschaft kann ich keinen vorzug sondern nur einen nachteil sehen damit wollen wir das fresco vorläufig beiseite lassen und uns den noch übrigen arten der malerischen technik zuwenden es sind hauptsächlich zwei die ölfarbe und die tempera zur einhaltung einer strengen systematik wäre es hier nötig zunächst die tempera vorzunehmen weil das was man jetzt darunter versteht auch auf die anwendung des wassers zur verdünnung der farbe herauskommt also auch eine aquarell technik im weiteren sinne ist dies empfiehlt sich aber deswegen nicht weil es gegenwärtig einen ganz bestimmten begriff der tempera nicht gibt vielmehr stehen wir hier auf dem boden einer alchemie einer geheimen rezepten kunst an welcher die fortschritte der heutigen wissenschaft anscheinend ganz einflusslos vorübergegangen sind aus den alten malbüchern werden halb verstandene anweisungen herübergenommen nach eigenem gutdünken verbessert und dann von dem glücklichen erfinder als große geheimnisse auf das ängstlichste gehütet von zeit zu zeit tritt ein derartiges neues malverfahren mit großem geräusch an die öffentlichkeit erfinder und fabrikanten rühmen ihm eine unerreichte leuchtkraft und ein unvergleichliches feuer der farbe nach verschweigen aber sorgfältig woraus das bindemittel der neuen farben besteht man kann es nicht oft genug wiederholen dass die anwendung derartiger farben für den maler ungefähr dasselbe bedeutet wie eine kapitalanlage in südamerikanischen staatspapieren für einen familienvater es kann ja sein dass die sache etwas taugt aber die wahrscheinlichkeit spricht nicht dafür und ehe man ihm genau sagt was man ihm in die hand gibt sollte kein maler der es mit seiner kunst ernst nimmt und der seinem käufe oder auftraggeber gegenüber etwas wie verantwortlichkeit empfindet solche sachen anwenden die beispiele wo durch die anwendung von derartigen geheimmitteln hochbezahlte kunstwerke bereits nach wenigen jahrzehnten ja jahren so weitgehend chemische und mechanische veränderungen erlitten haben dass ihr wert auf einen geringen bruchteil herabgegangen ist sind leider so zahlreich dass man sie nicht einmal anzuführen braucht gewöhnlich wird hiergegen von den betroffenen wieder ein neues geheimmittel angewendet und durch quacksalberei das übel schließlich nur noch ärger gemacht auch versäumt man dann meistens nicht darauf hinzuweisen daß die alten rezepte der großen flämischen und niederdeutschen künstler deren bilder nach bald einem halben jahrtausend noch glänzend und farbenfrisch erscheinen durch verlöschen der tradition verschwunden seien und daß daher heute keine hoffnung bestehe das gleiche zu erreichen demgegenüber muß auf das schärfste betont werden daß aufgrund unserer heutigen wissenschaftlichen kenntnisse eine mindestens ebenso sichere beherrschung des materials möglich ist und daß man bilder herstellen kann die mit wissenschaftlicher wahrscheinlichkeit eine gleiche dauer gewährleisten aber derartige resultate erzielt man nicht nach der methode des alchemisten der nach unendlichen rezepten das widrige zusammengoss sondern durch klare fragestellung auf welche die wissenschaft immer noch auch klare antwort zu geben gewusst hat wenn auch nicht immer von heute auf morgen so damit habe ich meinem herzen zunächst luft gemacht es tut mir in der seele weh wenn ich zum beispiel in den aufzeichnungen über boecklin mich überzeugen muß welche unendliche zeit dieser große mann mit unnützen und richtungslosen versuchen verdorben hat die ihm ein nicht eben großer betrag von chemischer und physikalischer kenntnis erspart hätte natürlich kann auch der kenntnisreichste naturforscher nicht alles voraus wissen aber ein solcher versteht zu experimentieren dies ist eine ebenso schwere kunst wie das malen denn es kommt nicht nur darauf an etwa alte rezepte nachzumischen und zu probieren ob sie etwas taugen sondern man muss sich von der wirkungsweise jedes stoffes der erfahrungsmäßig brauchbare resultate gibt ein klares bild machen und dann die ansätze so variieren und durcharbeiten dass der angestrebte zweck am vollständigsten erreicht wird hier behandelt es sich meist um einen kompromiss zwischen verschiedenen sich teilweise widersprechenden forderungen in unserem falle sind es vorwiegend die beiden fragen der optischen ausgiebigkeit und der dauerhaftigkeit die eine forderung zu befriedigen ohne gegen die andere zu verstoßen ist eine aufgabe die nur durch systematische nach den regeln der wissenschaft streng durchgeführte arbeit gelöst werden kann die technik der malerei muss hier eine entwicklung durchmachen wie sie die medizin durchgemacht hat denn sie steckt ihrerseits noch ganz und gar in der epoche der geheimmittel und des absurdesten aberglaubens diese entwicklung zu beschleunigen ist eine aufgabe für die sich wohl ein mann erwärmen mag bekanntlich werden heutzutage fast alle bilder mittels ölfarben hergestellt ölfarben im heutigen sinne sind allgemein erst seit der sogenannten großen zeit der italienischen malerei die durch die namen leonardo raffael und titian gekennzeichnet ist zur anwendung gekommen was die technik der als erfinder der ölmalerei gelten in flamen der brüder van eyck gewesen ist weiß man heute noch nicht mit sicherheit dass es nicht die heutige ölmalerei gewesen ist ergibt sich aus dem sehr bedeutenden unterschiede ihrer erhaltung gegenüber der der unzweifelhaften ölbilder aus etwa späterer zeit die annahme von ernst berger dass die flämische technik öl tempera gewesen sei hat manches für sich kann aber hier nicht eingehend erörtert werden jedenfalls stehen wir vor der erscheinung dass die reine öltechnik gegenüber jenen ausgezeichneten kunstwerken sehr schnell boden gewonnen und die anderen verfahren fast vollkommen verdrängt hat die ursache hierfür liegt in zwei umständen einmal gestattet die öltechnik die beiden prinzipien des farbauftrages die deckung und die lasur neben und übereinander gleichzeitig anzuwenden und gewährt somit dem künstler einen größeren umfang von ausdrucksmitteln als eine der vorbesprochenen methoden ferner hat die ölfarbe während des malens jederzeit das gleiche aussehen welches sie auch nach dem fest werden behält der künstler kann also seine wirkung so genau abstimmen wie er will und ist keinen unvorhergesehenen wandlungen seines werkes ausgesetzt allerdings ist dieser letzte vorteil ein trügerischer denn wenn sich die ölfarbe auch nicht in wochen und monaten im tone verändert so tut sie dies doch sicher in jahrzehnten und jahrhunderten der wohlbekannte warmbraune ton der alten ölbilder ist ein zeugnis dafür er beruht nicht auf ursprünglicher farbbeschaffenheit sondern auf der änderung welche das als bindemittel benützte öl im laufe der zeit erlitten hat doch hierauf wollen wir erst später ein wenig näher eingehen zunächst betrachten wir die chemischen und optischen eigenschaften der ölfarbe das bindemittel dieser farben ist lein nuss oder mon öl kurz ein trocknendes öl unter einem solchen versteht man ein öl das in der luft in eine harzartige feste masse übergeht dass dies alle öle nicht tun kann jeder an oliven oder speiseöl sehen das durch langes stehen an der luft zwar ranzig das heißt übel schmeckend wird aber nicht fest was beim festwerden stattfindet ist im wesentlichen ein oxidationsvorgang das heißt das öl nimmt aus der luft einen von deren bestandteilen den sauerstoff auf und verbindet sich mit diesem zu jener festen masse daher trocknen die ölfarben nur auf dem bilde oder auf der palette nicht aber in der tube denn in dieser sind sie gegen den zutritt des luftsauerstoffs geschützt bei dieser umwandlung geht das öl in eine nahezu gleiche menge des harzartigen produktes über das ist zwar nicht ganz genau denn das volumen des produktes ist namentlich nach langer oxidation ein wenig kleiner als das des öls dies kommt aber erst später in frage hierdurch ist nun der optische charakter der ölfarbe gegeben während bei den verschiedenen arten der wasserfarbe der hauptbestandteil des bindemittels das wasser ohne rest verdunstet und deshalb die farbe als eine wesentlich aus dem farbstoff bestehende einigermaßen poröse masse hinterlässt so bleibt das öl seinem raume nach erhalten und die festgewordene farbe ist nicht porös sondern besteht aus dem durchsichtigen harz des festgewordenen öls in welches die farbstoffkörperchen eingelagert sind optisch ergibt sich hieraus das folgende haben die farbstoffkörnchen eine große lichtbrechung so wird die gesamtmasse deckende eigenschaften haben da die lichtbrechung des öls obwohl größer als die des wassers doch hinter jener der farbstoffe zurück steht es hat nämlich wasser 1,33 öl 1,48 bleiweiß aber 2,00 immerhin wird es jedoch unter sonst gleichen umständen eines bedeutend dickeren farbauftrages bedürfen um mit etwas weniger brechenden farbstoffen die gleiche deckung zu erzielen wie sie etwa bei gouache erreicht wird und so bietet sich für die ölmalerei der starke pastose auftrag in vielen fällen mit einer gewissen notwendigkeit an doch muss betont werden dass diese notwendigkeit ein übel ist und dass ein ölbild umso sicherer im laufe der zeit zugrunde geht je pastoser es gemalt ist ich will nicht leugnen dass mir diese voraussicht manchmal bei der besichtigung von ausstellungen einen gewissen trost gewährt hat der mit öl angeriebene farbstoff dagegen keine große lichtbrechung so treten die in meinem vierten briefe beschriebenen erscheinungen ein das licht findet wenig hindernisse bei seinem durchgange durch das gemenge und dieses hat im wesentlichen die optischen eigenschaften eines farbigen glases damit eine derartige farbe ihre wirkung tut muss sie auf einen untergrund getragen werden der seinerseits das licht zurückwirft ganz wie das beim aquarell im engeren sinne der fall ist derartige farben nennt man lasurfarben man kann sie in deckfarben verwandeln wenn man sie mit deckendem weiß mischt da aber hierbei ein teil des weiß als trübe schicht vor dem dunklen farbstoff sich betätigt so werden alle derartigen farben durch mischung mit weiß nach der blauen seite umgestimmt dies ist namentlich beim rot auffallend krabb als lasur wirkt unvergleichlich wärmer als mit weiß gemischt wo er ins violett zieht durch diese einbettung der farb körper in ein mittel von verhältnismäßig hoher brechung ist nun in erster linie eine bedeutende verminderung des weißen oder grauen oberflächen lichts erreichbar und das gelingt daher die wirkung des bildes in beliebigem maße durch farbreiches tiefenlicht zu bestimmen hierauf beruht insbesondere die ungemein farbige wirkung jener altflämischen bilder die wie sie auch gemalt sein mögen bezüglich ihrer optischen eigenschaften den ölbildern zugerechnet werden müssen in der heutigen technik werden diese wirkungen allerdings meist verschmäht teils mögen sie den künstlern nicht genügend bekannt sein teils erfordert ihre anwendung ein umständlicheres verfahren als das flotte heruntermalen mit fertig gemischten tönen ein zweiter erfolg der einbettung ist die mechanische widerstandsfähigkeit der farbschicht ölbilder können ohne schützendes glas aufgehängt werden und man kann sie von angesetztem staub und schmutz durch abwaschen reinigen dieser vorzug ist indes nicht ganz zweifellos war er wichtig zu einer zeit wo die herstellung hinreichend grosser und ebener glasplatten nicht ausführbar war so fällt er heute nicht ins gewicht wo auch für sehr grosse gemälde spiegelglas scheiben zu preisen erhaltlich sind die weit unter denen der kunstwerke selbst liegen ohne glasschutz aber ist das ölbild sowohl den schnell wirkenden unbilden der nachlässigkeit oder des vandalismus wie den langsam wirkenden der luftverunreinigungen insbesondere dem ruß und der schwefligen säure der modernen städte ausgesetzt dem gemäß schreiten die museumsverwaltungen immer mehr und mehr dazu auch die ölbilder hinter glas zu setzen wogegen vom standpunkte der künstlerischen wirkung gar nicht zu sagen ist und damit wird jener mechanische vorzug der ölbilder einigermaßen zwecklos denn diesen vorzügen gegenüber stehen sehr erhebliche nachteile da das bindemittel einen entscheidenden anteil an der optischen wirkung des gemäldes hat so wird jede änderung des ersten auch die letztere ändern nun ist das harzartige oxidationsprodukt der trockenenden öle durchaus kein unveränderlicher stoff der oxidationsvorgang bleibt nicht stehen sondern schreitet langsam fort wobei das harz braun wird und an volumen mehr und mehr verliert dem gemäß ist ein jedes ölbild in fortwährender veränderung begriffen diese veränderung hat eine verschiedene geschwindigkeit je nach der natur der farbstoffe die dem öl beigemischt sind daraus ergeben sich dann die zahllosen krankheiten der ölbilder durch welche ein besonderer stand von heilkundigen für diese patienten die restauratoren entstanden ist doch dies ist eine so weitschichtige sache dass ich für diesmal schluß machen muß Ende von brief 10 Ende von brief 10 das ist ganz richtig absolut genau ist keine messung und absolut dauerhaft keine messung zu übergeben das ist eine empfindung die der anfangende physiker auch zu haben pflegt wenn er auf die zahllosen fehlermöglichkeiten bei seinen messungen aufmerksam gemacht wird und nun verzweifelnd ausruft dass es ja überhaupt keine genauen messungen gebe das ist ganz richtig absolut genau ist keine messung und absolut dauerhaft keine messung kein bild aber die genauigkeit kann wie die dauerhaftigkeit verschiedene grade haben und eine rationelle kenntnis der bedingungen führt eben dazu dass unter den vorhandenen umständen dauerhafteste kunstwerk herzustellen so will ich als bald betonen dass man auch mit ölfarben recht dauerhafte bilder machen kann wenn man nur die bedingungen einhält die für deren erhaltungen die günstigsten sind diese bedingungen sind von zweierlei natur einmal muss man dem bilde die größte unveränderlichkeit oder vielmehr die geringste veränderlichkeit zu sichern suchen zweitens muss man das bild darauf einrichten dass die unvermeidlichen veränderungen ohne das kunstwerk zu gefährden rückgängig gemacht werden können es handelt sich hierbei nur um die veränderungen am bindemittel denn ich mache hier wie immer die voraussetzung dass der maler nur dauerhafte farbstoffe verwendet hat solche gibt es in hinreichender mannigfaltigkeit und schönheit ich werde hierauf nicht wieder eingehen zumal bei der ölfarbe durch die einbettung der farbstoffkörnchen in die harzige masse ein besonders wirksamer schutz gegen die einwirkungen der luft und ihrer verunreinigungen gegeben ist sodass auch ein wenig beständiger farbstoff in öl an beständigkeit erheblich gewinnt nun wissen sie bereits dass das festwerden der ölfarbe auf einer sauerstoffaufnahme beruht die späteren ungünstigen veränderungen des bildes beruhen auf der gleichen ursache daraus ergibt sich dass am fertigen bilde der zutritt der luft möglichst beschränkt werden sollte wie erheblich dieser umstand ist lässt sich daran erkennen dass solche bildstellen auf leinwand die auf der hinterseite durch den holzrahmen gegen den unmittelbaren luft zutritt geschützt sind regelmäßig eine bedeutend bessere erhaltung aufweisen als die freien stellen auch sind die ausgezeichnet erhaltenen altflämischen bilder auf holz gemalt wodurch der luft zutritt zur rückseite der farben sehr erheblich gehemmt ist von diesem gesichtspunkte aus wird man in der üblichen anwendung der leinwand für ölgemälde einen fehler erblicken müssen der die lebensdauer der kunstwerke etwa auf die hälfte herabsetzt abhilfe ist indessen auf der eben gegebenen grundlage leicht zu schaffen handelt es sich um ältere auf leinwand gemalte bilder so wird es sich zunächst darum handeln die hinterseite gegen die luft undurchlässig zu machen dies geschieht am einfachsten und am besten dadurch dass man zinnfolie staniol mittels einer alkoholischen schellacklösung aufklebt dieser überzug lässt sich leicht wieder entfernen wenn dieser aus irgendwelchen gründen erforderlich wird und kann dem bilder auf keine weise schaden namentlich wenn man auch die außenseite der zinnfolie durch einen firnisüberzug schützt durch diese maßnahme ist auch die aufnahme von feuchtigkeit durch die leinwand die eine der ursachen des reißens ist auf null gebracht das gleiche verfahren lässt sich auf neue bilder anwenden nur wird es aus gründen die wir gleich erörtern wollen redlich sein den staniol überzug erst anzubringen nachdem das bild mindestens ein jahr alt geworden ist auf diese weise ist zunächst der sauerstoff auf der hinterseite abgehalten auf der vorderseite pflegt der maler einen firnis anzubringen der neben anderen funktionen auch diese ausübt gemäß dem was im vorigen briefe bemerkt worden ist wird eine einrahmung unter glas noch bedeutend wirksamere dienste leisten es ist nicht schwer die verglasung so sorgfältig herzustellen dass nur ein minimum von luft eindringen kann und damit sind die bedingungen geschaffen die eine vielfach größere lebensdauer des bildes gewährleisten allerdings und dies auszusprechen gebietet die wissenschaftliche vorsicht liegen noch keine längeren erfahrungen über etwaige andere einwirkungen einer derartigen abschließung auf die bilder vor und die eben aufgestellte behauptung muss daher mit einem entsprechenden vorbehalt versehen werden fußnote die gelegentlich ausgesprochene befürchtung dass eingeschlossene feuchtigkeit schaden könne lässt sich dadurch beseitigen dass man eben keine feuchtigkeit einschließt ende fußnote aber andererseits wissen wir bereits genug über die vorgänge im ölbilde und das angegebene verfahren als das zurzeit wissenschaftlich am besten begründete und daher aussichtsvollste anzusehen das eben gesagte bezieht sich auf solche eigenschaften der ölfarbe die untrennbar mit ihr verbunden sind neben den daher rührenden nachteilen hat aber diese technik noch andere welche von ungeeigneter anwendung herrühren diese entstehen hauptsächlich durch das übereinander malen und den dicken farbauftrag und zeigen sich darin dass die farbschicht ihren zusammenhang verliert und in schuppen oder schollen auseinander geht die ursachen hierzu sind mehrfach allgemein wird man sagen dass eine derartige trennung der farbschicht dann eintreten wird wenn bildgrund und farbschicht ihre flächengröße in verschiedenem maße ändern und zwar werden solche erscheinungen umso eher eintreten je weniger nachgiebig beide sind denken wir uns zunächst die leinwand nur mittels einer tränkung mit leim gegen das aufsaugen des öls geschützt und auf diesen untergrund mit so dünner farbe gemalt dass die einzelnen teile der schicht an den fäden der leinwand befestigt sind und nicht miteinander eine zusammenhängende platte bilden dann ist die möglichkeit zur schollen bildung nicht vorhanden denn wenn auch die leinwand etwa durch feucht werden ihre dimension ändern sollte sie dehnt sich hierbei nicht wie papier aus sondern zieht sich im gegenteil zusammen um sich beim trocknen wieder auszudehnen so folgt eben jedes stückchen farbe dem faden an dem es festgetrocknet ist es ist ganz wohl möglich so zu malen namentlich wenn man sich von dem traditionellen vorurteil gegen gebleichte leinwand frei macht und dem gemäß einen weißen grund verwendet ein solches bild wird nur in minimalster weise vom dunkel werden des öls betroffen werden da dieses nur einen kleinen teil des farbauftrags bildet und auch in mechanischer beziehung gewährt es eine große sicherheit für unveränderte dauer sollte schließlich zu viel von dem wenigen öl durch oxidation verschwunden sein so kann man dieses leicht ersetzen und das bild für eine neue reihe von jahrzehnten frisch machen alle diese verhältnisse ändern sich wesentlich wenn man die farbe in starken schichten aufträgt in solchen fällen bildet sich das feste produkt aus dem öl zunächst nur an der oberfläche da die entstandene schicht das unterliegende öl gegen den luftzutritt schützt wenn dann im laufe der weiteren oxidation die obere schicht sich zusammenzieht ist die unterste noch weich und zerreißt zu schollen ähnliches tritt ein wenn man auf eine halbgetrocknete untermalung andere farben bringt die meist auch mit anderer geschwindigkeit trocknen eine weitere ursache zum entstehen von rissen ist eine zu dicke oder sonst ungeeignete präparation der leinwand diese wird gewöhnlich zuerst mit mehreren schichten einer aus leim und kreide oder ton gemischten farbe überzogen auf welche dann oft noch eine oder einige schichten ölfarbe kommen je dicker dieser malgrund aufgebracht wird und je verschiedener die übereinanderliegenden schichten sind umso mehr gefahr besteht für eine verschiedenartige änderung der ausdehnung und somit für das entstehen von rissen mir scheint dass die allgemeine anwendung der leinwand für ölbilder eines der vielen vorurteile ist unter denen die kunst noch heute leidet zu einer zeit wo man große bogen papier oder pappe nur durch aneinander kleben kleiner herzustellen wusste waren die großen flächen der leinwand willkommen gegenwärtig kann man papier und pappe fast in allen beliebigen dimensionen erhalten und da man jedes derartige produkt durch einen überzug von leim oder casein von passender stärke in einen malgrund verwandeln kann der nach belieben in jedem gewünschten maße schluckt oder nicht so liegt wirklich kein grund vor statt der leinwand mit ihren unbequemen keilrahmen nicht lieber pappe zu nehmen insbesondere kann man jede pappe durch aufkleben eines geeigneten papiers mit jedem gewünschten korn versehen und erlangt so malgründe die allen anforderungen entsprechen ja sogar leinwand würde besser auf pappe geleimt statt auf den keilrahmen gezogen denn im ersten falle verliert sie alsbald die böse eigenschaft mit der feuchtigkeit ihre flächengröße stark zu ändern verfolgt man diesen gedankengang weiter so gelangt man schließlich auf den plan als unterlage zum malen metall in blechform zu nehmen im aluminium hat man ein ideales material dazu das durch sein geringes gewicht auch bei sehr großen abmessungen handlich bleibt und dessen chemische eigenschaften eine schädliche wirkung auf das bild ausschließen ob man unmittelbar auf das matt geätzte metall malt oder besser zuerst einen überzug von papier oder leinwand gibt wird von den umständen abhängen jedenfalls ermöglicht die benutzung der metallfläche als untergrund gewisse technische effekte die eines eingehenderen studiums wert sind als ich es bisher habe daran wenden können kann man auf solche weise dem untergrunde eine beliebige dauerhaftigkeit geben so bleibt noch die frage übrig ob man den üblen eigenschaften des öls entgegen arbeiten kann auch diese frage lässt sich bejahend beantworten der wert des öls als bindemittel beruht darauf dass beim festwerden die optischen verhältnisse im wesentlichen ungeändert bleiben und so der maler imstande ist seine farb und lichtwirkungen auf das feinste abzustimmen nun würde man aber dasselbe erreichen wenn man die mechanische wirkung des öls als bindemittel von seiner optischen als durchsichtige und stark lichtbrechende umgebung der farbkörnchen trennte und beide funktionen verschiedenen stoffen zu wiese eine lösung dieser aufgabe bestände zum beispiel darin dass man auf stark aufsaugendem grunde arbeitet dann geht der größere teil des öls in diesen grund und es bleibt zwischen farbstoffkörnchen nur so viel zurück als zu deren mechanische verbindung erforderlich ist die optische folge davon ist dass die farben infolge des eintretens von luft zwischen die körnchen einschlagen das heißt viel mehr licht von der oberfläche zurückwerfen und das bild sowohl an tiefe wie an farbigkeit verliert dadurch dass man die zwischenräume wieder mit einem stark brechenden mittel ausfüllt wird indessen die frühere erscheinung hergestellt oder das bild herausgeholt diese zweite funktion aber könnte einem anderen stoffe übertragen werden denn nicht wie das öl die eigenschaft des braunwerdens oder nach dunkelns hat solche stoffe sind die zu feiernissen verwendeten harze wie mastix damar sandarak und so weiter und man bedient sich dieser stoffe wie bekannt bereits vielfach für diesen zweck allerdings sind auch sie dem einfluss der zeit unterworfen sie werden aber nicht braun sondern sie verlieren ihren zusammenhang und werden blind das heißt undurchsichtig wie dieser fehler zu bessern ist hat indessen seinerzeit der unvergessliche pettenkofer gezeigt der mann dem wir die erste erfolgreiche physikochemische behandlung dieser probleme verdanken ein kürzeres oder längeres verweilen im dampfe von alkohol oder einem anderen geeigneten flüchtigen lösungsmittel der harze gibt dem blind gewordenen überzug ohne jede berührung des bildes seine durchsichtigkeit wieder damit indessen ein solches verfahren vollen erfolg hat muss der firnis nicht früher aufgetragen werden als nachdem das öl ausreichend getrocknet das heißt in die feste form übergegangen ist man muss also das bild nass fertig malen dann längere zeit einige monate trocknen lassen und dann endlich den firnis darüber ziehen gibt man dann etwa auf der rückseite des bildes genau an womit das bild gemalt und gefirn ist worden ist so ist für alle zukunft die möglichkeit vorhanden die ursprünglich vom künstler beabsichtigte und erreichte wirkung wieder herzustellen dies ist indessen nicht der einzige weg zum ziel man kann ebenso auf undurchlässigem grunde mit einer farbe malen welche nur so viel öl enthält als zur bindung erforderlich ist und im übrigen die erwünschte dünnflüssigkeit der farbe durch den zusatz solcher flüssigkeiten bewirken die hernach verdampfen auch ein solches bild wird einige zeit nach dem auftrag der farbe einschlagen weil der flüchtige zusatz verdampft ist und kann durch firnis wieder herausgeholt werden als verdünnungsmittel empfehlen sich die bisher üblichen insbesondere terpentinöl und spicköl letzteres ist viel weniger flüchtig und lässt also das bild entsprechend länger nass will man das eingeschlagene bild zum zwecke des weitermalens wieder herausholen so wendet man am besten eben dieselben flüchtigen stoffe ohne weiteren zusatz an die man aber mit dem zerstäuber und nicht mit dem pinsel aufträgt man braucht nicht zu fürchten dass zu wenig bindemittel verbleibt namentlich nicht wenn bereits einiges festwerden des öls stattgefunden hatte äußerstenfalls macht es keine schwierigkeit ein gemenge von terpentinöl und wenig monöl mit dem zerstäuber aufzutragen und so jede beliebige nachträgliche bindung zu erreichen in diesen darlegungen wird der künstler vielfach die beschreibung bekannter methoden erkennen durch die angabe der gründe indessen welche zu diesem oder jenem verfahren geführt haben wird er gleichzeitig die hilfsmittel finden nicht nur das er lernte oder gefundene sachgemäß anzuwenden sondern auch seine mittel weiterzuentwickeln ohne die zukunft seiner schöpfungen durch die einhaltung ungeeigneter verhältnisse zu gefährden malerbriefe lieber freund weshalb die verschiedenen farben wenn sie auch mit dem gleichen öl angerieben werden so verschieden schnell trocknen fragen sie da die antwort uns gerade in eines der interessantesten kapitel der physikalischen chemie hineinführt so soll sie ausführlich gegeben werden ähnlich wie der zum festwerden führende oxidationsvorgang beim leinöl nicht augenblicklich vor sich geht sobald öl und luft miteinander in berührung kommen so gibt es zahllose chemische vorgänge die mit einer gewissen langsamkeit ablaufen wenn auch die bedingungen für sie insbesondere durch das vorhandensein der erforderlichen stoffe gegeben sind für das studium derartiger zeitlicher verläufe an chemischen vorgängen gibt es eine eigene wissenschaft die chemische kinetik die in den letzten jahrzehnten sehr große fortschritte gemacht hat eines der merkwürdigsten ergebnisse dieser chemischen kinetik ist nun dass die zeit welche ein bestimmter vorgang braucht nicht nur von den äußeren bedingungen wie temperatur druck und konzentration der beteiligten stoffe abhängt sondern auch in sehr hohem maße von der anwesenheit anderer stoffe die an der zusammensetzung des entstehenden produktes keinen anteil haben und deshalb durch den vorgang im allgemeinen auch nicht verbraucht werden sie wirken auf den vorgang um ein anschauliches bild zu geben wie öl auf ein eingerostetes räderwerk dieses nimmt auch unter sonst gleichen umständen eine weit größere geschwindigkeit an wenn die reibenden teile geölt werden und ohne dass das öl für die wirkung verbraucht wird stoffe welche eine derartige eigenschaft haben nennt man katalytisch wirksame oder katalysatoren und den vorgang der beschleunigung durch die anwesenheit solcher stoffe katalyse meist genügen sehr geringe mengen des katalysators um große beschleunigungen zu bewirken im allgemeinen bestehen für jeden vorgang besondere katalysatoren und man muss von fall zu fall ermitteln welche stoffe diesen merkwürdigen einfluss auf eine gegebene chemische reaktion ausüben können nun ist es wohl bekannt dass leinöl unter anderem viel schneller trocknet wenn es zum anreiben von bleiweiß benutzt wird als wenn man es etwa mit zinkweiß benutzt andererseits kann man dem leinöl die eigenschaft erteilen unter allen umständen schnell zu trocknen wenn man es mit irgendwelchen bleiverbindungen kocht sodass es etwas von diesen auflöst in diesen tatsachen erkennen wir die charakteristischen eigentümlichkeiten der katalyse bleiverbindungen beschleunigen den oxidationsvorgang des leinöls und somit dessen trocknen leinöl firnis das heißt schnell trocknendes leinöl ist von dem gewöhnlichen durch den gehalt an einem solchen katalysator verschieden und sikkativ das heißt eine flüssigkeit durch deren zusatz man leinöl schnell trocknet machen kann ist eine konzentrierte lösung eines solchen katalysators die eigenschaft die oxidation des leinöls katalytisch zu beschleunigen haben nicht nur bleiverbindungen sondern auch manganverbindungen und vermutlich auch andere metallabkömmlinge wenigstens schließe ich aus den angaben über die trockenwirkung des grünspahns die in alten malbüchern sich finden dass auch vielleicht das kupfer wirksam ist doch liegen hierüber noch zu wenige exakte arbeiten vor als dass ich bestimmteres sagen ließe ebenso machen bekannte rezepte zum firniskochen den eindruck als wenn auch durch längeres erhitzen des leinöls an der luft ein beschleuniger entstände denn sie beruhen darauf dem öl durch bloßes längeres erhitzen die eigenschaft des schnell trocknendes zu erteilen doch müssen auch hier erst die wissenschaftlichen arbeiten einsetzen für die übrigens die bahn vorgezeichnet ist denn mit katalytischen erscheinungen weist die physikalische chemie jetzt trefflich umzugehen aus diesen angaben werden sie alsbald entnehmen koennen welche bedeutung die warnung vor allzu reichlicher anwendung solcher trockenmittel hat die jeder gewissenhafte lehrer seinen schülern zukommen lasst in meinem vorigen briefe entwickelte ich ihnen die theorie des reißens der ölfarbe der wesentliche punkt dabei war die verschiedene zeit welche einerseits die oberflächlichen schichten andererseits das innere der farbmasse zur oxidation brauchen durch die anwendung des sickativs wird nun dieser zeitunterschied noch weiter gesteigert die oberfläche trocknet in wenigen stunden und schließt das innere auf eine ebenso lange zeit vom festwerden ab wie eine gewöhnliche farbe denn in beiden fällen erfolgt das festwerden im inneren wesentlich nur in dem maße als die feste schicht sauerstoff durch diffusion das heißt durch langsame durchdringung ihrer masse hinein lässt nun beschleunigt das trockenmittel nicht nur das erste festwerden des öls sondern anscheinend im gleichen maße auch die weiteren unerwünschten veränderungen des festgewordenen öls insbesondere das schwinden und braun werden was also bei gewöhnlicher farbe normal nach langer zeit eintritt tritt bei anwendung von sickativ in entsprechend kürzerer zeit ein und zwar umso schneller je mehr trockenmittel angewendet worden ist so ist denn ein mit viel sickativ gemaltes bild auf seiner oberfläche bereits nach wenigen jahren ein greis während es im inneren noch ein jüngling ist und dass eine derartige kombination nicht gut tut braucht nicht erst lange dargelegt zu werden viel weniger bedenklich ist die anwendung von trockenmitteln bei der einhaltung eines dünnen farbauftrags denn die eben geschilderten übelstände steigern sich naturgemäß in schnellerer progression je dicker die farbschichten sind ist das bild dünn gemalt so wird das enthaltene öl in wenigen tagen so fest wie ohne sickativ in monaten und wenn es dann gefährnis wird so ist der weitere sauerstoff zutritt zum öl und damit die unerwünschten änderungen des festen öls praktisch zum stillstande gebracht ich würde es also für unbedenklich halten ein bild das schnell hergestellt werden soll in dünner technik mit genügendem sickativ in einem zuge fertig zu malen und ist dann nach einer woche trockenens zu viernissen allerdings hat auch hier die erfahrung das entscheidende wort zu sprechen und meine darlegung bezweckt nur aufgrund der vorhandenen kenntnisse eine gruppe von bedingungen zu formulieren welche ein gutes ergebnis erwarten lässt eine derartige technik ist insbesondere für arbeiten vor der natur ungemein bequem und förderlich benutzt man als mal grundfarbiges zeichen papier mit ziemlich starkem korn das man mit einer leimlösung von etwa sechs prozent präpariert hat und malt man darauf mit gewöhnlicher ölfarbe die man mit einem malmittel aus sickativ mit der zehnfachen menge terpentin öl so stark verdünnt als es der erstrebte zweck nur zulässt so verliert man nirgends zeit mit technischen schwierigkeiten und kann in einer stunde eine studie bereits recht weit durchführen die fernen werden mit dünster farbe fast wie aquarelle angelegt die passend gewählte farbe des papiers kann hier die arbeit ausserordentlich erleichtern große flächen darüber liegender gegenstände werden ausgespart klein übergangen nach einer viertelstunde die man mit der anlage der übrigen flächen ausgefüllt hat ist die farbe der ferne bereits so fest geworden dass man einzelheiten sicher und sauber hineinsetzen kann indem man stets von hinten nach vorn arbeitet ergibt es sich unwillkürlich dass die im vordergrunde befindlichen dinge den stärksten farbauftrag erhalten und damit ist ihr plastisches vortreten leicht gesichert ich besitze derart hergestellte skizzen die über zwanzig jahre alt sind gar keine sorgfalt bei der aufbewahrung erfahren haben und an denen ich nicht die geringste spur des alterns entdecken kann trotzdem die meisten nicht einmal gefirnest sind ich schreibe dies ausschließlich dem dünnen farbauftrage zu denn die übrigen erfordernisse für eine möglichst große dauer bei diesen ferienprodukten einzuhalten habe ich nicht die mühe wert gefunden ja ich habe sogar meist zu dem oben erwähnten malmittel etwas bernsteinlack etwa ein zehntel gesetzt welcher das einschlagen verhindert um mir das spätere fairnissen zu ersparen und damit bewußt gegen die bedingungen der möglichsten dauerhaftigkeit gesündigt ohne dass ich bisher schädigungen davon bemerkt habe vielleicht werden solche nach einigen jahrhunderten sichtbar werden falls die blätter dann noch existieren sollten schließlich einige worte über das pastose malen fragt man nach dem optischen wirkungen die man damit erreichen kann so ergibt sich nur eine einzige nämlich das glanzlicht auf der glatten oberfläche eines gewölbten farbtropfens in dieser form kennt und verwendet insbesondere rembrandt in feinster und bewusstester weise den plastischen farbauftrag im übrigen sind die ölfarben wie sie auf dem bilde stehen durch das in den meisten reichlich enthaltene bleiweiß so gut deckend dass bereits eine schicht von rund einem zehntel millimeter das durchscheinen der unterlage ausschließt wendet man was man der sicherheit wegen für endgültige werke stets tun sollte einen rein weißen malgrund an so wird eine vollkommene deckung weiß nicht nur nicht erfordert sondern ist sogar oft ein nachteil demgemäß kann der auftrag noch viel dünner sein und das durchscheinen des weißen grundes kann erfolgreich zur erzielung einer lebendigeren farbwirkung benutzt werden wird endlich der pastose auftrag sinngemäß auf einzelne kleine stellen beschränkt so fallen auch die ursachen der schollenbildung und des reissens fort vom standpunkt der künstlerischen wirkung bleibt also zu gunsten des dicken farbauftrages über das ganze bild gar nichts übrig denn die handschrift des künstlers dürfte gleichfalls nicht proportional der pro quadratmeter verwendeten farbenmenge bewertet werden umgekehrt bewirken die zahllosen reflexe auf der oberfläche eines mit dickem und unregelmäßigem farbauftrag gemalten bildes dass es namentlich bei künstlichem lichte oft unmöglich ist überhaupt einen standpunkt zu gewinnen an welchem man nicht durch unerwünschte reflexe gestört wird bleiben also nur ursachen übrig welche ich unter dem worte mode am richtigsten zusammenzufassen glaube ende von zwölfter brief dreizehnter brief von malerbriefe von wilhelm ostwald diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von awai im september 2010 lieber freund sie verlangen dass ich meine bemerkung begründe dass man für endgültige bilder einen weißen untergrund benutzen müsse und fügen hinzu dass allerdings die älteren italiener flamen und deutschen einen solchen benutzt hätten und dass auch böcklin die gleiche praxis geübt habe finden aber ihrerseits einen getönten grund für viele zwecke angenehmer um diese wichtige frage gründlich zu behandeln muss ich zunächst auf ein bisher nur andeutungsweise betrachtetes problem eingehen nämlich das der lasur insbesondere bei der ölfarbentechnik eine lasur besteht bekanntlich in einer durchscheinenden farbigen schicht über einem irgendwie gefärbten untergrunde man erzielt hierdurch eine bedeutende vertiefung der farbigen wirkung über die art und weise wie diese wirkung zustande kommt ist einiges bereits gesagt worden dort war indessen zunächst der weiße untergrund in betracht gezogen worden betrachten wir nun wie eine lasur auf farbigem untergrunde wirkt wir behandeln zunächst den einfachsten fall dass man auf eine bestimmte deckfarbe zum beispiel englisch rot eine gleichnamige durchsichtige farbe zum beispiel krapplack deckt macht man den versuch so erzielt man einen eindruck den man mit worten wie feurig leuchtend tief wiederzugeben versucht es ist der eindruck welchen die farben eines reinen spektrums machen denen keine merkliche menge weiß beigemischt ist den gleichen eindruck machen aus gleichem grunde tiefgefärbte glas malereien bei der lasur rot auf rot beispielsweise kommt diese wirkung dadurch zustande dass bereits die deckfarbe wesentlich rotes licht zurückwarf dem nur einiges von der oberfläche kommende weiße licht beigemengt ist dieses weiße licht wird nun durch die rote lasur gleichfalls rot gefärbt sodass nur rotes licht übrig bleibt und so kommt die reinheit oder leuchtkraft oder tiefe der farbe zustande es ist natürlich dass man jede andere farbe in gleicher weise zu solcher wirkung bringen kann etwas verwickelter ist die wirkung einer lasur auf andersfarbigem untergrund die lasur hat da sie in der durchsicht wirkt die eigenschaft dem durchfallenden lichte gewisse strahlen zu entziehen und zwar sind es die komplementärfarben der farbe in welcher der farbstoff erscheint so absorbiert der rote krabblack hauptsächlich grün das preußisch blau hauptsächlich rot gelb und so weiter man kann sich von dieser wirkung leicht überzeugen wenn man durch ein taschenspektroskop nach einer weißen lichtquelle zum beispiel hellen wolken hinsieht und dann ein mit der betreffenden lasurfarbe überzogenes glas vor den spalt des apparates hält andererseits wirken die deckenden farbstoffe derart dass sie von dem weißen licht die farben zurückwerfen in denen sie erscheinen während sie die komplementären verschlucken nun kann man sich ein bild von der gesamtwirkung machen die lasur lässt nur gewisse lichtstrahlen das heißt farben durchgehen und von diesen wird durch die untermalung nur ein teil zurückgeworfen die von der lasur nochmals in demselben sinne beeinflusst werden wie beim einfallen die folge ist dass nur ein verhältnismäßig beschränktes gebiet von farbigem licht zurückkommt dem kein weiß bei gemischt ist wählt man unter malung und lasur so dass beide farben nahe beieinander liegen wie orange und rot gelb und grün etc. so wird verhältnismäßig viel licht von großer reinheit der farbe zurückgeworfen und die farbe erscheint leuchtend auf solche weise lassen sich erfolgreich gegenstände darstellen die wie vom sonnenlichte durchleuchtetes laub durchsichtiges wasser bunte glasfenster und dergleichen kein oberflächenweiß in ihrer erscheinung enthalten stehen sich unter malung und lasur im farbenkreise ferner so nimmt die menge des von der fläche zurückgeworfenen lichtes immer mehr ab und diese erscheint entsprechend dunkler durch überlegen einer komplementärfarbigen lasur über eine möglichst reinfarbige untermalung lässt sich eine tiefe und doch farbige wirkung erzielen das tiefste schwarz ergibt sich wenn auf einen schwarzen untergrund abwechselnd komplementärfarbige dunkle lasuren zum beispiel gebrannte siena und preußisch blau oder reiner indigo aufgetragen werden die frage auf welchen eigenschaften der unterschied zwischen deck und lasurfarben beruht ergibt sich aus der anwendung derselben betrachtungen über die reflexion welche bereits vorher für viele erscheinungen in der malerei aufklärend gewesen sind da wie dort gezeigt worden war eine farbe umso besser deckt je größer ihr lichtbrechungsvermögen ist so folgt dass umgekehrt eine farbe umso weniger deckt also umso mehr den charakter einer lasurfarbe hat je kleiner ihr lichtbrechungsvermögen ist oder genauer je näher ihre lichtbrechung gleich der der umgebung wird da es keinen farbstoff von der geringen lichtbrechung der luft gibt so gibt es auch in allen malverfahren bei denen die körnchen des farbstoffes wesentlich von luft umgeben sind keine lasur dies gilt in erster linie für die pastellmalerei und hier liegt die wesentlichste beschränkung ihrer technischen mittel umgekehrt erhalten umso mehr farben den charakter der lasurfarbe je größer die lichtbrechung des bindemittels ist da in dieser beziehung die harze und trockenenden öle dem gummi leim und eiweiß stark überlegen sind so erklärt es sich dass die anwendung dieses hilfsmittels ihr größtes und erfolgreichstes feld in der ölmalerei findet andererseits folgt daraus dass die besten lasurfarben solche sein würden die sich in dem bindemittel nicht nur mechanisch verteilen sondern wirklich auflösen lassen diese eigenschaft haben die meisten färbenden metalloxide gegenüber dem schmelzenden glase mit dem sie durchsichtige flüsse von reichster und tiefster färbung erzeugen für die anderen arten der malerei kommen gelöste farbstoffe kaum je in frage alle stoffe welche wirkliche lösungen bilden zeigen auch die eigenschaft der diffusion das heißt der freiwilligen verbreitung in angrenzende gebiete des lösungsmittels wo sie noch nicht oder in geringerer konzentration anwesend sind eine solche diffusion ist auch in anscheinend festen mitteln wie trockener leim gummi harz möglich wenn sie auch dort sehr viel langsamer erfolgt als in flüssigen lösungen die folge davon ist dass sich um jedes gebiet wo der gelöste stoff anwesend ist in das freie gebiet hinein ein diffusionshof bildet welcher die gestalt eines nach außen abgetönten randes hat eine gute anschauung hiervon ergeben die unter der glasur befindlichen blauen zeichnungen auf porzellan zum beispiel das meißner zwiebelmuster welche alle mit diesem verschwimmenden rande versehen sind dieser kommt dadurch zustande dass die blaue kobaltfarbe sich auf dem porzellan schon zu der zeit befindet wo es der höchsten temperatur ausgesetzt ist und wo die glasur daher halb flüssig ist in dieser diffundiert das gelöste kobaltoxid das die blaue farbe bildet von den stellen wo es aufgetragen war nach den freien stellen hin und bildet so den charakteristischen verschwimmenden diffusionsrand da durch diese erscheinung die scharfe zeichnung vernichtet wird so vermeidet man die anwendung gelöster farbstoffe in der eigentlichen kunstmalerei der einzige hierzu erwähnende farbstoff ist der asphalt dessen ausgezeichnete lasurwirkung seinem gelösten zustande zuzuschreiben ist allerdings sind damit auch die eben geschilderten diffusions erscheinungen verbunden denen nicht vorausgesehene und nicht gewünschte ergebnisse dem unkundigen benutzer dieses farbstoffes große verlegenheiten und misserfolge bringen können von diesem übelstande der gelösten stoffe der diffusion frei und deren optische vorzüge fast ohne mängel besitzend sind die kolloidalen farbstoffe mit diesem namen bezeichnet man nicht kristallinische stoffe welche sich mit lösungsmitteln zwar nicht zu eigentlichen lösungen wohl aber zu suspensionen oder aufschlemmungen vereinigen welche noch einen großen teil der eigenschaften der lösungen haben sie lassen sich mit beliebigen mengen des lösungsmittels verdünnen und zeigen dabei eine durchsichtigkeit welche der der wahren lösungen nahe kommt sie aber doch nicht ganz erreicht dies erkennt man daran dass solche lösungen zwar oft in der durchsicht ganz klar erscheinen in der aufsicht aber doch eine zerstreuung des lichtes erkennen lassen ein beispiel dafür bietet etwa preußisch blau in viel reinem wasser da welches in der durchsicht klar aussieht wenn man aber mittels einer sammellinse etwa eines brennglases einen kegel sonnenlicht in die flüssigkeit fallen lässt so zeichnet sich dieser mit der kupferroten farbe ab die man auch durch glätten des festen farbstoffes mit einem harten glatten körper hervorrufen kann zu den gebräuchlichsten kolloidalen farbstoffen gehören die farblacke es sind dies verbindungen organischer farbstoffe mit tonerde oder aluminiumhydroxid früher dienten nur ein paar natürlich vorkommende organische farbstoffe wie karmin und krab zur herstellung von farblacken gegenwärtig wo die industrie zahllose künstliche farbstoffe von allen farbtönen herstellt ist auch die gewinnung von farblacken eine sehr viel mannigfaltiger geworden indessen gelangen diese meist nicht lichtbeständigen produkte glücklicherweise nur ausnahmsweise in die für die kunstmalerei bestimmten farben und werden hauptsächlich in der tapetenindustrie verbraucht von den in der malerei benutzten lacken ist krabblack dem kaminlack in bezug auf seine beständigkeit weit überlegen zwischen dem künstlichen alizarin und dem natürlichen krabb farbstoff besteht weder chemisch noch optisch ein unterschied außer dass der künstliche farbstoff reiner ist und daher noch eine größere gewähr der dauer bietet als der natürliche da zur lackbildung mit tonerde sich fast nur organische farbstoffe eignen welche sehr oft nur eine geringe lichtbeständigkeit haben unabhängig davon ob sie natürliche oder künstliche farbstoffe sind so hat sich allgemein die vorstellung verbreitet als seien lacke im allgemeinen nicht echt während dies wie erwähnt allerdings von vielen alten natürlichen farbstoffen gilt hat die industrie neuer zeit eine reihe hervorragend lichtechter künstlicher farbstoffe erzeugt welche jene alten unechten nicht nur ersetzen sondern übertreffen allerdings lassen sie sich nicht auf den ersten blick von den vergänglichen produkten unterscheiden und solange der künstler sich nicht daran gewöhnt ihm unbekannte farbstoffe einer probe auf ihre lichtbeständigkeit zu unterwerfen ist es jedenfalls besser diese produkte nicht auf der palette heimisch werden zu lassen wohl aber sollten die großen als zuverlässig bekannten firmen die sich mit der herstellung von künstlerfarben befassen dahin gerichtete arbeiten unternehmen und die als zuverlässig erkannten lacke in den handel bringen zu den lasurfarben werden schließlich einige gerechnet welche weder echte noch kolloidale lösungen geben wie terra di siena umbra und so weiter diese erhalten ihre durchsichtige beschaffenheit im gemenge mit dem bindemittel durch den verhältnismäßig kleinen wert ihres lichtbrechungsvermögens welches dem der öligen und harzigen bindemittel sich nähert dadurch wird die totale reflexion und daher auch die trübung des gemenges auf ein geringes maß herabgedrückt indessen ist doch hier bei weitem nicht die durchsichtigkeit vorhanden wie bei den wahren und den kolloidalen lösungen diese farbstoffe beginnen daher den übergang zu den deckfarben welcher durch eine stufenleiter verschiedener farben von immer größeren brechungskoeffizienten vermittelt wird ende von dreizehnter brief malerbriefe zu breiten raum eingenommen hatten heute will ich meinen damaligen ausspruch rechtfertigen der maler beabsichtigt meist mit seinem bilde einen eindruck zu erzielen welcher dem der natürlichen erscheinung möglichst nahe kommt oder möglichst eindringlich an diese erinnert hierbei steht ihm die fundamentale schwierigkeit entgegen dass der umfang des lichtes über welchen er verfügt ganz unverhältnismäßig viel kleiner ist als in der natürlichen erscheinung denn das bild wird im zimmer bei mittlerem licht betrachtet das weißeste bleibeiß kann nicht mehr davon zurückwerfen als darauf fällt und dieses sehr mäßige licht ist das hellste was der maler zur darstellung der wiederzugebenden erscheinung zur verfügung hat andererseits ist es nicht möglich die reihe etwa nach der anderen seite zu verlängern denn dunkler als ein ort in der natürlichen erscheinung von welchem kein licht kommt etwa ein kellerloch ist auch das schwärzeste schwarz auf der palette nicht vielmehr ist es wegen des nie ganz zu vermeidenden oberflächenlichtes nicht unerheblich heller es ist also aller grund vorhanden mit den vorhandenen mitteln sparsam umzugehen wenn man beabsichtigt in seinem bilde farbe und licht zu wesentlicher wirkung zu bringen verzichtet man hierauf hat man also in erster linie die abstrakte wirkung einer zeichnung im sinne so fällt allerdings diese ursache für die wahl eines weißen malgrundes fort doch wird alsdann ein solcher meist ohne dies gewählt denken wir uns sie wollen ein recht reines und feuriges rot in ihrem bilde anbringen etwa zur darstellung eines sonnendurchleuchteten farbigen kirchenfensters sie werden ihr ziel am besten erreichen wenn sie auf weißem untergrunde mit abwechselnden schichten gelber und roter lasurfarbe arbeiten bis sie das oberflächenlicht beseitigt und nur rotes tiefenlicht nachbehalten haben wie viel licht dann überhaupt noch von der stelle ausgeht hängt wesentlich davon ab wie viel licht der untergrund zurückwerfen kann und daraus folgt unmittelbar dass sie mit rein weißem untergrunde die größte lichtmenge erzielen werden es folgt weiter daraus dass für solche wirkungen ein kreidegrund zunächst ungünstiger erscheint als einer aus einer stärker brechenden weißen farbe etwa bleibeiß denn wenn das bindemittel der lasurfarbe eindringt so wird die zurückwerfung des lichtes seitens des untergrundes umso mehr geschädigt je kleiner dessen brechungs koeffizient ist indes gibt es ein mittel diesen nachteil zu vermeiden wenn nämlich der untergrund das eindringen des bindemittels der lasurfarbe verhindert so kann auch die verdunklung durch dieses nicht eintreten und man erreicht das gewünschte auch mit schwächer brechenden weißen farben dies ist die ursache für die gute wirkung des leimgips grundes den die älteren tafelmaler angewendet haben und zu dem böcklin auch seinerseits zurückgekehrt ist gips ist ein stoff von nicht sehr erheblicher lichtbrechung etwa 1,5 bis 1,6 ähnlich der kreide und würde daher durch öl oder firnis ziemlich durchscheinend werden dadurch dass er mit leim vermischt ist wird aber das öl am eindringen verhindert und die lichtreflexion der weißen schicht bleibt erhalten durch die ausnutzung dieser grundsätze sind die genannten maler dazu gelangt ihren bildern die viel bewunderte tiefe und pracht der farben zu geben wenn oft behauptet wird dass dies für den gewöhnlichen sterblichen unerreichbar sei so gilt dies nur für solche sterbliche welche die optischen bedingungen und die mittel zu ihrer erfüllung nicht kennen ich bin aber ganz sicher dass durch dies einfache rezept möglichst durchsichtige glasur auf möglichst weißem grunde dasselbe und noch mehr optisch gesprochen erreicht werden kann was jene meister zustande gebracht haben will man sich davon überzeugen so hefte man nur eine gefärbte gelatine folie wie solche zu allerlei zwecken benutzt werden auf rein weißes papier oder sonst einen gut weißen grund und versuche die wirkung mit deckfarbe nachzuahmen es gelingt nicht und zwar einfach deshalb nicht weil man bei der deckfarbe nicht das oberflächenlicht ausschließen kann das hier ausgeschlossen ist mit lasurfarbe dagegen gelingt es denn die gefärbte gelatine ist ja optisch gesprochen nichts als eine lasur dem heutigen maler kommt es allerdings oft genug auf diese art der wirkung nicht an denn ersichtlicherweise ist für ein naturalistisches bild ein solches mittel nur dort am platze wo auch die natur erscheinung tiefenlicht ohne oberflächenlicht gibt die alten maler waren darauf aus ihren heiligen marien und so weiter so schönfarbige gewänder zu malen als sie nur fertig bringen konnten und sie bekümmerten sich nicht darum ob diese gewänder irgendwelchen wirklichen kleiderstoffen ähnlich aussahen heute aber handelt es sich im bilde meist um oberflächenlicht die sehr weit fortgeschrittene luftverschlechterung in den modernen städten hat nämlich die menschheit uns insbesondere die maler auf die optischen wirkungen der trüben luft aufmerksam gemacht und unsere heutige schöngeistige kunstliteratur ist dadurch voll von unklaren phrasen über das licht das aller körper umflutet und dergleichen geworden tatsächlich ist das licht das durch ein farblos durchsichtiges mittel wie die luft geht für uns gänzlich unsichtbar und kann daher weder noch braucht es gemalt zu werden was sichtbar ist sind die trübenden teilchen ruß und staub in der luft indem diese das auf sie fallende licht nach allen seiten zerstreuen bringen sie ein entsprechendes graues oder blaues licht zur wirkung das um so deutlicher wird je dicker die wirksame schicht ist hierdurch werden die dunkelsten stellen der gegenstände um so mehr bläulich oder grau aufgehellt je weiter sie vom beschauer entfernt sind diese seit jahrhunderten bekannten und mehr oder weniger glücklich ausgedrückten wirkungen der sogenannten luftperspektive treten nun bei um so geringerer entfernung in die erscheinung je staubiger die luft ist und darum gibt es tatsächlich in unserer zeit sehr viel mehr luftlicht zu sehen und zu malen als in früheren jahrhunderten in leipzig zeigen meist bei aufmerksamer betrachtung die auf der anderen seite der straße liegenden schwärzen bereits deutliches luftlicht während ich auf rügen oft noch in entfernung von mehreren kilometern die gegenstände in ihrer eigenfarbe und nur mit den ersten spuren des luftlichtes ausgestattet gesehen habe wenn man also sorgfältig darauf achtet dass die jeweils dunkelste farbe sich nach der zunehmenden entfernung ins hellere abstuft und dies bereits bei geringen distanzen zum ausdruck bringt so erzielt man ohne weiteres das umflutende licht all dieses luftlicht ist dun oberflächen licht und es ist klar dass dieses nicht mittels durchsichtiger lasur sondern mittels deckfarbe ausgedrückt werden muss man kann die wirkung in feinster und naturgemäßester weise durch einen trübe lasur von sehr dünner weißer farbe erreichen die sachgemäße ausführung dieses verfahrens ist indes nicht ganz leicht hier tritt der fall ein wo ein weiß von kleinem brechungskoeffizienten zweckmäßiger ist als eines von größerem denn die aufzutragende schicht wird umso dicker sein können bis die gleiche wirkung erreicht ist je näher sich die brechungen des farbstoffes und des bindemittels liegen daher wenden die erfahrene maler für derartige zwecke anstelle des bleiweißes das weniger brechende zinkweiß an denn je dicker die aufzutragende schicht sein darf es handelt sich hier um äußerst dünne schichten umso weniger technische schwierigkeiten macht die herstellung es wäre daher ganz zweckmäßig mit dem brechungskoeffizienten dieses luftweiß noch weiter herab zu gehen und etwa gips oder künstlich hergestellten kohlensauren kalk kreide ist meist zu gelblich durch einen kleinen eisengehalt für diesen zweck zu verwenden durch diese berücksichtigung des luftlichtes verkürzt der maler nun wieder seine lichtreihe nach der seite des schwarz denn er gelangt nur zu einem abgestuften grau das er nicht überschreiten darf wenn nicht die luftwirkung gestört werden soll somit hat er auch in diesem falle ein lebhaftes interesse daran die reihe nach der anderen hellen seite so lang zu halten als möglich das heißt sein weiß möglichst lichtreich und unbeschmutzt zu bewahren dies gelingt am leichtesten wenn er auf weißem grunde arbeitet damit er nicht überall wo er die größte helligkeit braucht dicke schichten von bleibeiß anbringen muss dass dieser umstand nicht berücksichtigt wird ist die ursache weshalb luft und wolken bei so vielen heutigen lichtmalern so schwer und massig aussehen als beständen sie aus dickem ton auf weißem grunde sind diese dicken schichten entbehrlich sehr viel lehrreiches sieht man in dieser beziehung an den bildern böcklins durchsichtige dinge insbesondere luft und wasser malt er mit lasurfarben auf weißem grunde die gleiche technik ergibt ihm die optische wirkung des durchscheinenden marmors und nasser steine wo aber luftlicht ins spiel kommt treten deckfarben auf ich will nicht behaupten dass dies überall genau durchgeführt ist insbesondere geraten ihm seine felsen wegen reichlicher anwendung der lasurfarbe namentlich in der späteren zeit oft ein wenig zu unkörperlich doch ich will schließen die verfolgung dieser betrachtungen die im wesentlichen schon von ludwig angestellt worden sind der sie nur mit seiner unglücklichen petrolium malerei und seiner nicht minder unglücklichen einseitigkeit im kunsturteil verquickt hat führt in die mehr psychophysischen seiten der technik hinein von denen erst später einmal die rede sein soll Ende von 14. Brief 15. Brief von Malerbriefe von Wilhelm Ostwald Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Hawaii im September 2010 Lieber Freund Von den verschiedenartigen Techniken bleibt uns wesentlich noch eine zu besprechen übrig die Tempera Allerdings handelt es sich hier nicht um einen so scharf begrenzten Begriff wie bei den bisher erörterten Verfahren Denn Tempera bedeutet ursprünglich jedes Bindemittel für Farbe und noch heute werden sehr verschiedenartige Gemenge damit bezeichnet Hier ist es insbesondere, wo die moderne Farbenalchemie und das Geheimmittelwesen seine üppigsten Blüten treibt und seine schlimmsten Früchte trägt Unter Tempera versteht man gegenwärtig solche Bindemittel, welche sich zwar im frischen Zustande beliebig mit Wasser verdünnen lassen, sich aber gegen Wasser unlöslich erweisen, nachdem sie einmal trocken geworden sind bzw. längere Zeit an der Luft gestanden haben Die technische Erleichterung, die derartige Mittel gewähren, liegt in der Möglichkeit, über vorhandene Farben malen zu können, ohne sie zu stören Die Chemie gewährt eine ganze Reihe von Hilfsmitteln, um diese Aufgabe zu lösen Man kann das Prinzip der Ölmalerei benutzen, nämlich einen Stoff anwenden, der durch Oxidation unlöslich wird Oder man kann das Festwerden darauf begründen, dass ein die Löslichkeit verursachernder Stoff verdampft Oder man kann die Wirkung des Lichtes, gewisse Kombinationen unlöslich zu machen, anwenden Oder man kann auf die Malerei einen Stoff aufbringen, der das Bindemittel unlöslich macht Damit ist meine chemische Fantasie zunächst erschöpft Ich glaube aber, dass ich bei einiger Anstrengung noch einiges aus ihr herauspressen könnte Um Ihnen aber zu zeigen, wie man diese allgemeinen Vorschriften in bestimmte Rezepte verwandelt Will ich für jeden Fall ein Beispiel geben Wenn Sie Leim mit Eisenvitriol mischen, so erhalten Sie den ersten Fall An der Luft geht das Eisensalz in eine höhere Oxidationsstufe über Und dabei entsteht eine Verbindung, welche den Leim unlöslich macht Leider wird diese Tempera dabei ziemlich braun, so dass es sich nicht für alle Farben eignet Den zweiten Fall erhalten Sie, wenn Sie Casein mittels Ammoniak oder noch besser Ammonkarbonat in Wasser auflösen Das Ammoniak bzw. das Ammonkarbonat verflüchtigt sich beim Trocknen und hinterlässt das Casein im unlöslichen Zustande Dies ist eine sehr gute Tempera Drittens können Sie mit Leim malen, dem eine sehr geringe Menge eines chromsauren Salzes zugesetzt ist Im Lichte wird das Salz so verändert, dass es mit dem Leim eine unlösliche Verbindung bildet Auch hier ist die gelbe Farbe der Chromverbindung etwas störend Doch verschwindet sie bei der Belichtung und macht einen mehr neutralen Platz Viertens können Sie mit Leim malen und jeden Auftrag nach dem Trocknen mit einer Lösung von Formalin anstäuben Dieses vereinigt sich mit dem Leim zu einer unlöslichen Verbindung und der Zweck ist gut erreicht, da das übrige Formalin verdampft, ohne das Bild zu beeinflussen Ich habe Ihnen für jeden Fall nur ein Beispiel gegeben, könnte aber deren Anzahl sehr erheblich vermehren, wenn ich nicht bereits befürchten müsste, den chemischen Schrecken bei Ihnen erregt zu haben So will ich es hierbei bewenden lassen und nur noch auf eine wichtige, weil viel angewendete und unendliche variationenfähige Erweiterung der vorhandenen Mittel hinweisen Es ist dies die Anwendung der Emulsionen Eine Emulsion ist ein Gemenge einer wässrigen Flüssigkeit mit Kügelchen einer nicht in Wasser löslichen Flüssigkeit, wie Öl, Fett oder dergleichen Milch ist eine solche Emulsion In ihr schwimmt das Butterfett in Gestalt sehr kleiner Kügelchen, die sich nur schwierig zu größeren Massen vereinigen Dies geschieht beim Buttern und Sie wissen, dass dies für den Unerfahrenen keine leichte Sache ist Ebenso ist Eigelb eine derartige Emulsion Es besteht aus einem gelben Öl, dem Eieröl, das wieder in Gestalt kleinster Tröpfchen in Eiweiß aufgeschlemmt ist Welchen Wert derartige Emulsionen für die Temperamalerei haben können, ergibt sich, wenn man sich die Wirkungsweise einer passend zusammengestellten, z.B. Casein mit Leinölfirnis vergegenwärtigt Wird eine Farbe damit angerieben, so kann man sie beliebig mit Wasser verdünnen, kann sie also wie Aquarell oder Gouache anwenden Beim Trocknen wird zunächst das Casein in Wasser unlöslich Gleichzeitig beginnt aber auch der Oxidationsvorgang am Leinöl und dieses wird gleichfalls fest Das Farbkorn ist also auf doppelte Weise gebunden Und zwar durch ein Bindemittel, das Vermöge seiner eigentümlichen, wabigen Struktur eine besondere Zähigkeit besitzt Wegen dieser Vorzüge wird als Tempera gegenwärtig meist irgendeine Emulsionstempera benutzt Um eine solche herzustellen, bedarf man zunächst eines in Wasser löslichen, einigermaßen schleimigen Stoffes Hierzu kann arabisches Gummi, Leim, Eiweiß, Casein usw. benutzt werden Ferner bedarf man eines Öles oder flüssigen Harzes mit den erforderlichen Eigenschaften Hier bieten sich einerseits die trocknenden Öle, wie Lein, Mohn und Nussöl an Andererseits die flüssigen Harze und Firnisse, wie Terpentin, Copaiva, Kanadabalsam, auch öliger Bernstein oder Copallack Rührt man einen der zuerst genannten, in Wasser zu einem Schleim von Ölkonsistenz gelösten Stoffe Mit etwa einem Fünftel bis einem Zehntel aus der zweiten Reihe zusammen So vereinigen sich beide als bald zu sahneähnlichen undurchsichtigen Gemengen Die nach etwa viertelstündiger Bearbeitung die richtige Beschaffenheit haben und durchsichtig auftrocknen Meist wird Eigelb als wässriger Bestandteil benutzt, doch ist dies nicht sehr zweckmäßig Denn im Eigelb ist bereits ein Öl enthalten, das aber nicht trocknet und außerdem die stark gelbe Färbung hat Besser ist Eiweiß, noch besser Casein in Ammonkarbonat gelöst Böcklin hat in der letzten Periode seines Schaffens eine Lösung von Kirschgummi benutzt In welcher je ein Neuntel Petroleum, Copaiva-Balsam und Terpentin emulsioniert war Hiergegen wäre höchstens einzuwenden, dass das Petroleum überflüssig erscheint Doch kann es immerhin Wirkungen haben, die sich nicht als bald voraussehen lassen Die technische Bedeutung der Tempera liegt nun darin, dass hier die im vorigen Briefe erwähnte Trennung der mechanischen und optischen Wirkung des Einbettungsmittels systematisch durchgeführt werden kann Man malt mit Tempera-Farbe, holt sie nach dem Trocknen mit einem Firnis heraus und kann hierauf wieder ohne Schwierigkeit mit neuer Tempera-Farbe weiterarbeiten und von neuen Firnissen Ebenso kann man auf einer Untermalung von Tempera Ölfarbe auftragen, namentlich mit solcher Farbe lasieren Es ist nach E. Berger sehr wahrscheinlich, dass die Schönheit der Farbe in den altflämischen Bildern auf solche Weise Öllasur über Tempera erreicht worden ist Da ein gutes Tempera-Bindemittel Vermöge seiner zusammengesetzten Beschaffenheit durch die ganze Masse austrocknen und fest werden kann, so fällt die Ursache des Reißens, die im vorigen Briefe bezüglich der Ölfarbe dargelegt worden war, hier fort Auch die Anwendung der lasierenden Ölfarbe bringt sie nicht mit, denn eine Lasur ist naturgemäß ein sehr dünner Auftrag Allerdings ist hierbei vorausgesetzt, dass nicht bereits durch den Mahlgrund das Reißen bedingt wird Um dies zu vermeiden, ist auch der Mahlgrund in Tempera auszuführen, und zwar möglichst dünn Fußnote Gemahlener Schwerspat mit einem solchen verdünnten Tempera-Bindemittel dünn aufgetragen, gibt einen vorzüglichen Mahlgrund, auch für Pastell Ende Fußnote So sind wir, lieber Freund, endlich am Ende unserer gemeinsamen Wanderung angelangt Freilich müssen Sie zunächst wie Moses sich damit begnügen, das gelobte Land der zuverlässigsten Technik vor sich zu sehen Das Betreten in Gestalt eines erprobten Rezeptes kann ich Ihnen noch nicht ermöglichen, weil meine Arbeiten noch nicht weit genug dazu gediehen sind Aber ich glaube durch die Festlegung der wissenschaftlichen Grundlagen doch den experimentierenden Kunstgenossen die Aufgaben und die Mittel zu ihrer Lösung hinreichend klargemacht zu haben, um ihren Bemühungen eine bestimmte Richtung zu geben und das bisher so verbreitete planlose und auf einen glücklichen Zufall berechnete Herumprobieren entbehrlich zu machen Es ist ja offenbar, dass die Lösung der Aufgabe keine eindeutige ist, man wird eine ganze Anzahl von Kombinationen zusammenstellen können, die alle nahezu gleich große Vorzüge haben Umso besser, dann ist auch für die persönliche Eigenart des Künstlers noch reichlich Raum vorhanden Aber ich hoffe wenigstens das erreicht zu haben, dass künftig der Künstler nicht blindlings sich Zusammensetzungen mit Fantasienamen, die als Tempera ohne Angabe der Bestandteile angeboten werden, anvertraut sondern vor allen Dingen zu wissen verlangt, woraus das Bindemittel besteht Ende von 15. Brief Lieber Freund, es ist zweifellos richtig, dass man auch mit unvollkommenen Mitteln Bilder schaffen kann, deren Wirkung, auch als Darstellung der Wirklichkeit, des Lichtes und der Luft in der Landschaft etwa, sehr groß ist. Ihre Frage, ob als dann die Mühe, um die Verbesserung der Mittel nicht überflüssig sei, muss ich allerdings verneinen Schon die Tatsache, dass die meisten großen Maler und insbesondere solche, welche weitgehende optische Wirkungen in ihren Bildern hervorzubringen gewusst haben, sich sehr eingehend um die Verbesserung ihrer Mittel gekümmert haben, beweist die wirkliche Bedeutung derselben Aber man wird auch ganz allgemein sagen können, dass wenn ein Mann schon mit geringen Mitteln erhebliches leisten kann, er mit besseren Mitteln entsprechend weiterkommen wird Dass die besseren Mittel aber nicht in jedermanns Hand auch schönere Kunstwerke ergeben, liegt natürlich daran, dass auch die besten Mittel nichts helfen, wenn man sie nicht zweckmäßig verwendet Der Maler hat nun allen Grund, sich über die Wirkungen, die er mit seinen Mitteln erreichen kann, klar zu werden Denn wie ich ihn früher dargelegt habe, übertrifft der Umfang der Lichtreihe in der Natur bei weitem den, welcher dem Maler zur Verfügung steht Wenn dieser also helle Lichterscheinungen zu malen hat, so sieht die Aufgabe anfangs nahezu hoffnungslos aus Betrachtet man aber andererseits gewisse Bilder, die mit Benutzung der erforderlichen Kenntnisse und Geschicklichkeiten auf einen derartigen Effekt gemalt sind So erstaunt man über die blendende Wirkung, die der Maler mit seinem schwachen gemalten Licht hervorzubringen weiß In meinem Zimmer hängt an der hellsten Stelle eine Landschaft von Iespersen, den Sonnenuntergang über einer Heide darstellend Die Sonne ist ziemlich tief am Horizont, aber noch nicht von Nebeln bedeckt Am Himmel befinden sich verstreute Wölkchen Beim Betrachten des Bildes empfindet man ein ganz ähnliches Gefühl der Blendung, dass die Betrachtung der wirklichen Sonne in dem dargestellten Zustande, wo man sie eben ansehen darf, hervorrufen würde Dabei ist die Sonne nicht einmal mit dem allerhellsten weiß gemalt, sondern gelblich In der Mitte befindet sich, wie man bei genauerem Zusehen erkennt, ein violettrötlicher Fleck Auch hat der Maler auf pastosen Auftrag verzichtet Es ist also mit mäßigen Mitteln ein ähnlicher Eindruck erreicht, den die unverhältnismäßig viel größeren Helligkeitsunterschiede der Wirklichkeit hervorbringen Analysiert man die Hilfsmittel im Einzelnen, so ergeben sich folgende Besonderheiten Die Heide und der Himmel sind in der Nähe der Sonne viel heller als sonst gemalt Unmittelbar unter der Sonne ist der Horizont fast ebenso hell wie der Himmel und die Sonne Bei der wirklichen Erscheinung hat man den gleichen Eindruck Es rührt dies von der Überstrahlung oder Irradiation her Dies ist eine Eigenschaft unseres Auges, Vermöge deren sich jedes helle Gebiet scheinbar über die angrenzenden Dunkelheiten hinaus verbreitet Und zwar umso mehr, je größer der Helligkeitsunterschied ist Hier ist er sehr groß Der Maler hat dementsprechend ein sehr weites Überstrahlungsgebiet gemalt Man könnte einwenden, dass diese Überstrahlung im Bilde durch dieselben Mittel hervorgebracht werden müsste Wie in der Natur Nämlich durch Nebeneinandersetzen von hell und dunkel Hier aber findet der Maler seine sehr enge Grenze an dem viel zu geringen Helligkeitsunterschied seiner äußersten Farbstoffe Sein bestes Weiß neben seinem besten Schwarz gibt nur eine sehr unbedeutende Überstrahlung Die mit der der Sonne gegen den Horizont gar nicht zu vergleichen ist Deshalb hat er sich dadurch geholfen, dass er die Erscheinung, die in Wirklichkeit nur subjektiv im Auge des Beschauers entsteht, objektiv in sein Bild gemalt hat Indem er dadurch im Auge einen ähnlichen Zustand hervorruft, als finde eine tatsächliche Überstrahlung statt, bewirkt er bei dem Beschauer die Empfindung der blendenden Helligkeit, die erfahrungsgemäß die Ursache einer Überstrahlung ist Hiermit ist ein ungeheuer wichtiges und der mannigfaltigsten Anwendungen fähiges Prinzip ausgesprochen, von dem die Künstler unbewusst oder bewusstbeständig Anwendung machen Man malt die subjektiven Nebenerscheinungen der Lichtwirkung ins Bild, um den Eindruck zu erwecken, als wären deren objektive Ursachen vorhanden Auf dem beschriebenen Bilde finden sich noch mehrere Anwendungen des gleichen Prinzips Jener rötliche Fleck in der Mitte der Sonne vertritt die Tatsache, dass die Mitte unseres Gesichtsfeldes eine etwas weniger lichtempfindliche Stelle enthält, als ihre nächste Umgebung ist Dieser Umstand kommt beim gewöhnlichen Gebrauch des Auges gar nicht zur Empfindung, wohl aber bei der Blendung, und darum hat ihn der Maler auch nur in die Sonne gemalt Das verschmitzteste ist aber folgender Umstand Wenn man ihn die Sonne gesehen hat, so behält man im Auge während einiger Zeit das Nachbild der Sonne, das durch eine Reihe von ziemlich lebhaften Farben abklingt Und zwar erscheint dies Nachbild, das in einer Veränderung des Augenhintergrundes an der Stelle, wo die Blendung stattgefunden hatte, besteht überall dort, wohin man den Blick richtet Es ist also mit dem Auge beweglich Der Maler hat nun derartige farbige Nachbilder der Sonne an verschiedene Stellen seines Bildes gesetzt und es dabei so vorsichtig verfahren, dass man die farbigen Flecken als solche nicht unmittelbar empfindet, sondern erst beim genaueren Zusehen unterscheiden kann Demgemäß bemerkt der unvorbereitete Zuschauer überhaupt nicht, dass der Maler die Nachbilder hingemalt hat Er hat nur in seinem Auge, das auf irgendwelchen anderen Stellen des Bildes ruht, die gleiche farbige Erscheinung, als hätte er das Nachbild der Sonne im Auge Und da er diese Empfindung wiederfindet, wenn er seinen Blick auf andere Stellen des Bildes richtet, so gesellt sich dazu der Eindruck, dass dies Nachbild mit dem Blicke wandert Gerade wie ein richtiges Nachbild Da er derartiges nur von der Blendung des Auges durch große Lichtunterschiede herkennt, so wird alsbald der Eindruck bewirkt, solche Helligkeitsunterschiede seien tatsächlich vorhanden Es ist sehr zu beachten, dass der Blendungseindruck dieses Bildes auf den Unverbreiteten sehr groß ist Er verschwindet aber ein wenig, wenn man die Mittel genauer untersucht hat und ist bei mir, der ich dies oft getan habe, bereits ziemlich viel geringer geworden, als er anfangs war Dies ist ein natürlicher und unvermeidlicher Vorgang, der ein großes Licht auf gewisse geschichtlich beglaubigte Tatsachen wirft, die uns sonst schwer verständlich sind Solange der Beschauer nur solche Nachbilder kennt, die durch eine wirkliche Blendung entstehen, müssen die Gemalten, von deren Existenz er noch keine Erfahrung hat, außerordentlich überzeugend wirken, indem sie ihm das Vorhandensein einer wirklichen Blendung suggerieren In dem Maße, als er aber lernt, dass es auch gemalte Nachbilder gibt, wird der Schluss von den Nachbildern auf die Blendung immer weniger bindend und die Wirkung schwächt sich ab Diesen eben geschilderten Vorteil der unwiderstehlichen Suggestion hat offenbar ein jeder Maler, der als erster eine derartige Nachahmung der Natur entdeckt und anzuwenden weiß Der Beschauer, der diese Verhältnisse nicht kennt, unterliegt der Suggestion um so sicherer, je weiter abliegend vom Gewohnten die neue Erwerbung ist Während die späteren Beschauer, denen das neue Mittel durch vielfache Anwendungen, die sie in Bildern gesehen haben, gläufig geworden ist, von jener zwingenden Suggestion nichts mehr empfinden So erklären sich die enthusiastischen Berichte aus dem Altertum über die außerordentliche Natürlichkeit der von den damaligen Malern erreichten Wirkungen Während wir nach dem, was wir von jenen Malereien wissen, sie zwar vermutlich nach anderen Seiten sehr schön, aber nichts weniger als naturalistisch hervorragend finden würden Neulich wurde ich von einem Freunde gefragt, wie die zeitgenössischen Berichte über die außerordentliche Natürlichkeit der Landschaften Giotos zu erklären seien, da doch, wie der Augenschein lernt, diese Landschaften für uns von einer kindlichen Hilflosigkeit in der Auffassung und Darstellung sind Die Antwort ist eben, dass jene Zeitgenossen neben den Gesichtseindrücken der wirklichen Natur ähnliche durch Kunst hervorgebrachte nicht kannten und daher von der Annäherung, die Giotto als erste erreicht hatte, in derselben Weise suggestiv beeinflusst wurden, wie der heutige Beschauer von dem scharfsinnigen Nachbildermaler Jespersen Was ich Ihnen hier für die Blendungserscheinungen entwickelt habe, gilt natürlich allgemein von allen subjektiv empfundenen Wirkungen des äußeren Lichtes auf das Auge Um Ihnen noch ein anderes Beispiel vorzuführen und Ihnen dadurch die ganz außerordentliche Allgemeinheit und Fruchtbarkeit dieses Prinzips zu zeigen, will ich noch einen Fall erörtern, den des fleckigen Himmels Seit einer nicht großen Anzahl von Jahren fühlte ich mich durch eine dumme Manier, den Himmel zu malen geärgert Sie bestand darin, dass man verschiedene blaue und rötliche grobe Striche kreuzweise nebeneinander setzte Da ich den Himmel niemals so gesehen hatte, betrachtete ich die Sache als eine sehr verbreitete Mode, bis ich einmal auf ein Bild stieß, in welchem dies Prinzip sachgemäß und nicht äußerlich mechanisch benutzt worden war Hier waren die beiden Farbtöne, ein grün-blauer und ein rötlich-violetter, sorgfältig so gegeneinander abgestimmt, dass ihre Helligkeit gleich war Und ihre gegenseitigen Grenzen dadurch sich nur sehr schwer erkennen ließen Wenn man eine derart behandelte Fläche betrachtet, so weiß man nicht recht, auf welche von beiden Farben man das Auge einstellen soll Denn da das Auge nicht vollständig achromatisch ist, so braucht es für verschiedene Farben eine etwas verschiedene Einstellung Eine ähnliche Unsicherheit empfindet man, wenn man in den ganz klaren Himmel schaut, in dessen Tiefe sich kein Gegenstand befindet Der Vermöge seiner bestimmten Entfernung eine bestimmte Einstellung der Augen veranlasst Und daher rührt die tiefen Wirkung jenes gemalten Himmels Mit diesen Betrachtungen sind wir nun in ein neues Gebiet der Technik eingetreten Denn wir haben es nicht mehr mit dem Malmaterial an sich zu tun Sondern mit der Verwendung, die es zur Erzeugung bestimmter Wirkungen findet Allerdings ist dies neue Gebiet mit dem früheren durch stetige Übergänge verbunden Denn Farbstoff und Bindemittel, Deckung und Lasur sind ja auch nur Mittel, von der Bildfläche aus im Auge des Beschauers einen Eindruck hervorzubringen, der dem der natürlichen Erscheinung nahe kommt Der Unterschied liegt nur in der zunehmenden Verwicklung und Vermannigfaltigung der Erscheinung War es bisher nur die Farbe selbst ohne Rücksicht auf ihre Begrenzung und gegenseitige optische Beeinflussung, die wir betrachtet haben So sind nun mehr die Übereinstimmungen und Verschiedenheiten zur Sprache gekommen, welche diese Farbe in ihrer Wirkung auf das Auge im Vergleich zu der natürlichen Erscheinung zeigen Ende von 16. Brief 17. Brief von Malerbriefe von Wilhelm Ostwald Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Avaie im September 2010 Lieber Freund Sie äußern sich zufrieden mit den Anregungen und Förderungen, die Sie in meinem letzten Brief entnommen hätten Betonen aber mit sichtlichem Ingrimm, dass Ihnen hiervon seinerzeit auf der Akademie nicht der leiseste Schimmer gesagt und erklärt worden sei Und dass Sie unzweifelhaft sich eine Menge nutzloser Arbeit und schwer überwundener Irrtümer erspart hätten Wenn Sie früher zu derartigen allgemeinen und doch auf den einzelnen Fall leicht anwendbaren Betrachtungen angehalten worden wären Ich selbst kenne den Betrieb der Akademien nicht aus eigener Erfahrung Muss aber allerdings zugeben, dass die Äußerungen von Künstlern, aus denen später etwas Erhebliches geworden ist Über ihre auf der Akademie verbrachte Studienzeit fast ohne Ausnahme recht ungünstig lauten Dies steht in einem auffallenden Gegensatz zu der Tatsache, dass die Gelehrten sehr oft ihrer Universitätslehrer dankend gedenken Ja, nicht selten erklären, dass das Beste, was sie geleistet hätten, der Schulung oder wenigstens Anregung ihrer akademischen Jahre zu danken sei Nun muss ich die Fähigkeit selbstständiger wissenschaftlicher Forschung ebenso hoch stellen wie die selbstständiger künstlerischer Gestaltung Wenn nun die erste Fähigkeit erfolgreich und in einer den Zöglingen befriedigenden Weise von einer Lehranstalt ausgebildet werden kann So muss ich dies auch von der anderen annehmen Das heißt, ich muss die Möglichkeit behaupten, den Unterricht auf der Kunstakademie ebenso förderlich und begeisternd zu gestalten Wie sich der wissenschaftliche Unterricht erfahrungsgemäß gestalten lässt Wenn dies Ziel nicht erreicht wird, so kann es nur an der Lehrmethode oder dem Lehrinhalt liegen Denn an der Kunstakademie wird ja wie an der Universität der Unterricht von solchen erteilt, die die Fähigkeit selbstständigen Schaffens an eigenen Werken erwiesen haben Nun scheint allerdings an der Kunstakademie die Gruppe von Lehrfächern zu fehlen oder nur stiefmütterlich behandelt zu werden Die ich als unbedingt grundlegend für jede gesunde Kunstausübung ansehen muss Die Naturwissenschaften Anatomie einerseits, Geometrie und Perspektive andererseits werden wohl gelehrt Aber mit wie dürftigem Erfolge zeigt ein Rundgang durch irgendeine Ausstellung neuer Bilder in denen die perspektivischen Fehler, nun wir wollen sagen, nicht selten sind Dass Physik, insbesondere Optik, Physiologie des Sehens und endlich Psychologie gelehrt würden, scheint nicht vorzukommen Mit der Chemie hat man im Interesse der maltechnischen Fragen allerdings eben einen schüchternen Anfang gemacht Ich zögere nicht die Ketzerei auszusprechen, dass der bildende Künstler eine mindestens ebenso gründliche naturwissenschaftliche Bildung haben muss, wie beispielsweise der Mediziner Dafür kann er große Teile der üblichen Ästhetik, die wohl meist der Vortragende ebenso wenig begreift Wie der Hörer auf sich beruhen lassen Andere Dinge, die mir ebenso unentbehrlich scheinen, lasse ich lieber unbezeichnet, um die anzustrebenden Reformen zunächst in den Grenzen des Ausführbaren zu halten Sie werden fragen, woher der Schüler die Zeit hierfür nehmen soll Die Antwort liegt darin, dass ihm eine rationelle, das heißt auf die Sache gehende wissenschaftliche Bildung sei sie noch so elementar, das Handwerk seiner Kunst in ganz unübersehbarer Weise erleichtern wird Was er sich sonst mühselig als eine unverstandene Regel hat einprägen müssen Wobei er sich immer noch zu besinnen hat, ob nicht gerade das Gegenteil vorgeschrieben ist Das braucht ihm als dann nur einmal gesagt zu werden Und er kann es dem Zusammenhang seines rationellen Wissens einverleiben Denn es ist nur eine einzelne Anwendung allgemeiner Gesetze, die er kennt Wenn man wie ich täglich gesehen hat, wie schnell einem Schüler die sachgemäße Anwendung allgemeiner Gesetze zur festen Denkgewohnheit werden kann So hat man in eine derartige Lehrmethode ein unbegrenztes Vertrauen Und wenn der Kunstschüler sich überzeugt, wie bald ihm das, was er lernt, die künstlerische Arbeit erleichtert So wird er das Erwerben derartiger Kenntnisse mit derselben Freude betreiben, wie sie die Regel beim jungen Naturwissenschaftler ist Aber wohin bin ich geraten? Da ist wieder der Lehrer mit mir durchgegangen Ich wende mich zu den psychophysischen Bedingungen der Malerei zurück Und mache sie auf ein wichtiges allgemeines Verhältnis aufmerksam Dass ich der Wirkung wegen auf eine möglichst auffallende Form bringe Zum Zwecke der malerischen Wiedergabe der Natur muss der Künstler erst neue Sehen lernen Dies ist deshalb nötig, weil wir keineswegs die Dinge so sehen, wie sie sich, optisch gesprochen, dem Auge darbieten Sondern so, wie wir sie am besten erkennen Wir benutzen nämlich gewöhnlich unsere Augen nicht dazu, um einfach die verschiedenen Farben und Lichtempfindungen Die uns die Außenwelt bietet, als farbige Flecken aufzunehmen Sondern um uns in der Außenwelt für allerlei tägliche und praktische Zwecke zu orientieren Beispielsweise sehen wir für gewöhnlich nichts von den schiefen Winkeln Unter denen uns infolge der perspektivischen Verschiebungen die Häuser erscheinen Vielmehr fassen wir diese gesehenen schiefen Winkel als Rechte auf Das heißt, wir subtrahieren den uns bekannten Einfluss der Perspektive von dem tatsächlichen Gesichtsbilder Und konstruieren uns daraus das rechtwinklige Haus Dies macht sich geltend, wenn das Kind oder allgemein der unentwickelte Mensch zu zeichnen beginnt Alle Dinge, von denen er erfahrungsmäßig weiß, dass sie rechte Winkel haben, zeichnet er auch rechtwinklig Obwohl sie ihm tatsächlich schiefwinklige Gesichtsbilder geben Das gleiche gilt für die perspektivische Verkleinerung ferner Gegenstände Alle Fehler, welche der Ungeübte in dieser Beziehung begeht liegen in dem Sinne, dass er die perspektivische Verkleinerung geringer zeichnet, als sie tatsächlich sich darstellt Giotto hat beispielsweise noch nichts von der Perspektive verstanden und hat nur ungefähr gewusst, dass ferne Gegenstände kleiner erscheinen Seine unaufhörlichen perspektivischen Fehler bestehen fast alle darin, dass er die Verkleinerung zu gering zeichnet Das gleiche gilt endlich für die Farben Praktisch interessieren uns die Farben der Gegenstände auch nur als Hilfsmittel des Erkennens und somit subtrahieren wir von jeder gesehenen Erscheinung die uns bekannte besondere Wirkung der gerade vorhandenen Beleuchtung und wenden unsere ganze Aufmerksamkeit auf die Erkennung der Eigenfarbe des Gegenstandes seine sogenannte Lokalfarbe Bis tief in die sogenannte große Zeit der italienischen Malerei kann man den Einfluss dieser Gewöhnung verfolgen Alle Bilder werden so dargestellt, als werden sämtliche Gegenstände durch farbloses Licht beleuchtet Selbst dort, wo die Beobachtung so unzweideutig ist, dass sie nicht übersehen werden kann, wie bei dem Blau der Fernen wird dieses wie eine Lokalfarbe behandelt und von den besonderen Umständen, durch welche das Fernblau modifiziert wird findet sich fast nichts beachtet und ausgedrückt Diese Beispiele ließen sich noch vielfach vermehren doch werden sie das wohl noch leichter und mannigfaltiger aus ihrer Erfahrung tun können, als ich es vermag So will ich nur einen allgemeinen Schluss daraus ziehen und ihn zu einer entsprechend allgemeinen Regel benutzen die für die künstlerische Arbeit maßgebend ist soweit sie die Darstellung der natürlichen Erscheinung anstrebt Der Künstler muss sein Auge und sein Bewusstsein unaufhörlich dazu zwingen sich jene für die Zwecke des praktischen Lebens erworbene innere Bearbeitung und Umgestaltung der Gesichtseindrücke wieder abzugewöhnen Er muss sich dazu erziehen, nur Formen und Farben zu sehen ohne Beziehung auf das, was sie in Wirklichkeit darstellen In dem Maße, als er diese Wirklichkeit auszuschalten gelernt hat wird er in den Stand gesetzt sein, in seinen Bildern den Eindruck der Wirklichkeit wiederzugeben Denn seine Aufgabe ist ja, für jeden dargestellten Gegenstand im Auge des Beschauers die optische Wirkung hervorzubringen welchen der Gegenstand hervorrufen würde, wenn er sich dort, wo er dargestellt ist, selbst befände Die praktische Übersetzung oder das Erkennen besorgt dann der Beschauer des Bildes seinerseits und gerade der Umstand, dass er diese Übersetzung erst selbst besorgen muss ruft in ihm den Eindruck hervor, als befände sich der wirkliche Gegenstand vor ihm Umgekehrt wird jede in das Bild hineingemalte derartige Übersetzung den Beschauer aufmerksam machen Wenn ich schließlich das, was hier im Einzelnen von Fall zu Fall erläutert worden ist in einen allgemeinen Satz zusammenzufassen versuche so erhalte ich die folgende Regel oder Mahnung die sich jeder Künstler immer wieder ins Bewusstsein rufen sollte bis er sich daran gewöhnt hat, beständig danach zu handeln Diese Regel ist dieselbe, die sich aus den Mitteilungen der großen Künstler selbst von Leonardo bis Böcklin als Summe ihrer Weise entnehmen lässt Sie heißt Der Künstler schaffe bewusst Er sei sich unaufhörlich klar über den Zweck, den er eben erreichen will und über die Mittel, mit denen er ihn erreicht Jedem Künstler gelingen von Zeit zu Zeit noch weit über das von ihm vorausgesehene und bewusst gewollte in besonders glücklichen Augenblicken Dinge, über welche er selbst erstaunt Hierin liegt eine Quelle großer Fortschritte Solchem glücklichen Funden gegenüber hat er die heilige Pflicht nicht zu ruhen als bis er genau herausgebracht hat, worauf die besondere und neue Wirkung beruht die ihm da gelungen ist und er hat die Richtigkeit einer auf diese Frage gefundenen Antwort dadurch zu prüfen dass er eine gleiche oder ähnliche Wirkung nunmehr bewusst hervorbringt Dies ist in kurzen Worten der eine und wahrscheinlich häufigere Weg auf welchem der Künstler fortschreitet Ein anderer liegt darin, dass er sich durch die Natur, die Erfahrung, Aufgaben stellen lässt deren Lösung noch nicht versucht oder gelungen ist und dass er durch das Experiment die Mittel zu gewinnen versucht, um das neue Problem zu bewältigen Die Aussicht, eine derartige Aufgabe zu lösen, wird umso größer sein je sicherer der Künstler einerseits die bereits vorhandenen Ausdrucksmittel beherrscht und je klarer er andererseits über die Bedingungen der Wirkung, optische wie psychologische ist Auch hier ist also eine möglichst weitreichende Klarheit und Bewusstheit die Grundlage allen Erfolges Es findet hier eine ähnliche Umwandlung statt wie in allen anderen menschlichen Dingen Was früher von dem unerklärbaren Eingreifen höherer Mächte Abhängige erschien wissen wir jetzt nicht nur naturwissenschaftlich zu begreifen, sondern auch hervorzubringen Ebenso hat in der Kunst die unbewusste Eingebung, dem bewussten Können zu weichen Ende von 17. Brief Ende von Malerbriefe Beiträge zur Theorie und Praxis der Malerei von Wilhelm Ostwald ... ... Stopp Pfe identify